Hallo, hallo, hallo. Willkommen zurück in Gothic 2, der Nostalgic Edition. Und ja, wir werden das jetzt ein bisschen spielen. Und ich bin da echt gespannt. Moment. So, wir könnten mit Cover-Lore die Leute holen. So, Moment. Wo es jetzt läuft, will ich einmal eben gucken. Das sieht alles gut aus. Oh, wir haben Followers dazu bekommen. So. Wir haben jetzt das Follow-Ziel von 200. Das ist richtig cool. So. Jetzt bist du dran. Das hast du verdient, Mistkerl. Okay. So, weiter geht's. Du wärst besser nicht hierher gekommen. Du wärst besser nicht... Oh, oh. Das hast du verdient, Mistkerl. Nagelknüppel. So, das wäre erledigt. Sie hätten sich eben nicht mit mir anlegen sollen. Genau. Dann kann ich jetzt endlich meinen Auftrag erledigen. Hab schon viel zu viel Zeit verloren. Was für ein Auftrag? Äh, ja. Ich muss erst in die Stadt und dann später... Ich weiß nicht, wie ich das alles rechtzeitig schaffen soll. Was ist mit mir? Hm. Warum eigentlich nicht? Du könntest den Brief in die Stadt bringen. Dann hab ich noch ein bisschen mehr Zeit, mich um meine Ausrüstung zu kümmern. Einer der Banditen müsste den Brief in seiner Tasche haben. Bring ihn zu Watras, dem Wassermagier der Stadt. Du wirst ihn im Adhanos-Tempel treffen. Er predigt dort den ganzen Tag. Sag ihm, dass ich es nicht mehr geschafft habe. Und wenn er dich fragt, wo ich bin, sag ihm einfach, ich bin schon zum Treffpunkt aufgebrochen. Okay? Ach ja, eins noch. Kauf dir bei den Bauern erstmal ein paar anständige Klamotten. Sonst hält dich noch jemand für einen Banditen. Erst ein paar Münzen. Kannst du mir was beibringen? Sicher, das weißt du doch. Du kannst dich ja gar nicht... Nee. Ich will deine Fähigkeiten erlernen. Sicher? Was willst du wissen? Schon besser. Okay. Dann... ... 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 Ah, goh. Ah. 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 Könnte es sich um Dexter handeln? Ich bin mir unsicher. Kann ich hier was machen? Anscheinend nicht. Oh. Habe ich denn hier eine neue Einhandwaffe, rostige Schwert, Nagelkeule? Ah. Die hat eine höhere Reichweite, aber macht nur 5 Schaden weniger. Das ist hier noch irgendwas unterwegs. Oh. 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 Nice. Also damit haben wir eine gute Reichweite mit der Nagelkeule. Auch wenn wir weniger Schaden machen, aber das ist nicht so schlimm. Molrats. Die können wir gleich töten. Okay, das war doch ein wenig einfacher. Oh, eine Statue von Enos. Enos. Ähm. Kostet 20 Regeneration. Äh. Speichern wir lieber vorher. Ich will da nichts riskieren. Enos. Beten. Ich will beten und spenden. 10. Okay, das war kacke. Kriege ich noch irgendwas anderes? Okay. Enos. Nice. Lebensenergie steigern. Oh. Hier ist ein Bauernhof. Okay. Verdammt. Verdammt. Oh mein Gott. War das schlecht. Hm. Hallo mein Freund. Hey Fremder. Ich habe gesehen, wie du aus den Bergen gekommen bist. Du kannst froh sein, hier nicht vor drei Wochen vorbeigekommen zu sein. Wir hätten dich für einen entlaufenden Sträfling gehalten und mit denen haben wir kurzen Prozess gemacht. Du siehst ganz schön fertig aus. Was willst du hier? Hm. Ja. Ich wurde in den Bergen von Banditen überfallen. Dieses Dreckspack. Wahrscheinlich waren es dieselben Mistkerle, die letzte Nacht eins von unseren Schafen geholt haben. Du hast ganz schön Glück gehabt. Die meisten kommen nicht mit dem Leben davon. Die Banditen werden dir keinen Ärger mehr machen. Warum? Sind sie tot? Sie haben sich mit dem falschen Mann angelegt. Inos sei Dank. Hier, es ist nicht viel, aber du sollst es haben. Ich werde den anderen davon erzählen. Eis. Ich bin auf dem Weg in die Stadt. So wie du rumläufst, wirst du die Wachen bestechen müssen, damit sie dich reinlassen. Und du musst wissen, was sie hören wollen. Und was wäre? Na, zum Beispiel, dass du von Lobarts Hof kommst und in der Stadt zum Schmied willst. Aber das wird dir nichts nützen. Du siehst nicht aus wie ein Bauer. Verstehe. Ich brauche bessere Ausrüstung. Kann ich mir schon vorstellen, aber ich sag dir gleich, zu verschenken haben wir nichts. Wenn du für das, was du willst, bezahlen kannst, erst wird Lobart dir was verkaufen. Ansonsten geh zu ihm und frag ihn, ob er arbeitwillig hat. Wo finde ich Lobart? Na, auf dem Hof natürlich. Der Hof gehört ihm. Und komm ihm ja nicht krumm. Er hat schon so manchen Streuner von seinem Hof geprügelt. Nett. Aber da ist es schier. Oh. Wow. Ich glaube, das sollte ich noch einschalten. So, Spieluntertitel. Potion Key. Ne, Zufallschluss. Friendly Focus. Oh, Zahnwert finde ich cool. So, ich wollte aber noch mal eben kurz was checken. Und zwar... Gothic 2 ... ... ... ... ... Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So... Ich wollte noch so ein fies Texas Pack... Jetzt können wir auch noch mal runterladen... So... Agos... 2... Amor-Grafikmod... 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 Okay, das hat nicht geklappt. Okay, und dann... Ich addons, ich will mods. G2 Mod, Modprojekte, Rüstungsmod. Hmm. Grafikpatches. Okay, guck ich grad mal durch. Okay. 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 Äh... Was ist denn? 1440p Was ist das für Ist das 16x9 oder Dann laden wir uns auch noch das Das will ich nicht Dann nehmen wir das hier Dann nehmen wir das hier Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, dann Spiel speichern Dann gucken wir mal So So Oops So Damit sind wir eigentlich fast fertig Fertigstellen Sophie's Weapons Rebuild Nach der Rahmenkalligrafie So 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 Alter, ist das laut. Hey, Fred, ich habe... Du kannst sie helfen, was? Ich... Und... M... ...quirl an. Da ist wieder ein riesen Drecksviechern. Ein Mistvieh weniger. Hallo, Lobat. Warum treibst du dich hier auf meinem Land rum? Für wen bist du? Für die aufständischen Bauern oder für den König? Ich verstehe nicht. Was? Verarsch mich nicht, Junge. Für die Bauern. Ha! Ona, dieser verdammte... Was glaubst du, wie lange sich die Paladine das ansehen? Nach dem, was Ona sich geleistet hat, ist die ganze Stadt in Aufruhr. Was ist hier eigentlich los? Du weißt nicht, was los ist? Herr Junge, wo kommst du her? Wir befinden uns am Rande eines Bürgerkriegs. Bis jetzt haben alle Bauern die Abgaben an die Stadt als gerechten Tribut angesehen. Aber seit die Paladine in Korinis sind, kommen die Stadtwachen immer öfter und sie holen nach und nach alles ab. Wenn das so weitergeht, haben wir bald selbst nichts mehr. Einige Bauern fangen an, sich aufzulehnen. Ona war der erste von ihnen. Erzähl mir mehr über diesen Ona. Ona ist der größte Bauer hier in der Gegend. Er hat sich von der Stadt losgesagt. Es heißt, er hat Söldner angeheuert, damit sie ihm die Stadtwache vom Hals halten. Kannst ihm nicht verübeln. Jedenfalls traut sich jetzt kein königlicher Soldat mehr auf seinen Hof. Was sind das für Söldner, die Ona angeheuert hat? Ich weiß nicht viel über die Kerle. Angeblich sollen viele von ihnen ehemalige Gefangene aus der Minenkolonie sein. Ha, was man von denen zu halten hat, ist ja bekannt. Was ist mit dir? Für wen bist du? Bauern oder König? Ich bin zu nah an der Stadt, um wirklich eine Wahl zu haben. Aber ich bin ganz froh darüber. Ich wüsste nicht, wie ich mich entscheiden soll. Der König lässt uns ausbluten und Ona hetzt allen, die sich ihm nicht anschließen, seine Söldner auf den Hals. Deswegen sind die meisten anderen Bauern noch unentschlossen. Aber auf kurz oder lang werden sie sich schon für eine Seite entscheiden müssen. Ich suche Arbeit. Einen weiteren Knecht kann ich nicht gebrauchen. Aber für einen Tagelöhner hätte ich schon was zu tun. Ich meine, du kannst mir ein bisschen auf dem Feld zur Hand gehen. Und es gibt auch sicher noch ein paar andere Dinge, die hier zu tun sind. Ich könnte dich mit Gold bezahlen oder dir ein paar gute Sachen zum Anziehen geben. Meine Sachen sind eine Menge wert. Ich kann sie dir nicht umsonst geben, aber ich kann sie dir billiger verkaufen, wenn du für mich arbeitest. So wie du rumläufst, solltest du die Klamotten nehmen. Wie auch immer, das kleine Rübenfeld neben der Scheune muss abgeerntet werden. Na gut. Dann beeil dich ein bisschen, bevor ich es mir anders überlege. Ja, dann machen wir das mal eben. Wie viele brauche ich denn? Hallo. Hier hast du deine Rüben. Du bist ja doch zu was zu gebrauchen. Bring sie zu meiner Frau ins Haus, sie soll sie kochen. Was ist mit meinem Lohn? Ich kann dir fünf Goldstücke geben. Oder die Klamotten billiger verkaufen. Was soll sein? Mach mir einen besseren Preis für die Klamotten. Gut. Ich werde sie dir für zehn Goldstücke weniger geben. Hast du sonst noch was mit mir zu tun? Ich nicht. Aber du kannst meine Frau fragen oder die Jungs auf den Feldern. Vielleicht brauchen die Hilfe. Ich brauche vernünftige Kleidung. Ich kann dir saubere Landarbeiterkleidung geben. Kannst du sie denn bezahlen? Was kostet die Landarbeiterkleidung? Tja, mal sehen. Du hast für mich die Feldarbeit gemacht. Malitz sagt, du hast uns die Banditen vom Hals geschafft. Die Mistkerle haben uns eine Menge Ärger gemacht. Dank dir sind wir sie jetzt los. 50 Goldstücke. So, dann fragen wir mal Hilde. Gibt es hier noch jemanden? Nö. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ah, Kackwetter. Hey. Ich habe hier ein paar Rüben für dich. Gut. Das sollte reichen, um die Kerle zu mästen. Wo du schon mal hier bist. Ich habe einen fahrenden Händler gesehen, der vor ein paar Minuten hier vorbeigekommen ist. Ich glaube, er hat auf dem Weg zur Stadt Halt gemacht. Geh zu ihm und sieh nach, ob er eine brauchbare Pfanne für mich hat. Hast du was zu essen für mich? Hier, nimm. Bist ein guter Kerl. Gib mir das Gold und ich gehe für dich zum Händler. Meinst du, ich kann dir trauen? Dass du mir das Geld ja nicht versäufst. Hörst du? Hast du was zu... Du hattest heute... Oh. Okay. Dann können wir hier nochmal eben lesen. So. Ah, da war mal eine Anzeige. Okay. Warte mal. Wir müssen unseren Teil an... Okay. Ist hier noch irgendjemand? Nö. Oh, da ist der Händler oder so. Sieh an, wen haben wir denn da? Du bist auf dem Weg in die Stadt. Habe ich nicht recht? Kann schon sein. Hm. Du siehst aus wie ein Flüchtling. Alle Flüchtlinge wollen in die Stadt. Du könntest sogar ein ehemaliger Sträfling aus der Minenkolonie sein. Mir ist egal, wo du herkommst. Aber ich glaube, ich habe ein interessantes Angebot für dich. Was hast du anzubieten? So wie du aussehst, lassen dich die Wachen nie in die Stadt. Ich kann dir helfen, in die Stadt zu kommen. Ich habe hier ein kleines Stückchen Papier. Mit königlichem Siegel und der Unterschrift des Stadthalters. Ein Passierschein. Mit dem Wisch in der Tasche kannst du so abgerissen rumlaufen, wie du willst. Und die Wachen lassen dich in Ruhe. Interesse? Da ist doch ein Haken an der Sache. Nein, kein Haken. Du schuldest mir lediglich einen Gefallen. Wie kommst du in die Stadt? Die Wachen kennen mich. Ich werde ihnen einfach erzählen, ich hätte den Passierschein verloren. Was willst du für deinen Passierschein? Ich wusste, du bist der richtige Mann. Hör zu, du bekommst den Schein von mir. Jetzt. Einfach so? Einfach so. Aber, wenn ich dich in der Stadt treffe, schuldest du mir einen Gefallen. Haben wir eine Abmachung? Klar, immer her mit dem Wisch. Hier. Sei vorsichtig damit, er ist sehr wertvoll. Eins noch. Denk nicht einmal darüber nach, dein Wort zu brechen. Als Händler habe ich einen sehr großen Einfluss in der Stadt. Es würde dir nicht bekommen, glaub mir. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. So. Ich muss weiter. Okay. Ich muss weiter. Ich muss weiter. Hm. Verdammt. Untertitelung des ZDF, 2020 Verdammt! 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 Oh Gott, oh Gott! Okay, das war der einzige. Dann können wir einmal zurück zum äh, Bauern. Wir können die Brat von abgeben. Aber kleinen Moment, nochmal eben. So. Nichts gesplittet, das ist schon mal super. Hey! Hier ist deine Pfanne. Gut. Dann wollen wir mal sehen, ob sie auch was taugt. Okay. Bäh. Blöde Fruchtfliege. Was kostet? Tja, Malz. Du hast für mich die Fälle. Du bist meiner Frau. Malitz sagt, 40 Gold. Wie ne? Gucken wir mal, ob wir noch hier irgendwas finden. Was ist hier oben? Was ist hier oben? Du hast ihn von mir? Was ist hier oben? Ja. Das ist hier oben? Was ist hier oben? Ich glaube, es ist hier oben? Jetzt. Ich glaube, es war der Hand. Was ist hier oben? Nichts, da oben war. Haha. Garo, garo, garo. Garo, 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 garo. Oh, Steintar befüllt der Lebensenergie. Nice. Das kann ich nicht lesen. Oh. Okay. 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 I don't stop it. Okay. Let's now be. Okay. Das war's für heute. Damit haben wir den letzten, glaube ich, getötet. Dann fragen wir hier mal auf den Feldern nach. Vino. Was macht die Arbeit? Dasselbe wie immer. Viel zu tun, wenig Geld und mit ein bisschen Pech sind morgen die Orks hier und brennen unseren Hof nieder. Die Paladine des Königs haben die ganze Stadt besetzt. Aber ich glaube kaum, dass ihre Hintern hier rausschwingen, wenn die Orks uns überfallen. Kann ich dir helfen? Ich suche Arbeit. Hast du denn Ahnung von Feldarbeit? Was gibt's denn da zu wissen? Ich seh schon. Ich denke, wir kommen mir schon zurecht. Wenn du für Lohbert als Tagelöhner arbeiten willst, kann ich dich nur warnen. Er bezahlt Leute wie dich echt miserabel. Er hat mir angeboten, mir günstig saubere Sachen zu verkaufen, wenn ich auf dem Hof helfe. Hm, ich habe zwar nichts für dich zu tun, aber du kannst mir und den Jungs was zu trinken bringen. Hol mir eine Flasche Wein und ich werde Lohbert erzählen, dass du uns eine echte Hilfe warst. Wie hast du deinen Wein? Ich frage besser nicht, wo du ihn her hast, was? Habe ich als Questbelohnung bekommen? Ist ja auch egal. Ich danke dir jedenfalls. Lohbert wird von mir nur das Beste über dich zu hören bekommen. Gibt's irgendwelche interessanten Neuigkeiten? Gibt's irgendwelche interessanten Neuigkeiten? Außer dem, was ich dir erzählt habe? Bauer und Bauer, okay. Meckes? Hallo, hallo, hallo. Wieso bist du denn im Meckes? Was kostet... Tja, mal... Du hast für mich... Du bist meiner Frau... Vino sagt, du warst in meiner... Malitz sagt, du hast uns die 30 Gold... Billige... Gib mir die Ab... In meinem Haus... Aber lass dir bloß... Und was geht's sonst so bei euch? So... Ah... Ah... Okay... Dann... Viel Spaß euch! Oh Mann ey... So... Ein Pirat... Psst... Hey du... Guck mal her... Was ist? Unterwegs in die Stadt... Schwer beschäftigt noch dazu... Hör mal... Du siehst mir wie ein schlaues Kerl hinaus... Ich schätze, du wirst es nochmal sehr weit bringen... Dir macht doch bestimmt keiner was vor... Sowas erkenne ich sofort... Sag mal... Du wirst dir doch bestimmt ein paar Goldstücke verdienen, nicht wahr? Warum nicht? Du musstest einem unwissenden alten Seemann schon nachsehen... Ich bin fremd in dieser Gegend hier... Und kenne mich noch nicht so gut mit den hier herrschenden Regeln aus... So musste ich schmerzlich erfahren, dass man als fremder Reisender in der Hafenstadt nicht willkommen ist... Nun stehe ich hier und bin völlig ratlos, wie ich in die Stadt kommen soll... Ich habe äußerst wichtige Geschäfte zu erledigen und meine Auftraggeber dulden keinen Aufschub... Verstehst du? Du wirst mir doch sicher helfen, einen Weg zu finden, an den Stadtwachen vorbeizukommen... Habe ich recht? Wegen der Stadtwachen? Ja... Schon eine Idee? Äh... Mit dieser Bauernkleidung hier sollten sie dich vorbeilassen... Das ist genau das, was ich jetzt brauche... Mensch, ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen... Getarnt als einheimischer Bauerntölpel wird mich hier niemand mehr behelligen... Hahaha... Ausgezeichnet! Das hast du wirklich gut gemacht... Hier hast du deine versprochene Belohnung... Was denn? 50 läppische Goldmünzen? Das ist doch wohl nicht dein Ernst... Gold ist nicht alles, mein Freund... Nimm sie erstmal... Ich habe so das Gefühl, dass wir uns bald wieder begegnen werden... Und wer weiß... Vielleicht werde ich mich nochmal revanchieren... Mach's gut... Cool... So... Noch ein Feldarbeiter... So... Noch ein Feldarbeiter... So... 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 There it goes... Okay... So... Now I should go... Damit haben wir den oberen Teil hier auch freigeschaltet, äh freigeschaltet, freigelegt, so können wir hier unten nochmal gucken. Okay, den Bereich sollte ich vielleicht noch nicht betreten. Sind das echte oder noch junge Wölfe? Es sind echte. Laufen wir hier lieber weg. Okay, aber ich habe da hinten noch ein Lagerfeuer gesehen, das würde ich mir mal angucken. So. 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 Okay, ich glaube, dass da unten sind normale Goblins, also lassen wir das lieber. So. 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 Ich glaube, ich laufe jetzt einmal hier unten rechts lang. So. 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 Schwert, Sachen, noch ein rostiges Schwert, rostige Axt, Schürhaken, so ... Das war genau so, wie du sagst. Ich hab was anderes getan. Das war doch klar. Innerst leuchtet all denen, die seine Weisheit erkennen. Man sagt, man muss glauben, was man hört. Dann gehen wir hier mal weiter. Okay. 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 Gibt es hier noch was? Ja, ich habe das gestern durchgespielt und hab jetzt mit Gossip 2 gestartet. Oh sorry. So, Heilala. Also Gossip 1 ist durch. Das haben wir gestern Abend um viertel vor zwölf durchgespielt und jetzt ist Gossip 2 dran. Das hatte ich gestern noch kurz angefangen und jetzt... Ja. Also... Sieht gut aus. Na schön, dann geh mal rein. Aber mach keinen Ärger, klar? Jo, dankeschön. Halt, Fremder! Ich bin Lothar, Paladin des Königs und demütiger Diener Innos, deines Herrn. Unser Kommandant, Lord Hagen, hat mich mit der Aufgabe betraut, allen Neuankömmlingen die neuen Gesetze zu erklären, die für alle Bewohner der Stadt gelten. Seit in dieser Stadt ständig irgendjemand einfach verschwindet, hat sich jeder daran zu halten, wenn er nicht dasselbe Schicksal erleiden will. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Die Bewohner der Stadt verschwinden einfach? Ja. Es scheinen täglich mehr zu werden. Ärgerlich an der Sache ist, dass die Miliz die Hintergründe dieser seltsamen Vorkommnisse immer noch nicht klären konnte. Verständlich, dass die Einwohner der Stadt momentan sehr misstrauisch gegenüber Fremden sind. Also reiht sie nicht nach oben rein, wenn du in der Stadt bist, klar? Ich habe eine wichtige Nachricht für den Anführer der Paladina. Der Ehrenwerte, Lord Hagen, ist für niemanden zu sprechen. Für alle Fragen des gemeinen Volkes ist Lord André, der Kommandant der Stadtwache, zuständig. Hör zu, die Stadt wird von Drachen bedroht. Das darf doch nicht wahr sein. Schon wieder so ein Spinner. Wir haben schon genug Unruhe in der Stadt, auch ohne, dass hier irgendwelche Schwachköpfe den Leuten mit Märchen über Drachen Angst machen. Den Letzten, der hier was von Drachen erzählt hat, habe ich direkt eingebuchtet und mit dem Gefangenen-Transport ins Minen. Also, hüte deine Zunge. Wir können hier niemanden gebrauchen, der Panik unter den Leuten verbreitet. Hier hat schon jemand von den Drachen berichtet? Ja, der Kerl hieß Diego, glaube ich jedenfalls. Oh. Ich hatte ihn gewarnt, genau wie dich. Aber der Spinner wollte einfach nicht aufhören, mehr auf den Geist zu gehen. Nett. Ich bin gekommen, das Auge Enos zu holen. Das heilige Auge Enos. Woher weißt du davon? Du bist kein Angehöriger des Ordens. Ein Magier hat mir davon erzählt. Ich weiß nicht, was seine Beweggründe waren, dir eines der Geheimnisse unseres Ordens anzuvertrauen. Aber er hatte sicherlich nicht im Sinn, dass du es in die Finger bekommst. Doch, eigentlich schon. Ich will nichts mehr davon hören. Erst fängst du mit Märchen über Drachen an und dann das. Unfassbar. Gut. Erklär mir die Regeln der Stadt. Erstens. Der ehrenwerte Paladin Lord Hagen residiert zusammen mit seiner Truppe im oberen Viertel. Deswegen ist der Zutritt zum oberen Viertel nur ehrenwerten Bürgern gestattet. Zweitens. Das Rathaus im oberen Viertel dient als Kommandoposten der Paladine. Dort haben nur die Paladine selbst und Angehörige der Miliz Zugang. Und drittens. Wer eines Verbrechens angeklagt ist, muss sich beim Kommandanten der Miliz dafür rechtfertigen. Noch Fragen? Nö. Wie werde ich Bürger der Stadt? Nur wer hier einer ordentlichen Arbeit nachgeht, wird als Bürger der Stadt angesehen. Aber denk nur nicht, dass du bei Lord Hagen vorgelassen wirst, nur weil du Bürger der Stadt bist. Als Bürger hast du Zugang zum oberen Viertel. Mehr nicht. Nur als Angehöriger der Miliz hast du Zugang zum Rathaus. Wo finde ich Arbeit? Du wirst dich bei einem der Handwerksmeister hier in der Unterstadt als Lehrling bewerben müssen. Sobald einer der Meister dich aufnimmt, bist du Bürger der Stadt. Allerdings müssen dafür auch die anderen Meister zustimmen. So will es der Brauch hier in Korinis. Wenn du auf die Idee kommen solltest, im Hafenviertel nach Arbeit zu suchen, vergiss es. Da wohnt nur der Abschaum der Stadt. Geh bloß nicht dorthin, du würdest es bereuen. Wo hast du das denn schon wieder her? Wie viele Meister gibt es? Ich glaube, es sind insgesamt fünf. Wie komme ich zum oberen Viertel? Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Du bist kein Bürger dieser Stadt. Du kannst dir den Weg sparen, die Wachen werden dich nicht einlassen. Der gesamte Bereich hinter dem inneren Stadttor ist tabu für dich. Ich weiß gar nicht mehr, wie man noch glauben kann. Die Probleme habe ich kommen sehen. Wie werde ich bei der Miliz aufgenommen? Auf ausdrücklichen Befehl von Lord Hagen werden nur Bürger der Stadt bei der Miliz aufgenommen. Verstehe. Wenn du mehr wissen willst, melde dich bei Lord André in der Kaserne. Das höre ich zum ersten Mal. Was muss ich tun, um eine Rüstung wie deine zu bekommen? Was? Du bist ja noch nicht einmal bei der Miliz. Du bist ja noch nicht mal Bürger. Wie kannst du daran denken, die Rüstung eines Paladins tragen zu dürfen? Nur wenige Soldaten der Miliz, die Außergewöhnliches geleistet haben, haben bisher diese Ehre erhalten. Wenn du ein Paladin werden willst, hast du noch einen weiten Weg vor dir, mein Junge. Wo finde ich den Kommandanten der Stadtwache? Lord André hält sich in der Kaserne am anderen Ende der Stadt auf. Wo kann ich hier übernachten? Wenn du einen Platz zum Schlafen suchst, geh zum Hotel, direkt gegenüber der Kaserne. Die Paladine kommen für die ordentliche Unterbringung aller Reisen, die in die Stadt kommen, auf. Die fahrenden Händler vom Marktplatz sind auch dort untergebracht. Ich muss weiter. Wenn mir noch einmal zu Ohren kommt, dass du den Leuten hier was von Drachen erzählst, bekommst du mächtigen Ärger mit mir. Klar? Okay. Hey! Hallo Fremder! Du musst hungrig und durstig sein. Kann ich dich vielleicht für meine Ware interessieren? Ich hab so einiges gehört. Eigentlich bin ich auf dem Weg zu den Paladinen. Da hast du schlechte Karten. Seit die Paladine sich im oberen Viertel breit gemacht haben, lassen sie kaum noch jemanden hinein. Kannst du mir helfen, ins obere Viertel zu kommen? Ich? Nein. Ich hab ihr auch nicht viel zu melden. Es gibt nur wenige Leute hier in der Unterstadt, die genug Einfluss haben, um dich an den Wachen vorbeizubringen. Matteo, mein Boss, ist einer von ihnen. Vielleicht solltest du mal mit ihm reden. Wo finde ich Matteo? Du stehst direkt vor seinem Laden. Geh einfach rein. Er ist eigentlich immer da. Was ist mit den anderen einflussreichen Bürgern? Die Händler und Handwerksmeister hier an der Hauptstraße sind die wichtigsten Persönlichkeiten der Stadt. Du solltest versuchen, bei einem von ihnen als Lehrling angenommen zu werden. So wie ich. Seit ich bei Matteo arbeite, behandeln mich die Leute in der Stadt mit Respekt. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Ich brauche Geld und ich bin auf der Suche nach Arbeit. Ich hab gehört, Bosper hat Ärger mit seinem Lieferanten. Sein Laden ist direkt gegenüber. Es heißt, er zahlt ganz gut. Okay. Was hast du anzubieten? Zur Zeit habe ich nicht allzu viel Auswahl. Der verdammte Großbauer liefert nicht mehr und was von den kleinen Höfen kommt, reicht nicht aus, um den Bedarf der Stadt zu decken. Erzähl mir mehr über den Bauernaufstand. Die Sache ist ganz einfach. Ona, der fette Großbauer, will keinen Tribut mehr an die Stadt zahlen. Das muss man sich mal vorstellen. Wir sind im Krieg mit den Orks und der fett Wanst will alles für sich haben. Normalerweise greift die Stadtwache in solchen Fällen hart durch. Aber jetzt kommt das Beste. Es heißt, Ona hat sich Söldner angeheuert, um sich die Truppen der Stadt vom Hals zu halten. Söldner. Das Ganze wird noch in einem verdammten Krieg enden. Als ob ein Krieg nicht reichen würde. Ja, genau. Was weißt du über Ona, Söldner? Ich habe gehört, die meisten von ihnen sind ehemalige Sträflinge aus der Minenkolonie. Und ihr Anführer soll eine große Nummer beim König gewesen sein. Ein General oder sowas, den sie als Verräter eingelocht haben. Schlimme Zeiten sind das. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Zeig mir deine Ware. Von mir erfährt keiner was. Das höre ich zum ersten Mal. Halt! Das Warenlager darf nicht betreten werden. Warum darf das Lager nicht betreten werden? Der Ehrenwerte Lord Hagen hat die Ware für die Armee des Königs beschlagnahmt. Warum der Ehrenwerte... Okay. Burger, Burger. Ich erzähle dir doch nichts Neues. Ich wäre mir da nicht so sicher. Was kann ich für dich tun? Was verkaufst du? Ich kann dir alles anbieten, was du brauchst, um in der Wildnis zu überleben. Waffen, Fackeln, Proviant und sogar Rüstungen. Ich habe da noch ein ganz besonderes Stück auf Lager. Eine doppelt gehärtete Rüstung aus Snapperleder. Noch ungetragen. Interessiert? Was weißt du über Paladiner? Seit die Kerle in der Stadt sind, habe ich nichts als Ärger. Als ich letztens ins obere Viertel wollte, halten mich doch glatt die Wachen auf und fragen mich, was ich da zu suchen habe. Und? Natürlich haben sie mich reingelassen. Ich habe meinen Laden schon in der Stadt gehabt, da haben die meisten von diesen Wichtigtouren noch mit Holzschwertern Schweine gejagt. Und gestern kommen die Mistkerle zu mir und beschlagnahmen die Hälfte meiner Ware. Die Paladiner haben deine Ware beschlagnahmt? Alles, was ich bei mir im Hinterhof gelagert hatte. Sie haben einfach eine Wache vorm Hofeingang platziert. Wenn ich Glück habe, nehmen sie nicht alles mit. Zumindest die Rüstungen werden sie wohl da lassen. Kannst du mir helfen, ins obere Viertel zu kommen? Was? Was willst du denn da? Ich habe eine wichtige Nachricht. So, so. Hast du schon versucht, an den Wachen vorbeizukommen? Ich glaube, den Versuch kann ich mir sparen. Da hast du vermutlich recht. Ich weiß ja nicht, wie wichtig deine Nachricht ist. Und es geht mich auch wohl nichts an. Aber selbst wenn du ihnen erzählen wolltest, dass im Hafen gerade ein Schiff voller Orks anlegt, würden sie dich wegschicken. Weil sie ihre Befehle haben. Also kannst du mir jetzt helfen, ins obere Viertel zu kommen? Scheint dir ja echt wichtig zu sein. Die Frage ist, wie wichtig ist es dir? Wie meinst du das? Ich kann dir schon helfen. Immerhin bin ich einer der einflussreichsten Leute hier. Aber das hat seinen Preis. Was verlangst du für deine Hilfe? 100 Goldstücke. Das ist aber eine verdammte Menge. Rägt dich ab. Es ist ja nicht... Sondern? Im Grunde ist es mein Gold. Gritta, die Nichte des Tischlers, hat seit Ewigkeiten ihre Schulden bei mir nicht bezahlt. Aber die kleine Göre rennt ständig in neuen Kleidern rum. Das heißt, sie hat das Geld. Ich würde es ja aus ihr rausprügeln. Aber Meister Torben, der Tischler, ist auch ein sehr einflussreicher Mann. Beschaff mir das Geld und ich werde dir helfen. Wo finde ich diese Gritta? Wie gesagt, sie ist die Nichte des Tischlers. Sein Haus ist die Straße runter. Das letzte Haus rechts vorm Schmied. Wie genau kannst du mir helfen? Ganz einfach. Ich werde meinen Einfluss dafür einsetzen, dass du bei einem der Handwerksmeister hier als Lehrling aufgenommen wirst. Als solcher bist du praktisch Bürger der Stadt und kommst ins obere Viertel. Außerdem verdienst du noch was dabei. Gibt es noch einen anderen Weg, ins obere Viertel zu kommen? Vielleicht. Wenn mir was einfällt, lasse ich es dich wissen. Warum nimmst du mich nicht als Lehrling auf? Würde ich. Aber die anderen Meister würden nicht zustimmen. Ich habe nämlich erst kürzlich einen anderen Lehrling aufgenommen. Wie bekomme ich die Zustimmung der anderen Meister? Du musst sie einfach von dir überzeugen. Geh hin und rede mit ihnen. Aber wenn mehr als einer von ihnen gegen dich ist, hast du keine Chance. Also benimm dich. Okay. Bei wem könnte ich denn als Lehrling anfangen? Im Grunde bei jedem der Meister hier an der Hauptstraße. Da wäre Harad, der Schmied, Bosper, der Burgner, Torben, der Tischler oder Konstantino, der Alchemist. Irgendwer wird dich schon nehmen. Aber es ist wichtig, dass die anderen Meister zustimmen. Das ist seit jeher Brauch hier in Korinis. Hilf mir, bei einem der Meister als Lehrling aufgenommen zu werden. Eins nach dem anderen. Erfülle du erst mal deinen Teil der Abmachung und bring mir das Gold. Zeig mir deine Ware. Burger Kleidung, feine Burger, edle. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Ich möchte die Lederung. Du wirst... Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ich wäre mir da nicht so sicher. Oh. Hey, du bist neu in der Stadt, was? Ja. Und was ist mit dir? Ich komme vom Festland und jetzt hänge ich hier rum. Ich habe bald kein Gold mehr. Kann wohl nur noch zur Miliz gehen. Aber das will ich nicht. Ich lasse mich doch nicht für den König von den Orks abschlachten. Ist das wirklich wahr? Was kannst du mir über die Miliz erzählen? Einer der Paladiner hat das Kommando übernommen. Ein gewisser Lord André. Er versucht, die halbe Stadt zu mobilisieren, für den Fall, dass die Orks angreifen. Aber du musst Bürger der Stadt sein, um aufgenommen zu werden. Trainieren kann man zwar auch so, so viel ich weiß, aber man wird nicht offiziell aufgenommen. Meine Meinung will ja keiner hören. Was kannst du mir noch über Lord André erzählen? Er hat auch das Amt des Richters übernommen. Wenn du hier in der Stadt Ärger machst, musst du dich vor ihm verantworten. Ich hatte mal eine Schlägerei mit einem der Bürger. Der ist direkt zu Lord André gerannt und hat alles gepetzt. Der Spaß hat mich 50 Goldstücke gekostet. Ich kann froh sein, dass es nachts war. Sonst hätten es noch andere mitgekriegt. Je mehr Leute sich in diesem Kaff hier über dich beschweren, desto höher wird deine Strafe. Mit wem hast du dich geprügelt? Mit einem Typen namens Valentino. Er hängt oft in der Kneipe beim Tempel rum. Ich bin ja normalerweise ein friedliebender Mensch, aber der Typ brauchte einfach was aufs Maul. Ist dir irgendwas Aufregendes passiert? Kann man wohl sagen. Bospa, den Bogner haben sie bestohlen. Ganz schön dreist, kann ich dir sagen. Der Kerl ist am helllichten Tag in den Laden rein spaziert und hat sich einen Bogen geschnappt. Und Bospa hinter ihm her. Bleib stehen, du Lump, hat er gebrüllt. Aber der Dieb war zu schnell. Willkommen in meinem Laden, Fremder. Ich bin Bospa. Ich baue Bögen und handle mit Fällen. Was treibt dich nach Corinis? Ich muss ins obere Viertel. Zu den Paladinen? Das kannst du dir aus dem Kopf schlagen. Du musst hier angesehener Bürger sein. Oder zumindest eine ordentliche Arbeit haben. Als Fremder kommst du da nicht rein. Ich habe gehört, du bist bestohlen worden. Von wem hast du das gehört? Vermutlich Bartok, hm? Hatte wohl wieder mal nichts Besseres zu erzählen. Egal. Ich kann dir sagen, wenn ich den Mistkerl in die Finger bekomme, ist er dran. War nur kurz mal nicht im Laden. Als ich wiederkomme, sehe ich ihn gerade noch rausgehen. Mit meinem Bogen über der Schulter. Ich habe direkt die Wachen gerufen. Aber der Mistkerl ist Richtung Hafen gerannt. Und dort ist er ihnen dann entwischt. Daraufhin habe ich ihnen mächtig Feuer unterm Arsch gemacht. Und sie haben das gesamte Hafenviertel durchsucht. Aber gefunden haben sie nichts. Diese unfähigen Büttel. Ich wette, mein Bogen ist noch irgendwo in der Stadt. Ich habe den Wachen an den beiden Stadttoren Bescheid gesagt. Und die haben niemanden mit meinem Bogen rausgehen sehen. Wenn ich den Mistkerl erwische. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Zeig mir deine... Schlimme Zeiten sind das. Nice. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Der erzähle ich gar nichts mehr. Die Probleme habe ich kommen sehen. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich bleiben soll. Ich könnte einen neuen Lehrling gebrauchen. Dein Vorgänger hat gerade vor zwei Tagen seinen Job an den Nagel gehängt. Verstehst du denn was vom Jagen? Naja. Ich könnte dir beibringen, wie man Tieren das Fell abzieht. Oh, nice. Ich zahle gut für jedes Fell, das du mir bringst. Von mir erfährt keiner was. Ja, Zuschauer war gestern noch da. Warum hat der Lehrling seinen Job aufgegeben? Mir hat er nur gesagt, es sei zu gefährlich geworden da draußen. Wenn es dich wirklich interessiert, kannst du ihn ja selber fragen. Er heißt Bartok und treibt sich vermutlich in der Nähe von Koragons Kneipe rum. Geh vom Schmied aus durch die Unterführung. Was ist, wenn ich bei einem anderen Meister anfangen will? Unsinn. Harald und Matteo haben schon Lehrlinge. Konstantino, der Alchemist, ist ein Eigenbrödler. Er hat schon seit Jahren keinen Lehrling mehr angenommen. Und was Torben betrifft. Jeder weiß, dass er kein Geld hat. Er könnte dich vermutlich nicht mal bekämpfen. Ich hingegen brauche dringend einen Lehrling. Und ich zahle auch gut. Aber egal, bei wem du anfangen willst, du brauchst die Zustimmung aller anderen Meister aus der Unterstadt. Bekomme ich deine Zustimmung, um bei einem der anderen Meister anzufangen? Nun gut, ich werde zustimmen. Aber unter einer Bedingung. Arbeite wenigstens eine kurze Zeit lang für mich. Dann kannst du mit Sicherheit sagen, ob dir mein Handwerk liegt oder nicht. Und wer weiß, vielleicht gefällt es dir am Ende ja. Und du bleibst bei mir. Wenn du gut genug bist, um bei mir anzufangen, bist du auch gut genug für alle anderen hier. Das höre ich zum ersten Mal. Was soll ich für dich machen? Ich werde dir beibringen, wie man Tieren das Fell abzieht. Und du besorgst mir, sagen wir, ein halbes Dutzend Wolfsfälle. Dann weiß ich, dass du dein Handwerk beherrschst. Wenn du dafür nicht ewig brauchst und die Fälle einigermaßen in Ordnung sind, kannst du von mir aus bei mir anfangen. Oder bei einem der anderen Meister. Wenn du unbedingt willst. Meinst du, mir geht es besser? Bring mir bei, wie man Tieren das Fell abzieht. Gut. Hör zu. Es ist im Grunde ganz einfach. Du nimmst eine scharfe Klinge und schneidest dem Vieh den Bauch auf. Noch ein paar kleine Schnitte an den Innenseiten der Beine und dann kannst du es abziehen. Bring mir die Wolfsfälle und wir sehen weiter. Wo hast du das denn schon wieder her? Zeig mir deine Ware. Ich wäre mir da nicht so sicher. Das wundert mich nicht. Ich wäre mir da nicht so sicher. Von selbst ist er nicht darauf gekommen. Okay. Das kann ich euch nicht glauben. Das war ein neues Torben, der... So. Aber ich würde eine ganz kurze Pause eben machen und mir nochmal eben fix einen Kaffee holen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also holt euch auch einen Kaffee und dann bis gleich. Bis zum nächsten Mal. 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 Oh. Bis zum nächsten Mal. 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 am Marktplatz. Die kommen mehr auf der Insel herum als ich. Okay. So. Sprechen wir ihn mal an wegen Gritta. Ich komme wegen Gritta. Meine Nichte? Was willst du von ihr? Es geht doch nicht etwa um Geld. Sie schuldet dem Händler Matteo 100 Goldstücke. Das darf doch nicht wahr sein. Seit dieses kleine Miststück bei mir wohnt, habe ich nichts als Ärger. Sie hat sich bei so gut wie allen Händlern der Stadt verschuldet. Ich musste bei Lema, dem Geldverleiher 200 Goldstücke leihen, um ihre Schulden zu begleichen. Und jetzt das. Gritta müsste im Haus sein. Nur zu, frag sie. Aber ich sag dir gleich. Sie hat nicht ein Goldstück. Wir werden sehen. Okay. Pablo, warte mal. Du kommst mir bekannt vor. Was willst du? Irgendwo habe ich dein Gesicht schon einmal gesehen. Ah, richtig. Hier. Dieses Bild haben wir bei ein paar Banditen gefunden, die wir vor einigen Tagen aufgegriffen haben. Das sieht dir ziemlich ähnlich. Anscheinend haben die Kerle dich gesucht. Nein, das muss eine Verwechslung sein. Bei mir ist alles in Ordnung. Ganz wie du willst, Fremder. Aber falls das doch deine Visage ist, und falls du Probleme hast, dann lass sie außerhalb der Stadt. Wir haben hier schon genug Schwierigkeiten. Und Fremde, die Ärger in die Stadt bringen, bleiben nicht lange in der Stadt. Ich hoffe, das war deutlich. Okay. Neu in der Stadt, was? Ich heiße Brian. Ich bin der Lehrling von Meister Harad. Wie ist es, der Lehrling des Schmieds zu sein? Warum fragst du? Willst du mein Nachfolger werden? Schon möglich. Warum nicht? Ich bin bald mit meiner Lehre fertig. Dann werde ich mich aus der Stadt verkrümeln. Aber es ist nicht wegen Harad. Er ist ein guter Meister. Ich habe viel von ihm gelernt. Warum willst du die Stadt verlassen? Weil mir die Leute hier gehörig auf die Nerven gehen. Vor allem die anderen Meister. Ich weiß noch, was es für ein Theater war, bei Harad als Lehrling aufgenommen zu werden. Wirklich, jeder von den Pennern hatte noch was dazu zu sagen. Ich will selber entscheiden können, wen ich als Lehrling aufnehme und wen nicht. Wer sind die anderen Meister? Nun, da wären Torben, der Tischler, Bospa, der Bogner, Konstantino, der Alchemist und Matteo. Er stellt Rüstungen her. Aber in erster Linie ist der Händler. Alle Meister haben ihre Häuser hier in der Straße. Und Konstantinos Laden liegt in der Unterführung zum Tempel. Erzähl mir mehr über Meister Harad. Er ist zur Zeit nicht besonders gut in Stimmung. Vor ein paar Tagen kamen Paladine und haben ihm befohlen, Schwerter für sie zu schmieden. Sie haben ihm sogar verboten, seine Schwerter an jemand anderen zu verkaufen. Jetzt schuftet er Tag und Nacht, um den Auftrag so schnell wie möglich zu beenden. Kann ich bei dir Waffen kaufen? Das nicht gerade. Ich bin nur Gehilfe. Die Waffen, die in dieser Schmiede hergestellt werden, werden von der Miliz abgeholt und in die Türme gebracht. Dort werden sie gelagert. Aber wenn es mit den Schmieden selbst zu tun hat, kann ich dir vielleicht weiterhelfen. Was kann ich bei dir bekommen? Ich könnte dir Schmiederohlinge verkaufen. Na okay, sauber. Ich hatte hier noch das Buch. Harad. Was willst du? Ich suche Arbeit. Ich könnte einen neuen Lehrling gebrauchen. Brian wird seine Lehre bald beendet haben und dann will er die Stadt verlassen. Taugst du denn was? Wenn du meinst, ob ich schmieden kann. Nein, meine ich nicht. Über kurz oder lang werden die Orks die Stadt belagern. Und dann zählen hier nur die Männer, die auch in der Lage sind, unsere Stadt zu verteidigen. Und ich werde niemanden als Lehrling annehmen, der mir die Schande macht, mit den Frauen und Taugenichtsen aus der Stadt zu fliehen, statt hier mit den Männern die Stellung zu halten. Ich bin kein Taugenicht. Das sind große Worte. Kannst du sie auch durch große Taten beweisen? Wie meinst du das? Bring mir die Waffe eines Orks. In der Nähe der Stadt sind Orks gesehen worden. Mit ein bisschen Glück musst du noch nicht mal lange suchen. Wenn es dir gelingt, einen von ihnen zur Strecke zu bringen, werde ich dich als Lehrling aufnehmen. Oh krass. Das habe ich ja völlig vergessen. Vorausgesetzt, die anderen Meister stimmen zu. Wann kann ich bei dir als Lehrling anfangen? Nicht bevor du mir nicht bewiesen hast, dass du etwas taugst. Kann ich bei einem anderen Meister... ...schon möglich, dass die anderen Meister zustimmen. Ich werde dir meine Stimme... ...verkaufst du auch... ...vergiss es. Ich habe einen Auftrag über 100 Schwerter von Lord Hagen bekommen. Er will damit die Stadtwache aushüsten. Krass. Okay. So. Ach, machen wir hier später weiter. Ich will erst mal irgendwo schlafen. Torben. Tür. Klauen wir eine Wasserflasche. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Wer ist das? Pablo? Zweimal? Adanos, Vatras. Adanos sei mit dir. Wer bist du? Ich bin Vatras. Ein Diener des Adanos. Des Behüters des göttlichen und weltlichen Gleichgewichts. Was kann ich für dich tun? Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Und warum sollte ich das tun? Kavalorn hat mich zu dir geschickt. Und was hat er dir erzählt? Er sagt, ihr braucht dringend mehr gute Leute. So, also willst du dich uns anschließen, mein Sohn. Ich habe hier einen Brief für dich. Für mich? In der Tat. Das ist eine wichtige Botschaft, die du mir da übermittelt hast. Ich frage mich, wie du an diesen Brief gekommen bist. Von Kavalorn, dem Jäger. Kavalorn? Wo ist er? Er sagte mir, es sollte dir ausrichten, dass er es nicht mehr geschafft habe und auf dem Weg zum Treffpunkt sei. Was das auch immer heißen mag. Ich sehe, dass du Kavalorns Vertrauen gewinnen konntest. Das spricht für dich, mein Sohn. Ich habe hier eine Steintafel. Kannst du mir mehr darüber sagen? Das sind Artefakte der alten Kultur, die wir seit einiger Zeit untersuchen. Es gibt verschiedene Arten davon. Einige enthalten Informationen über die Geschichte des alten Volkes. Und genau an diesen bin ich interessiert. Bring mir davon alle, die du finden kannst. Ich werde dich angemessen entlohnen. Ich habe noch eine Steintafel. Gut. Hier, nimm ein paar Tränke als Belohnung. Nice. Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Und warum soll... Das wird sich nie mehr, man... Sollte ich mich denn noch alles kümmern? Dann müsste es ja besser... So... Ich will mich dem... So? Dann hast du ja schon die erste Bedingung dazu erfüllt. Was meinst du damit? Naja, du hast jemanden in den Reihen unserer Kinder, der dich vertraut. Sonst würdest du sicherlich nicht davon wissen. Aber ich weiß gar nichts über dich. Was willst du wissen? Nun, du könntest mir erzählen, wo du herkommst und warum du in die Stadt gekommen bist. Ich komme mit einer wichtigen Botschaft für den Anführer der Paladine. Was ist das für eine Botschaft? Meinst du, mir geht das besser? Während wir reden, sammelt sich eine große Armee unter der Führung von Drachen, um das Land zu erobern. Drachen? Du sprichst von Wesen, die bisher nur in Sagen Erwähnung finden. Woher weißt du das? Das habe ich noch gar nicht gehört. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Das habe ich irgendwo aufgeschnappt. Aha. Und deshalb hast du dich auf den Weg gemacht. Wer bist du eigentlich? Ich bin ein ehemaliger Gefangener der Strafkolonie von Korinus. Gut. Fassen wir. Du bist ein ehemaliger Gefangener, der irgendwo aufgeschnappt hat, dass Drachen gekommen sind, um das Land zu erobern. Und du bist gekommen, um den... Ich glaube, du verschweigst. Falls du Sorge haben solltest, dass ich das, was du mir erzählst, weiß... Ich habe geschworen, alle Geheimnisse, die mir anvertraut wurden, für mich zu behalten. Fangen wir also noch an. Während wir... Wenn das tats... Xardas, der Magier, hat es mir erzählt. Er hat mich geschickt, die Paladine zu warnen. Der Dämonenbeschwörer. Er lebt es. Ich bin... Gut. Du bist ein ehemaliger von Xardas, dem Dämonen, das Drachen gekommen. Und du bist gekommen. Das hört sich alles sehr abenteuerlich an. Aber ich kann nicht erkennen, dass du mich anlügst. Daher muss ich annehmen, dass deine Beweggründe ehrlich sind. Ich will dir eine Chance geben, dich dem Ring des Wassers anzuschließen. Als Anwärter auf den Eintritt in unsere Gemeinschaft darfst du natürlich nicht alles wissen. Aber ich werde dir sagen, was ich kann. Wer gehört alles zum Ring des Wassers? Das wirst du erst erfahren, wenn du in den Ring aufgenommen wirst. Aber ich bin mir sicher, einige von uns wirst du schon kennengelernt haben, bis es so weit ist. Wo sind die anderen Wassermagier? Sie erforschen die Ruinen einer alten Kultur, nordöstlich von Korinis. Wir vermuten, dass diese Ruinen den Zugang zu einem bisher unerforschten Teil der Insel darstellen. Erzähl mir mehr über den unerforschten Teil. Wenn du daran interessiert bist, dich der Expedition anzuschließen, kann ich dich mit einem Schreiben zu Saturas schicken. Du kannst natürlich nur dann teilnehmen, wenn du einer von uns bist. Natürlich. Was genau tut ihr eigentlich? Wir stehen zwischen der Ordnung Innos und dem Chaos Belias. Wenn eine der beiden Parteien die Überhand gewinnt, dann bedeutet das den Verlust der Freiheit auf der einen Seite oder das todbringende Chaos auf der anderen. Und so sorgen wir dafür, dass Gleichgewicht herrscht zwischen ihnen. Nur so ist ein Leben auf dieser Welt überhaupt möglich. Geht's auch etwas konkreter? Der Fall der Barriere hat viele Bedrohungen hervorgerufen. Die wohl offensichtlichste stellen die Banditen dar. Nicht nur, dass es fast unmöglich geworden ist, die Insel zu bereisen, ohne angegriffen zu werden. Es gibt auch noch jemanden in dieser Stadt, der die Banditen unterstützt. Wir haben herausgefunden, dass die Banditen regelmäßig von einem Waffenhändler aus Korinis versorgt werden. Wir kümmern uns beispielsweise darum, solche Männer zu finden und sie daran zu hindern, die Stadt zu gefährden. Wenn du etwas über die Sache herausfinden kannst, lass es mich wissen. Wegen dieses Waffenhändlers. Was wisst ihr schon über den Waffenhändler? Sprich mit Martin, dem Proviantmeister der Paladine, darüber. Er kann dir sicher mehr dazu sagen. Er ist mit der Aufgabe betraut worden, den Waffenhändler zu entlarven. Du findest Martin im Hafenviertel. Wenn du eine Ansammlung von Kisten, Proviant und Paladinen siehst, ist Martin nicht weit. Was muss ich tun, um mich dem Ring anzuschließen? Du musst wissen, dass du große Verantwortung übernimmst, wenn du dem Ring angehören willst. Ich bin nicht gewillt, jedem, der zu uns kommt, der bitte, um Aufnahme zu entsprechen. Wenn du dem Ring angehören willst, musst du beweisen, dass du auch so handelst wie einer von uns. Und das heißt? Bevor wir einen jungen Mann in unseren Dienst stellen, muss er etwas Großes für den Ring vollbracht haben. Erst dann kann ich in Erwägung ziehen, dich für die Erhaltung des Gleichgewichts der Kräfte auf dieser Insel einzusetzen. Ich habe den Schläfer besiegt. Ist das groß genug? Viele Geschichten erreichen meine Ohren in diesen Tagen. Auch die über die Verbannung der Bestie namens Schläfer. Dass das einzig deine Hand herbeigeführt haben soll, ist mir nicht geläufig. Obwohl deine Augen voller Überzeugung sprechen. Das verunsichert mich. Aber ich bin mir nicht sicher, dass mich meine Sinne nicht auch täuschen könnten. Ich habe viele Menschen befreit. Die Barriere ist weg. Selbst wenn du wirklich dafür verantwortlich sein solltest. Das große Ereignis im Minental hat nicht nur die Magier des Wassers und andere aufrechte Bürger wieder in die Freiheit entlassen. Die Verbrecher des ganzen Landes laufen frei in Korinis umher und bedrängen heute die Menschen dieser Stadt. Die Banditen haben schon große Landstriche in der Umgebung der Stadt eingenommen. Es ist fast unmöglich geworden, unbeschadet die Stadt zu verlassen. Was wäre denn etwas Angemessenes, das dich überzeugt? Ein großes Rätsel beschäftigt Korinis in diesen Tagen. Die Zahl der Vermissten dieser Stadt scheint fast täglich zu steigen. Wenn du es schaffen solltest, mir zu erklären, was mit ihnen geschehen ist, dann sollte dein Platz im Ring des Wassers sicher sein. Allerdings solltest du zuerst eine Nachricht zu den Paladinen bringen. Ich glaube, die Sache ist von äußerster Wichtigkeit. Rede mit Lord Hagen. Aber Lord Hagen wird mich nicht vorlassen. Doch, das wird er zweifelsohne tun, wenn du einer mächtigen Gemeinschaft angehörst. Der Ring hat weitreichende Beziehungen. Wir werden dir helfen, deine Nachricht so schnell wie möglich zu überbringen. Du solltest darüber mit meinem vertrauten Laris sprechen. Er wird dir helfen. Welcher Gemeinschaft soll ich mich anschließen? Es gibt nur drei Gemeinschaften, die mächtig genug sind. Die städtische Miliz, das Kloster der Feuermagier oder die Söldnertruppe auf dem Hof des Großbauern. Die Wahl liegt bei dir, mein Sohn. Sicher kann dir Laris bei dieser schwierigen Entscheidung zur Seite stehen. Rede mit ihm darüber. Das werde ich tun. Gibt es etwas, das mir bei der Suche helfen kann? Du bist sehr beharrlich, junger Mann. Aber mir fällt tatsächlich etwas ein, das dir deine Aufgaben erleichtern könnte. Ich werde dir dieses Erz-Amulett mitgeben. Du kannst es sicher gut gebrauchen. Es ist ein Amulett der suchenden Irrlichter. Es gibt nur sehr wenige dieser Art. Das Irrlicht, das in diesem Amulett inwohnt, hat ganz besondere Eigenschaften. Es kann dir helfen, Dinge zu finden, die du mit bloßem Auge oft nicht sehen kannst. Um es zu rufen, musst du das Amulett nur anlegen. Wenn es seine Kraft verliert oder du es nicht finden kannst, lege das Amulett einfach nochmal an und es wird wieder erscheinen. Das Irrlicht kann Waffen aufspüren. Bei deiner Nachforschung über die Waffenlieferung an die Banditen könnte es dir sehr nützlich sein. Behandle es gut und es wird dich nie im Stich lassen. Oh nice. Kann das Irrlicht noch mehr? Mehr als nach Nachkampfwaffen zu suchen, meinst du? Nicht, wenn du es ihm nicht beibringst. Soviel ich weiß, ist Triordian ein Lehrmeister dieser Wesen. Er ist einer von uns und zur Zeit mit Satoras unterwegs. Vielleicht kann er dir mehr dazu sagen. Danke. Ich werde gut darauf achten. Ich bitte um deinen Segen. Für was soll ich dir meinen Segen geben, Fremder? Ich will als Lehrling bei einem der Meister in der Unterstadt anfangen. Geh mit dem Segen Adanos, mein Sohn. Wo finde ich einen geweihten Enos? Am besten schaust du mal am Marktplatz vorbei. Dort wirst du einen Abgesandten des Klosters finden. Okay, das skippen wir einmal so durch. Wenn du Laris siehst, gib ihm dieses Ornament und sage ihm, dass es zurückgebracht werden muss. Der wird schon wissen, was er damit zu tun hat. Nice. Börger, Börger, Bartok. Mut. Was? Ich bin mir da nicht so sicher. Verpiss dich. Ich ist heute nicht so gut drauf. Schlimme Zeiten sind das. Ist doch wahr. Wir können nur abwarten. Ist das wirklich wahr? Das ist mal wieder typisch. Das hätte er auch selbst wissen können. Kriege ich ja was zu trinken? Wenn du Gold hast, kannst du ja sogar was essen. Worum soll ich mich denn noch alles tun? Erzähl mir etwas über die vermissten Bürger der Stadt. Ich habe gehört, dass es viele am Hafen unten erwischt haben soll. Was nicht verwunderlich ist bei der Gegend da unten. Selbst Torben, der Tischler in der Unterstadt, beklagt den Verlust seines Lehrlings. Harkon, ein Händler vom Marktplatz, erzählte eine besonders abenteuerliche Geschichte. Er meinte, da wäre so ein Typ, dem er sonst jeden Tag über den Weg gelaufen wäre, auf einmal wie vom Erdboden verschluckt. Er ist deswegen sogar bei der Miliz gewesen. Die Bürger der Stadt sind daraufhin alle ziemlich in Panik geraten. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich schätze, das ist alles Unsinn. Korinis ist eine raue Stadt und vor den Toren lauern eine Menge Gefahren. Wenn du nicht innerhalb der Stadtmauern bleibst, wirst du von Banditen überfallen oder von wilden Tieren gefressen. So einfach ist das. Und wie läuft das Geschäft so? Ach, hör auf. Lord André lässt am... Jetzt kommen fast nur noch die reichen Leute aus der Oberstadt her. Was ist so falsch an denen? Einige von den feinen Pinkeln können dir ganz schön auf die Nerven gehen. Dieser Valentino zum Beispiel. Ich kann den Kerl nicht leiden. Aber ich kann mir meine Kundschaft nicht aussuchen. Ich brauche jedes Goldstück. Das bisschen, was ich gespart habe, ist mir zusammen mit meinem Ganzen selber gestohlen worden. Er sollte lieber den Mund halten. Du bist bestohlen worden? Ja, ist schon eine Weile her. An dem... Ich war nicht lange hinter der Theke weg. Aber den Mistkerln hat's gereicht. Ich war schon bei der Miliz deswegen. Aber die haben natürlich nichts gefunden. Stattdessen besaufen sie sich am Freibierstand. Was ist los mit diesem Valentino? Er ist stinkreich und muss nicht arbeiten. Und er bindet das auch jedem auf die Nase. Egal, ob man's hören will oder nicht. Er säuft viel und bleibt immer bis zum Ende, bis er dann früh am Morgen zurück ins obere Viertel fangt. Das geht jeden Tag so. Was muss ich machen, um ins obere Viertel zu kommen? Du musst Bürger der Stadt sein. Such dir eine Arbeit. Am besten bei den Handwerkern in der Unterstadt. Dann bist du ein Bürger der Stadt. Tja, und wenn dir das noch nicht reicht, dann sprich mit Lord André in der Kaserne. Vielleicht nimmt er dich ja bei der Stadtwache auf. Die kommen auch ins obere Viertel. Zeig mir dann. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Das ist doch kein Geheimnis mehr. Ich hab so einiges gehört. Wer sagt denn sowas? Das hat er wirklich nicht verdient. Ich habe was anderes gehört. Ich hab da meine eigene Meinung. Okay, dann sprechen wir mal mit Valentino. Hast du keine Manieren? Ist ja ekelhaft. Ewig dieses dreckige Gesindel. Hast du keine Arbeit, wo du jetzt sein müsstest? Aber ich glaube, so einen runtergekommenen wie dich vermisst keiner. Was? Tja, wenn du mal so viel Gold hättest wie ich, müsstest du auch nicht arbeiten. Aber so reich wirst du nie sein. Ich merke schon, mit dir werde ich mich noch amüsieren. Okay, den machen wir mal später. Bartok. Oh ja. Hey, du. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Wie sieht's aus? Du kommst wohl nicht von hier, was? Mach dir nix draus. Ich auch nicht. Wo hast du dich vorher rumgetrieben? In den Wäldern. Dort habe ich Scavenger und Wölfe gejagt, zusammen mit ein paar anderen Jägern. Aber das habe ich aufgegeben. Die Zeiten sind gefährlich. Da draußen läuft viel zu viel Gesindel rum. Wo kann ich die anderen Jäger finden? Wir hatten unser Lager draußen, in der Nähe der Taverne, auf halbem Weg zu Onas Hof. Aber ob jetzt noch einer im Lager ist, weiß ich nicht. Bis vor einigen Tagen waren wir noch zu zweit hier in der Stadt. Mein Freund Troka ist ein hervorragender Jäger. Bospa sagte, du hättest für ihn gearbeitet. Ja, hab ich. Aber ihn haben nur seine scheiß Fälle interessiert. Ich hab ihm gesagt, wie gefährlich es da draußen geworden ist. Er hat mir gar nicht richtig zugehört. Naja, immerhin hat er gut gezeigt. Darüber konnte ich mich nie beklagen. Kannst du mir sonst noch etwas über ihn erzählen? Tja, letztens wurde Bospa einer seiner Bögen gestohlen. Am helllichten Tage. So ein Typ ist einfach bei ihm reinmarschiert und hat sich einen Bogen mitgenommen. Die Diebe werden auch immer dreister. Oh ja, reicher Pinkel. Das ist... Mit solchen Leuten kann ich auch nicht. Wo ist denn Freund Troka jetzt? Tja, das ist eine merkwürdige Geschichte. Erst bis vor einigen Tagen noch standen wir beide an der Theke in Koragons Taverne und sprachen über die Jagd. Frag mich nicht, was dann passierte. Ich hatte schon einiges getrunken. Ich weiß nur noch, dass Troka sagte, er wolle eben ein paar Sumpfkrautstängel besorgen und kam nicht wieder. Hast du nicht nach ihm besucht? Das nicht. Aber ich hab's der Miliz gemeldet. Die haben ihn aber auch noch nicht finden können. Will nicht hoffen, dass ihm ein Wolf angefallen hat oder noch Schlimmeres. Ich hab Angst, dass ich eines Tages bei der Jagd über seine Leiche stolpere. Ich fürchte, das würde ich nicht verkraften. Oha. Wo bekommt man den Sumpfkrautstängel? So viel ich weiß, irgendwo am Hafen. Nice. Was ist denn, wenn wir zusammen auf die Jagd gehen? Hm, zu zweit ist es nicht mehr so gefährlich, das stimmt schon. Verstehst du denn was vom Jagen? Ich meine, weißt du, wie man Tieren das Fell abzieht? Ja. Na gut, aber ich will 50 Goldstücke sehen. Dafür kannst du dann die Fälle behalten und an Bospor verkaufen. Ist ein fairer Deal, oder? Was du nicht sagst. Später. Kannst du mir etwas über die Jagd beibringen? Ich kann dir beibringen, wie du dich richtig anschleichst und wie du mit dem Bogen umgehst. Ich hab mir das schon gedacht. Bringen wir bei wie... Gut, also zuerst muss... Geh am besten in die Knie und achte darauf, dass du dein Gewinn... An die meisten Viecher kannst du dich nicht ranschleichen. Also pass immer gut auf, wenn du... Noch mehr Ärger kann ich nicht. Okay, super. Irgendwer muss die Ärger sein. So, who the fuck is that? Ärger. Inos. 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 Okay. Ach, ich hab ja noch... Such mir etwas. Ich brauche... Hm. Noch ein Rucksack. Okay. Oh. Ah, Kundschaft. Was kann ich für dich tun? Ich habe ein paar Fragen zur Stadt. Auch wenn es im Moment nicht so aussieht, ist es doch seit dem Krieg mit den Orks, sodass zur Zeit keiner weiß so recht. Der Markt ist direkt vor der Stadt. Auf der anderen Seite der Stadt gibt es noch ein paar Läden und Handwerken. Ansonsten gibt es im Hafenviertel noch einen Fischhändler. Er hat seinen... Okay, nice. Da bist du hier richtig. Einer der Paladiner hat mir gesagt... Ja, ja. Wir haben noch ein oder zwei Betten frei. Geh einfach nach oben und such dir ein Bett. Ich weiß auch nicht, was... Ich denke, zum einen wollen sie die armen Schlucker von der Straße holen, damit die keine... Und zum anderen wollen sie sich mit den fahrenden Händlern gutstellen. Jetzt, wo die Bauern sich auflehnen, sind wir auf die Versorgung durch die Händler angewiesen. Außerdem, denke ich, wollen sie die Stimmung in der Stadt ein bisschen anheben. Dort, André hat ja auch angeordnet, dass am Galgenplatz Freibier ausgeschenkt wird. Wer übernachtet hier zur Zeit? Es sind fast alles fahrende Händler vom Markt. Aha. Denkt nicht mal dran, dich an ihren Sachen zu vergreifen. Ich will hier keinen Ärger haben. Das habe ich schon immer gesagt. Okay. Lass dich von mir nicht. Hallo, Greg. Eine Sache. Hör zu, Kleiner. Ich habe im Moment... Wir werden uns sp... Keiner was. Was du nicht sagst. Meinst du, mir geht es besser? Hm. So, schlafen wir bis zum nächsten Morgen. Ist das wirklich... Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Der erzähle ich gar nichts mehr. Ich glaube da nicht dran. Vom Schlösser knacken verstehe ich nichts. So, dann sprechen wir hier doch mal mit den Händlern. Du schuldest mir noch einen Gefallen. Es ist Zeit, diese Schuld zu begleichen. Was willst du? Ich will meinen alten Stand am Marktplatz zurück. Den hat sich Sarah unter den Nagel gerissen. Aber sie hat lange genug dort gestanden. Ich will, dass sie den Stand aufgibt. Und welche Rolle spiele ich dabei? Ich gebe dir einen Brief. Den schiebst du ihr in die Tasche. Dann gehst du zu Andre und erzählst ihm, dass Sarah Waffen an Ona verkauft. Sie landet im Gefängnis. Du kassierst das Kopfgeld. Und ich kriege den Stand. Du hast zwei Tage Zeit, das zu erledigen. Was passiert, wenn ich das nicht mache? Das wäre wirklich dumm von dir. Denn siehst du, ich weiß, dass du ein entflohener Sträfling bist. Wenn sich das herumspricht, könnte das deiner Situation in der Stadt erheblich schaden. Okay, ich habe offensichtlich keine andere Wahl. Du bist ein schlauer Bursche. Wie soll ich ihr den Brief unterscheiden? Lass dir einfach ihre Ware zeigen. Und dabei steckst du ihr den Brief zu. Und denk dran, ich bin ein einflussreicher Mann in der Stadt, also versuche nicht, mich zu verarschen. Das ist ja schrecklich. Zeig mal, such dir was. Das ist mal wieder typisch. Das ist ja schrecklich. Ich habe was anderes gehört. Schlimme Zeiten sind das. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Ich muss warten. Was du nicht sagst. Willkommen, Fremder. Mein Name ist Baltram. Ach, erzähl mir nicht so was. Bist du gekommen, und da muss ich dich leider enttäuschen. Aber bald bekomme ich eine Wahl. Okay. Zeig mir deine Er redet einfach zu viel. Hast du ein Nein, ich habe schon ein Boten. Probier's Okay. Mein Mann sieht das anders. Ich bin Zuriss, Meister der Tränke. Benötigst du eine Essenz der Heilung? Schlimme Zeiten sind das. Störst du deine Tränke selbst her? Nein. Ich beziehe sie entweder aus dem Kloster oder kaufe sie von Konstantino, dem Alchemisten. Wenn du an der Herstellung von Tränken interessierend bist, dann sprich mit ihm. Er braucht einen Gehilfen. Aber er ist zu eigensinnig, um selbst jemanden einzustellen. Er ist halt störrisch wie ein Maulesel. Er kommt immer bei mir vorbei, wenn er draußen vorm Osttor Pflanzen für seine Tränke sammelt. Wer sagt denn sowas? Wo finde ich Konstantino? Er hat seine Kammer im Tunnel bei Harads Schmiede. Sollte nicht schwierig zu finden sein. Wo genau sammelt Konstantino seine Kräuter? Er geht immer durch das östliche Stadttor hier und verschwindet dann nach links in die Wildnis. Er hat mal erzählt, dass in der Gegend dort so ziemlich alles wächst, bis auf Kronstöckel. Hat Konstantino auch erzählt, wo man Kronstöckel findet? Ich hab ihn mal sagen hören, dass das Zeug in der Nähe von Steinkreisen wächst. In der Nähe von Lobarts Hof, das ist der Hof draußen vor dem anderen Stadttor, ist einer dieser Steinkreise. Er liegt auf einem Hügel, glaube ich. War mal ein Grab oder sowas. Okay. Zeig mal. Ehrlich, ich hab es selbst erlebt. Mein Mann sieht das anders. Ich glaube da nicht dran. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Was machst du hier? Wüsste nicht, dass dich das was angeht. Hau ab! Das ist mal wieder typisch. Wie läuft das Geschäft? Als die Paladine kam, dachte ich, das wäre eine gute Gelegenheit, Geschäfte zu machen. Aber sie lassen sich ihre Waffen von Harad herstellen und weder Harko noch ich verdienen auch nur ein Goldstück an ihnen. Dazu kommt noch, dass die Nahrungsversorgung durch die Bauern ausbleibt und alles teurer geworden ist. Da ist es nur ein kleiner Trost, dass die Paladine meine Hotelrechnung bezahlen. Was ist das Problem mit den Bauern? Sie weigern sich, ihre Erträge zu liefern. Jetzt, da keine Schiffe mehr anlegen, ist die Stadt natürlich auf die Versorgung durch die Bauern angewiesen. Und Ona, der größte Bauer, hat sich Söldner angeworben, die seinen Hof vor den Stadtwachen beschützen. Die würden sich die Waren sonst einfach holen. Aber die Söldner bewachen nicht nur den Hof von Ona. Sie kommen bis zu den kleinen Höfen in der Nähe der Stadt heran, um die Bauern dort einzuschüchtern. Als ich an Akils Hof vorbeigekommen bin, habe ich sie gesehen. Ich möchte jetzt nicht in seine Haut stecken. Wo finde ich Akils Hof? Wenn du aus dem östlichen Stadttor hier rausgehst und dem Weg rechts hoch folgst, kommst du zu einer Treppe. Die führt hoch zu Akils Hof. Aber da würde ich jetzt nicht hingehen. Die Söldner sind bestimmt noch da. Er redet einfach zu viel. Zeig mir deine Ware. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Das ist ja interessant. Und das ist doch kein Geheimnis mehr. Ich glaube da nicht dran. Wirklich? Ach, es ist ja nicht sowas. Und wer muss die Arbeit ja machen? Er redet einfach zu viel. Was kann ich für dich tun? Suchst du geistigen Beistand? Willst du ein Gebete an unseren Herrn Inos richten? Er sollte lieber den Mund halten. Ich muss mit den Paladinen sprechen. Kannst du mir helfen, zu ihnen zu kommen? Tja, du brauchst Zugang zum oberen Viertel. Doch der ist nur den Bürgern und der Stadtwache erlaubt. Und natürlich uns Feuermagier. Wie kann ich Feuermagier werden? Du musst unserem Orden als... Doch, bis zur Aufnahme ist es ein langer Weg des Arbeitens und Studierens. Ich will mir deinen Segen holen. Das ist gut. Das ist gut. Dann willst du vermutlich Gold an die Heilige Kirche Inos spenden. Ja? Eigentlich wollte ich deinen Segen um als Lehrling in... Aber mein Sohn. Ohne eine bescheidene Spende an die Kirche kann ich dich unmöglich segnen. Wie soll ich mich denn sonst deiner guten Absichten gegenüber der Heiligen Kirche Inos versichern? Wie viel ist denn eine übliche Spende? Nun, das kommt darauf an, welchen Teil du... Ah ja, du hast mehr als 50 goldene Münzen. Spende für... Ich segne dich im Namen Inos, denn er ist das Licht und die Gerechtigkeit. Wo kommst du her? Ich komme aus dem Kloster der Magier, das in den Bergen liegt. Wir nehmen dort jeden auf, der reinen Herzens ist und den Wunsch verspürt, unserem allmächtigen Herrn Inos zu dienen. Okay. Was für ein komischer Typ. Inos zum Gruß, Fremder. Wenn du ein gutes Sortiment für Reisende suchst, dann bist du bei mir richtig. Aber ich warne dich. Wenn du vorhast, dich bei mir zu bedienen, ohne zu bezahlen, rufe ich die Stadtwache. Moment mal. Du wärst nicht der Erste, der sich heute an meinen Sachen bereichert. Ach, erzähl mir nicht sowas. Das habe ich schon immer gesagt. Du bist bestohlen worden? Beweisen kann ich's nicht. Der Typ war verdammt clever. Hat sich vorgestellt als Rengaru, wenn das überhaupt sein richtiger Name war. Treibt sich schon die ganzen letzten Tage am Marktplatz rum. Und jeden Abend säuft er sich einen an, am Bierstand die Straße runter. Ich wette, der Mistkerl versäuft mein Geld. Hab nur mal einen Moment nicht aufgepasst und mein Geldbeutel war weg. Ich könnte dir dein Gold wieder beschaffen. So. Und warum solltest du das tun? Kommt drauf an. Kannst du mir helfen, ins obere Viertel zu kommen? Ja, da hast du dir den falschen ausgesucht. Ich komme von... Wenn du ins obere Viertel willst, geh zu den ansässigen Händlern in der Unterstadt. Ich will einen Teil des Goldes als Belohnung. Sieh erstmal zu, dass du mein Geld wieder beschaffst. Dann unterhalten wir uns über deine Belohnung. Wirklich? Das ist ja interessant. Das habe ich schon. Ich werde mal sehen, was ich machen kann. Sei vorsichtig. Wenn du den Mistkerl einfach umhaust, werden die Stadtwachen eingreifen. In letzter Zeit ging es hier ziemlich rau zu. Und seit die Paladine da sind, greifen die Wachen bei Schlägereien in der Stadt hart durch. Also lass dir was einfallen. Wehr dich. Das ist mal wieder typisch. Zeig mir dann... Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Und es wird noch viel schlimmer. Das weiß doch inzwischen jeder. Er redet einfach so viel. Das ist mal wieder typisch. Der erzähle ich gar nichts mehr. Das darfst du keinem erzählen. Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Okay. Nice. Und es wird noch viel schlimmer. Sag mal, wohin geht es eigentlich? Er sollte lieber den Mund halten. So. Ich bin Harkon, der Waffenhändler. Kann ich etwas für dich tun? In diesen Tagen sollte jedermann eine Waffe tragen. Vor allem, wenn er außerhalb der Stadtmauern unterwegs ist. Ich hab was anderes gehört. Erzähl mir mehr. Es ist verdammt gefährlich geworden da draußen. Zum einen wegen der Banditen. Und zum anderen wegen der wilden Tiere. Selbst die Tiere scheinen in diesen beschissenen Zeiten nicht genug zu fressen zu haben. Sie wagen sich immer näher an die Stadt ran. Das habe ich schon immer gesagt. Weißt du etwas über die Paladine? Ja, die Kerle versauen mir mein Geschäft. In der ganzen Stadt kannst du höchstens noch Kurzschwerter kaufen. Alles, was länger als eine Elle ist, haben sie sich unter den Nagel gerissen. Dafür darf ich jetzt umsonst im Hotel wohnen. Puh. Wo bekommst du deine Waffen her? Harald, der Schmied, hat mich bisher immer beliefert. Jetzt produziert er nur noch für die Paladine. Er arbeitet Tag und Nacht, wie bescheuert. Umsonst für die Kerle. Er denkt, es wäre seine Pflicht. Alles, was ich dir anbieten kann, sind Restbestände. Was weißt du über das Verschwinden der Bürger von Korinies? Ich habe schon viele durch das Stadttor im Osten schreiten sehen. Einige sind gekommen, die ich in meinem Leben noch nie vorher gesehen habe. Und viele sind dort hinausgegangen und kamen nie wieder. Aber neulich geschah etwas, das war schon befremdlich. Da war so ein Kerl bei mir. Ich glaube, Joe ist sein Name. Er prallte damit, dass er bald zu großem Geld kommen würde. Er wüsste angeblich, wie man in einen der Stadttürme, in denen die Miliz ihre Waffen aufbewahrt, hineinkäme. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Obwohl er mir sonst jeden Tag etwa um die gleiche Zeit über den Weg gelaufen ist. Okay. Ich habe das der Miliz gemeldet und dachte, vielleicht haben sie ihn erwischt. Und ich finde ihn da im Kerker wieder. Lord André wusste aber nicht, wovon ich rede. Er kannte den Typen nicht einmal. Was warst du über die Banditen? Was ich von ihnen weiß? Auf dem Weg in die Stadt haben sie mich ausgeraubt. Und ich bin nicht der Einzige. Die treiben hier schon seit geraumer Zeit ihr Unwesen. Die Miliz hat zwar mal versucht, sie aufzuspüren. Aber ohne Erfolg. Weißt du, wer von der Miliz an der Suche beteiligt war? Der Kerl heißt Pablo. Er war mit ein paar anderen auf der Suche nach den Banditen. Aber gefunden haben sie nichts. Weißt du, wo ich Pablo finden kann? Er patrouilliert durch die Stadt. Du findest ihn entweder am Tempelplatz oder in der Unterstadt. Wo bist du überfallen worden? In der Nähe von Akils Hof. Geh einfach hier vorne aus dem Stadttor hinaus und folge dem Weg nach. Das ist ja schrecklich. Dann kommst du nach einer Weile zu ein paar Treppenstufen. Von dort kamen die Kerle. Ich wette, die haben in dem Wald dahinter ihr Versteck. Der erzähle ich gar nichts mehr. Zeig mir deine. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Das ist ja schrecklich. Mein Mann sieht das anders. Er erzählt alles weiter. Ich werde mich darum kümmern. Was? Du willst dich mit den Banditen anlegen? Du alleine? Du bist wohl ein guter Kämpfer, was? Wie viel ist dir die Sache wert? Es ist eine gefährliche... Naja, mir soll es recht sein. Ich zahle dir 100 Goldstücke, wenn du die Banditen besiegst. Okay, nice. Dann sprechen wir einmal mit Pablo und dann würde ich hochlaufen zu dem Steinkreis und da einmal gucken, ob ich irgendwo Kronstöcke finde. Oh, das war gar nicht Pablo. Und an diesem Ort waren Ordnung und Chaos zugleich. Ich habe was anderes gehört. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. So. Okay, dann gehen wir erstmal zur Stadtwache. Gucken wir mal hier rein. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay. Hallo Karl. Was wird dich in dieser Arme gehören? Was suchst du hier? Ich sehe mich nun mal um. Aha. Dann lass dich besser nicht mal. Scheint nämlich so, als hätten wir ein paar Diebe in der Stadt, die den reichen Leuten ihren Krempel trauen. Die Stadtwache hat letztens das ganze Hafenviertel auf den Kopf gestellt, aber sie haben nichts gefunden. Was weißt du über die Diebe? Nichts. Aber alle Bürger haben Angst und sind misstrauisch geworden. Vor allem fremden Dieben. Ja, sorry. Lass dich nicht in fremden Häusern erwischen. Darauf ist kein... Ja. Vor Dieben muss man sich schützen. Am besten mit einem dicken Knöppel. Kannst du mir was beibringen? Ach, ich schmiede hier ein paar Beschläge, aber vom Schmieden von Waffen verstehe ich nicht genug, um dich zu unterrichten. Äh, wenn du das lernen willst, dann... Aber wenn du ein bisschen deine Muskeln trainieren willst, dabei kann ich dir helfen. Was willst du fürs Training haben? 50 Goldstücke und ich helfe dir dabei, stärker zu werden. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Glaubst du wirklich daran? Hier lang. Oder habe ich Kronstöcke schon im Inventar? Drachenwurzel... Altkraut... Feuerkraut... Nö. Hm. Oh. 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 Okay. 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 Oh, okay. Wo ist was aufgegangen? Hm. Oder ist das unten irgendwo aufgegangen? So. So. Hm. Hier ist kein Kronenstöckel. Das macht richtig... Oh. Ich brauch Klau. Dankeschön. Gucken wir hier nochmal. Aber wir könnten eben Fleisch braten. Oder auch nicht. Okay. Hey, du. Hast du so... Ich nicht. Okay, dann fragen wir mal die Frau nochmal. Hey. Womit denn? Womit denn? So, dann gucken wir da hinten mal, ob irgendwas freigegangen ist. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Dann gucken wir mal, wo hier was aufgegangen ist. So, beziehungsweise ob hier überhaupt was aufgegangen ist. Das Portal. Okay. Gucken wir hier. Oh, Heikraut. Oh. Okay, das war ein Waage. Ein Schattenläufer. Okay. So, dann gucken wir doch mal beim... Dankeschön Soglex. Und willkommen. So. Dann sprechen wir jetzt einfach mal mit... Xadras, ob der noch was hat. Oder Xadras. Xadras war das Kopiat. Äh... Da. Hey. Hey. Hast du schon mit Lester gesprochen? Ja, ich habe ihn ordentlich gelöchert. Er konnte mir viel berichten. Aber er ist völlig erschöpft. Dass er diese Flucht überhaupt überlebt hat, grenzt schon an ein Wunder. Ich habe ihn erstmal ins Bett geschickt. Was hat er erzählt? Nichts Gutes. Er hat nicht nur einen Drachen gesehen, sondern auch Männer in dunklen Kapuzenmänteln. Nice. Und wenn es diese Männer gibt, dann stellt ihre Anwesenheit eine mögliche Bedrohung dar. Und das gefällt mir nicht. Hier, nimm meinen Ring. Er wird dich vor Magie beschützen. Oh, cool. Ich war in der Stadt. Und? Konntest du mit dem Anführer der Paladine reden? Ich werde nicht bei ihm... Unsinn. Du wirst doch einen Weg finden, zu ihm zu kommen. Notfalls geh ins Kloster und werde einer der Magier. Das ist zwar von meinem Standpunkt aus gesehen moralisch fragwürdig. Aber es bringt dich auch zum Ziel. Okay. Als Magier wirst du auf jeden Fall vorgelassen. Wie geht's jetzt weit? Wir machen weiter wie ge... Du... Okay. Zeig mal... Zeig mal... ... ... ... ... ... So, den Ring noch ausrüsten, Läster. Die Sache mit den Pflanzen für Konstantino hat geklappt. Ich bin damit an der Stadtwache vorbeigekommen. Na sag ich doch, du solltest eben ab und zu mal auf mich hören, mein Freund. Bist du immer noch erschöpft? Und wie. Ich habe Xander es alles erzählt. Jetzt werde ich noch ein bisschen pennen. So ein bis zwei Tage oder länger. Ich will was wie. Was hatte denn Windfaust? Entriegeln? Nice. Holger, Sofkrautfeld, Knöderich, Waldbären. Okay. So wär's das, ein Burger. Hallo Konstantin. Was willst du? Hier gibt es nichts umsonst. Ich bin auf der Suche nach einer Stelle als Lehrling. So, und bei wem willst du anfangen? Ich habe eine Fruchtfliege erwischt. Ich will bei einem der anderen Meister anfangen. Du kommst, um dir meine Zustimmung zu holen? Ja. Meinetwegen kannst du anfangen. Ich will bei mir. Nein. Ich hatte schon einmal das zweifelhafte Vergnügen, sich mit einem Lehrling herumschlagen zu müssen. Ich habe Jahre in seine Ausbildung investiert. Und am Ende hat der arme Narr sich selbst vergiftet. Wir wagen bei einem anderen Meister an. Was muss ich tun, damit du mich als Lehrling aufnimmst? Ach, ich will nicht noch einen Dilettanten auf dem Gewissen haben. Es gibt eine Vielzahl von Kräutern, die in den unterschiedlichsten Variationen die unterschiedlichsten Wirkungen entfalten. Vermutlich kennst du nicht mal die Hälfte von ihnen. Hier, ähm, das ist eine Liste der wichtigsten Pflanzen. Bring mir eine Pflanze jeder Art. Und ich werde nochmal darüber nachdenken, sich als Lehrling aufzunehmen. Okay. Ich suche Riesow. Eigentlich nicht. Dann verschwinden. Hehe. Heiltrankrezeptor, Mana-Trank, okay. Wegen der Pflanze, wenn du es verstehst. Okay. Was willst du? Ich wollte mich hier mal umsehen. Und wo genau willst du hin? Ist hier in letzter Zeit was Aufregendes passiert? Die Stadtwache hat vor kurzem das ganze Hafenviertel auf den Kopf gestellt. Sie waren auf der Suche nach Diebesgut. In letzter Zeit gab es eine Menge Diebstähle hier. Vor allem in den besseren Vierteln. Klar, dass sie das alles auf die armen Schlucker im Hafen schieben wollen. Eigentlich war ich auf dem Weg ins obere Viertel. Ja klar. Und ich wollte gerade aufs Schiff und mich zu meiner Audienz beim König bringen lassen. Leute wie du und ich kommen nicht mehr ins obere Viertel, seit die Paladine da sind. Bist du Bürger dieser Stadt? Wenn du meinst, ob ich hier wohne. Ja. Aber ins obere Viertel lassen sie mich deswegen noch lange nicht. Nur die feinen Pinkel oder die Händler und Handwerker aus der Unterstadt kommen da noch rein. Die Leute aus dem Hafenviertel haben in Korinis nicht viel zu melden. Hier gibt es noch nicht mal eine regelmäßige Milizpatrouille. Was gibt es denn hier Interessantes zu sehen? Hier gibt es einen Puff und eine Kneipe. Der Wirt heißt Cardiff. Wenn du Informationen willst, dann sprich mit ihm. Er ist der richtige Mann dafür. Brauchst du eigentlich Geld? Hast du was zu verschenken? Nein. Aber direkt hier gegenüber ist das Haus von Lema, dem Geldverleiher. Er wird dir sicher ein paar Goldstücke geben. Geh nur zu ihm. Arbeitest du für Lema? Schlaues Kerlchen. Dann sprechen wir mal mit Lema. Ich glaube da nicht dran. Wie sieht's aus? Wie viel willst du? Was heißt wie viel? Ich bin der Geldverleiher und du kommst zu mir. Was wirst du schon von mir wollen? Geld natürlich. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Bleib mir Geld. Klar. Wie viel willst du? Das interessiert mich nicht. Er sollte lieber den Mund halten. Ich über... Was denn jetzt? Okay, ich brauch kein Geld. Ehrlich, ich hab es selbst erlebt. So, wer ist das hier? Fällern. Warum hämmerst du? Ich versuche schon seit Tagen verzweifelt mein Haus wieder dicht zu kriegen. Während der letzten Regenfälle ist das ganze Gebälk völlig morsch geworden. Bald wird hier alles zusammenbrechen. Lass es mal wieder tun. Okay. Ich hätte das anders gemacht. Das habe ich schon immer gesagt. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht. Mir warst du sehr besser. Das ist eine schlimme Sache. Stimmt es, dass Bewohner der Stadt einfach verschwinden? Das habe ich auch gehört. Bin mir aber nicht sicher, ob das auch wirklich so ist. Sieh dich doch mal um. Ist dieses Loch hier denn etwa der Ort, wo du alt werden willst? Kein Wunder, dass ich die Leute aus dem Staub mache. Was machst du hier? Mein Name ist Brahim. Ich zeichne und verkaufe Karten. Da du hier neu bist, kannst du vielleicht eine Karte der Stadt gebrauchen. Sie ist sehr günstig. Und bis du dich eingewöhnt hast, äußerst nützlich. Zeig mir dann. Okay, das brauchen wir erstmal nicht. Okay, was gibt es denn hier noch zu erkunden? So, ich muss mal eben ganz fix kurz weg. Wir sehen uns gleich wieder. Klein jemand? Wir sehen uns gleich wieder. Wir sehen uns gleich wieder. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich schon wieder. Ich wollte hier hinten mal gucken. Hey. Okay. 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 Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie ab. Hm. Okay, dann... Gucken wir mal hier hinten. Großer Fisch. So. Ich werde verrückt, was machst du denn hier? Er ist jetzt mit seinen Jungs auf dem Hof von Onar, dem Großbauern. Er hat einen Deal mit dem Bauern gemacht. Er und seine Jungs verteidigen den Hof und Onar füttert sich dafür durch. Vatras schickt mich. Er sagt, ich soll zu dir kommen, wenn ich Hilfe brauche. Ach, bei Vatras warst du also auch schon. Du musst ja einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen haben. Sonst hätte er sicherlich nicht so bereitwillig meinen Namen genannt. Vor allem nicht, weil die Sache mit den verschwundenen Leuten immer noch nicht geklärt ist. Sag mir, was du brauchst. Vatras gab mir dieses Ornament für dich mit. Er sagt, er soll zurückgebracht werden. Natürlich, es bleibt mal wieder an mir hängen. Hätte ich mir ja denken können. Ich muss damit über die halbe Insel rennen, um es den Wassermagiern zu bringen. Ich werde das Ornament für dich hinbringen. Ich glaube, es ist besser, wenn ich es selbst überbringe. Aber du könntest mich begleiten. Doch ich komme hier im Moment nicht weg. Ich muss den Hafen im Auge behalten. Ich hätte das anders gemacht. Was genau machst du hier im Hafen? Darüber kann ich nicht reden. Vatras würde mir den Kopf abreißen. Er hat auf die falschen Leute gehört. Ich brauche deine Hilfe. Und was genau schwebt dir da vor? Wie wär's mit einer besseren... Hm, ich glaube, Matteo verkauft Rüstung. Allerdings könntest du billiger rankommen, wenn du kein Problem damit hast, dich ein bisschen mit der Miliz anzulegen. Wie meinst du das? Neben Matteos Haus ist ein Lagerplatz. Aber die Waren wurden alle von der Miliz beschlagnahmt. Geh zu Zures am Marktplatz und besorg dir einen Schlafzauber. Damit legst du die Wache schlafen. Ich bin mir sicher, dass du in Matteos Lager eine brauchbare Rüstung finden wirst. Leister Tipp. Ich brauche Geld. Das brauchen wir alle. Soll heißen, ich kann dir nichts geben. Aber Lema, der Geldverleiher, schuldet mir noch einen Gefallen. Geh zu ihm und lei dir das Geld, das du brauchst. Den Rest regle ich dann schon. Du findest Lema im Hafenviertel an der Grenze zur Unterstadt. Ich brauche eine bessere Waffe. Damit kann ich dir leider nicht dienen. Hast du es schon mal am Marktplatz versucht? Wird sich das jemals ändern? Wegen der verschwundenen Leute. Warum erfahre ich das jetzt? Ist die Sache nicht eine Angelegenheit der Miliz? Die Miliz hat auch nichts drauf, wenn du mich fragst. Die kommen nie dahinter. Die verschwundenen Leute sind wie vom Erdbooten verschluckt. Wird sich das jemals ändern? William, einer der Fischer hier in Corinne ist, war der Erste. Eines Tages kam er einfach nicht mehr nach Hause. Erst hatten wir vermutet, dass er mit seinem Boot draußen auf dem Meer einem dieser Seeungeheuer zum Opfer gefallen ist. Aber kurze Zeit später verschwanden noch mehr Bewohner der Stadt und Umgebung. Es scheint jedoch keine Methode dahinter zu stecken. Bisher sind alle völlig ratlos. So wie es aussieht, müssen wir abwarten, bis wir über einen Hinweis stolpern. Okay. Ich muss unbedingt mit den Paladinen reden. Was willst du denn von denen? Sie haben ein mächtiges Amulett, das Auge Enos. Ich muss es haben. Und du denkst, sie werden es dir geben? Du kommst ja nicht mal ins obere Viertel. Hab ich eine Alternative? Wenn ich du wäre, würde ich zu Onas Hof gehen und mit Lee reden. Ich bin mir sicher, wir finden einen Weg, dich ins obere Viertel zu bringen. Weißt du, warum die Paladine hier sind? Das weiß keiner so genau. Viele denken, es wäre wegen der Orks. Aber ich denke, es gibt einen anderen Grund. Hat wahrscheinlich was mit der alten Strafkolonie zu tun. Vatras sagte, du könntest mir helfen, mich einer Gemeinschaft anzuschließen. Keine Lust, den Leuten ihren Arsch hinterher zu tragen, was? Alles klar. Ich verstehe, was du meinst. Ich kann meinen Einfluss bei den Söldnern geltend machen, wenn du dich Lee anschließen willst. Sicher werden wir auch einen Weg finden, dich schnell im Kloster unterzubringen. Aber das Einfachste ist es sicherlich, wenn du dich der Miliz anschließt. Welche Gemeinschaft ist dir lieber? Ich nehme die Söldner. Die Söldner. Ich bin mir sicher, dass Lee dich aufnehmen wird. Aber du musst zuerst eine Probe beschreiben. Rede am besten mal mit Cord auf Onas Hof. Oh Gott, ist auch noch da. Er kann dir bei deiner Aufnahmeprüfung helfen. Sag ihm, dass du unter meinem Flügel wohnst. Er wird dann schon verstehen. Was hast du eigentlich mit Vatras zu schaffen? Ich hab da so ein kleines Abkommen mit den Wassermagiern, verstehst du? Was für ein Abkommen? Wir arbeiten für sie und sie sorgen dafür, dass wir keine Probleme aufgrund unserer Vergangenheit in der Sträflingskolonie haben. Du redest vom Ring des Wassers? Du hast schon davon gehört? Vatras hat mir davon erzählt. Sag das doch gleich. Erzähl mir mehr über den Ring des Wassers. Der Ring ist für die Wassermagier das, was die Paladine für die Feuermagier sind. Aber im Gegensatz zu den Paladinen arbeiten wir im Hintergrund. Der Ring ist eine mächtige Waffe im Kampf gegen die Gefahren, die den Menschen von Korinis drohen. Aber das kann nur funktionieren, wenn wir geheim halten, wer alles zum Ring des Wassers gehört. Deshalb erhalte die Sache für dich. Klar. Moin, Frozen Caesar. Ähm, soweit ganz gut. Gut, ich habe jetzt die Nostalgie Edition von Gothic 2 am Laufen. Und gestern haben wir Gothic 1 abgeschlossen. Also freue ich mich schon auf Gothic 2. Wir spielen die Spiele jetzt durch als Vorbereitung für das Gothic 1 Remake. Da freue ich mich schon sehr drauf. Erzähl mir mehr über Lee und seine Söldner. Was willst du wissen? Wie komme ich zum Hof des Großbauern? Es ist ganz einfach. Du gehst aus dem Osttor der Hafenstadt und dann immer auf dem Weg in Richtung Osten. Ich kann dich hinbringen, wenn du willst. Mott Lohr? Was genau ist das? Erzähl mir mehr über die Söldner. Also wenn du noch so ein harter Junge bist wie damals, solltest du mit ihnen keine Probleme haben. Die meisten von ihnen sind Raufbolde. Und wer sich nicht durchsetzen kann, kommt auch nicht weit. Wenn du zart beseitet bist, hast du keine Chance bei ihnen zu landen. Warum bist du nicht bei Lee und seinen Söldnern? Bin ich doch. Nur eben nicht auf dem Hof. Ich bin sozusagen unser Vorposten in der Stadt. Wir wollen ja schließlich nicht, dass das Schiff ohne uns abfährt. Legends of Azum. Kann ich dir empfehlen. Mod für Gossack 2. Okay, nice. Vielleicht spiele ich das mal durch, wenn ich das, äh, oh, streamst du im Moment? Okay. Dann muss ich da mal reingucken. Ja, ich habe Gossack 2 vor Urzeiten gespielt und ich wollte jetzt einmal so einen kompletten Retro-Nostalgie-Run machen von Gossack 1, 2 und 3. Und, ähm, ja, vielleicht gucke ich dann nochmal in, äh, Legends of Azum rein. Und bei dir gucke ich dann auch mal rein, wenn du streamst, dann gucke ich mir das mal an. Von welchem Schiff hast du geredet? Es liegt am Hochseehafen, hinter den Felsen. Lee und ein paar von seinen Leuten wollen unbedingt hier weg. Aber das kann noch dauern. Warum? Das fragst du am besten Lee, wenn du ihn triffst. Er hat Pläne. Jo, bitte, bitte. Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. Das ist gut. Aber die Entscheidung darüber, ob du aufgenommen wirst, liegt einzig und allein bei den Wassermagiern. Was hast du gemacht, um die Wassermagier zu beeindrucken? Ich habe sie eine lange Zeit über beschützt, als wir noch unter der Barriere gelebt haben. Und sie hatten allen Grund, mir dafür dankbar zu sein. Ähm, zockst du nur in Richtung Fantasy Games? Äh, nee. Ich zock auch, äh, sowas wie, äh, Factory Games. Ähm, ich hab... Ach, wie heißt das gleich noch? Foundry? Genau, Foundry habe ich gezockt. Dann noch ein oder zwei andere Spiele. Und, äh, ab Dienstag zocken wir Satisfactory, weil da das 1-0er Update rauskommt. Und das will ich mir unbedingt geben. Und, äh, Manie zockt dann mit uns zusammen auf dem Server. Das wird sicher ganz lustig. Genau, aber sonst hauptsächlich Rollenspiele und, ähm, Richtung Mittelalter Fantasy, kann man gut sagen. Wie ist das so, zum Ring zu gehören? Wir unterscheiden uns wesentlich von den üblichen Gemeinschaften, denen du hier in Korinis beitreten kannst. Wenn du erstmal zu uns gehörst, werden wir nichts von dir verlangen, was du nicht selbst bereit bist zu tun. Das Einzige, was von dir verlangt wird, ist, dich zu halten. Wir wirken im Verborgenen und wollen nicht, dass Außenstehende wissen, wer zu uns gehört. Wir werden dich im Auge behalten. Alles weitere wird sich zeigen. Dankeschön, Frozen. Und was zockst du so? Außer aktuell Gothic. Verstehe. Kannst du mir was beibringen? Klar. Wenn du willst... Das ist doch nichts Neues. Oh. Uh. Ja, ich zock immer von 18 bis 22 Uhr so um den Dreh. Außer am Wochenende da... Dann ein bisschen früher. Das Timing war nicht. Oh. Ja. Okay. Lass uns gehen. Solange mich hier... Okay. Dann nicht. Arbeiter, Arbeiter, Bürger, Arbeiter. Meldor, Finja. Du siehst recht mitgenommen aus. Lange nicht geschlafen, wie? Zu lange, würde ich sagen. Komm ruhig näher. Du sagst, du hast, was ich brauche. Auch Informationen? Aber ja doch. Was willst du wissen? So viele Retro-Games zocke ich eigentlich gar nicht. Also das, was ich wirklich am meisten gezockt habe, ist in dem Fall sogar Minecraft. Also... Ähm, ja. Und, äh, Gothic ist jetzt einfach wirklich ein Retro-Nostalgie-Run. Und sonst zocke ich eigentlich relativ aktuelle Spiele. Ist hier in letzter Zeit was Aufregendes passiert? Kann man wohl sagen. Ist noch gar nicht lange her. Ein Dieb ist hier vorbeigerannt. Er hatte wohl in der Unterstadt einen Bogen gestohlen. Die Miliz kam natürlich wie immer viel zu spät. Er ist ihnen entkommen, ist einfach ins Hafenbecken gesprungen und weg war er. Was gibt es hier im Hafen Interessantes zu sehen? Nun, wenn du etwas erleben willst, dann geh doch einfach rüber zu Cardiffs Hafenkneipe an der Kaimauer. Da ist immer was los. Du kannst es kaum verfehlen. Der Kerl, der da am Eingang steht, wird dich sicher darauf aufmerksam machen. Ansonsten gibt es da noch das große Schiff der Paladine. Die stattliche Kriegskalere des Königs. Wirklich sehenswert. Wenn du dich an der Kaimauer links hältst und unter der hohen Felswand hindurch gehst, wirst du es finden. Nice. Ähm. Horrorgames, auch was für dich. Äh. So an sich habe ich kein Problem damit. Nur. Äh. Ich mag diese Spiele nicht, die... Ich sag jetzt mal, eine halbe Stunde gehen und einen Loop drin haben. Sowas in der Art wie Phasmophobia oder so. Ähm. Ich finde diesen Loop für mich langweilig. Kann man das so sagen? Aber sonst, ähm, ja, muss es ein interessantes Spiel sein, damit ich das spiele. Und sonst ist der, äh, wie sagt man gleich noch, das Genre eigentlich egal. Das muss mich halt nur selbst interessieren. Keine Ahnung, sag du es mir. Meine Meinung kennst du ja schon. Kennst du jemanden aus dem oberen Viertel? Wenn ich jemanden dort kennen würde, dann würde ich hier sicher nicht stehen, mein Junge. Ich weiß nicht, warum er sich so aufregt. Meinst du mir geht das besser? Gibt es noch andere Händler hier am Hafen? Wenn du dich an der Kaimauer links hältst, findest du meinen Mann Halvor. Oh. Zeig mir dann. Meine Meinung gibt es. Das hat er wirklich nicht verdient. Das ist doch alles nur geäußert. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Also das Schlimmste, was mir immer passieren kann, ist, ähm, äh, wenn ich so Spiele spiele, wie zum Beispiel, oh oh, ah, Anno 1800 oder so, dann kann es mir gut und gerne passieren, dass ich da wirklich... Hey du, wo gehst du hin? Ganz egal, was du vorhast, dafür ist noch später Zeit. Du stehst hier vor der Perle Korinis, der roten Laterne. Das ist das verdammt nochmal... Seefahrer aus den entferntesten Ecken der Welt legen hier an, nur um ein paar Nächte in der roten Laterne zu verbringen. Und du hast jetzt die Chance, ja sogar die Ehre, eine Nacht mit Nadja, der leidenschaftlichsten Blüte der Götter, zu teilen. Komm rein! Und du wirst erleben, wovon andere nicht mal träumen können. Äh, okay, danke. Ähm, wo war ich? Äh, der beste Laden in Korin ist, ne? Haha. Äh, irgendwas wollte ich gerade sagen. Ach genau, also. Ähm, bei Anno kann es dann mal passieren, dass ich da wirklich Stunden rein versenke. Und, ja. Oh, ich habe eine Bratwunde, Fleischbraten. Aber sonst wirklich querbeet, worauf ich gerade Bock habe. Ich habe auch ein bisschen, ähm, wie heißt es gleich noch? Ah, ha, Floor. Was suchst du hier? Oh, sorry. Du bist Kerlchen. Ähm, sowas wie, äh, Traveller's Rest gespielt und Tavern Management Simulator. Und, ja. Also, das ist wirklich, worauf habe ich gerade Bock? Das sieht cool aus, kann man spielen, wird gemacht. Ist, glaube ich, die einfachste Erklärung. Und, äh, das hört sich jetzt ein bisschen dämlich an. Ich lasse mich sehr einfach von Gronkh, äh, manipulieren und beeinflussen. Das heißt, viele Spiele, die er schon gespielt hat, zocke ich dann am Ende auch. Also, ein ganz schlimmes Beispiel ist... Moment. So. Ich habe fast 20 Stunden, äh, so Long Drive gespielt. Ja, das ist richtig schlimm. Aber, ähm, wie man sehen kann, ich, äh, gehe wirklich durch alles durch, was mich interessiert. Ich habe mit Manni zusammen jetzt einen ganzen Haufen Entschrouded gespielt. Ich habe mir The Crust angeguckt. Das ist auch relativ nice, aber da würde ich mich... Ich habe ein Problem bei solchen Spielen, dass ich... Dass mein Hirn abschaltet. Ich zocke dieses Spiel und mache dann nichts anderes mehr. Das ist ein bisschen dann langweilig. Dann habe ich hier Once Human, 75 Stunden gespielt. Äh, Planet Crafter hatten Manni und ich, äh, durchgezockt. Äh, da gucken wir vielleicht nochmal rein, wenn das, äh, DLC verfügbar ist. Also, da freue ich mich auch schon drauf. Also, da freue ich mich auch schon drauf. Zwei wollte ich halt einfach, oder Gothic 1, 2, 3 wollte ich zocken, weil es halt wirklich pure Kindheit ist. Wie man hier sehen kann, ich habe die Collectors Edition von Gothic 1 und 2. Ich habe Gothic 2, die Original Edition, was geil ist. Natürlich Gothic 3 und Forsaken Kings habe ich auch, also... Und wie man bei mir im Hintergrund sieht, ich habe noch die Collectors Edition von Risen 1. Ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein großer, äh, Piranha Bytes... Äh, Fan bin, aber, ja. Ja, das ist... Leider sind die Verpackungen nicht mehr im besten Zustand, weil ich damals da nicht so drauf geachtet habe. Aber... Äh, ja. Ja, jetzt wird es gesammelt und, äh, über mir steht noch im Regal Elex 1 und 2. Ja. Und Risen 1, 2, 3 habe ich halt auch vorliegen. Also, das ist... Alles von Piranha Bytes gefühlt. Und deswegen freue ich mich auch so auf das Remake, weil das ist... Pure Kindheit, mit der ich aufgewachsen bin. Du bist Fischer? Wie hast du das bloß erraten? Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Nimm's mir nicht übel. Aber in letzter Zeit bin ich nicht so gut drauf. Ärger mit der Miliz. Ja, also, bei mir sind das alle Spiele, die ich aus Kindertagen habe. Ich hab leider, äh, nicht mehr das Original Gothic 1. Ähm, ich hab nur die Collector's Edition. Äh, aber das hatte ich auch. Also, ich hab's zum Release, hat... Ne, kurz nach Release, durch einen GameStar-Beitrag, hatte ich das, glaub ich, gekauft. Ähm, und dann seitdem, jedes Mal, wenn ein Spiel von denen rauskommt, hab ich das straight up direkt gekauft und, ja. Und Risen hatte ich auch schon drüber nachgedacht, dann einfach zu sagen, hey, komm, wir spielen jetzt Gothic 1, 2, 3 plus Forsaken Kings durch. Ähm, und dann gehen wir in Risen 1, 2, 3 rein. Weil die Community dahinter ist so groß und genial, dass du halt übelst viele Mods findest und, äh, auch Grafikmods und so weiter. Deswegen, das, das dürfte dann nochmal richtig nice werden. Ärger mit der Miliz? Die Mistkerle kommen ständig her und nehmen sich einfach, was sie wollen. Letzte Woche haben sie meinen gesamten Fang mitgenommen. Ist für die gute Sache, haben sie gesagt. Ich weiß ja, dass jeder sehen muss, wo er bleibt, seit die Bauern ihren Handel eingestellt haben. Da kommt es schon mal vor, dass der eine oder andere Kohldampf schieben muss. Kein Wunder, dass sie mit den Fisch vor der Nase wegschnappen. Aber wenn das so weitergeht, hab ich nicht mal genug, um mich selbst zu ernähren. Hast du mit den Paladin schon mal darüber gesprochen? Haha, machst du Witze? Was interessiert das, die Kerle, wenn ein armer Schlucker wie ich Probleme mit der Miliz hat? Also mein Name wird, äh, der Kok ausgesprochen. Also deswegen D-A-E. Einige sagen auch D-I-K-O-K. Haha, aber es ist D-A-E-K-O-K. Vielleicht kann ich dir helfen. Ich weiß nicht. Du müsstest schon jemanden von der Miliz kennen, der einen guten Draht zu den Paladinen hat. Die Paladine werden mir den Fisch wohl kaum abkaufen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Kannst du was über die vermissten Leute erzählen? Mein Freund William hat sich mit einer Menge schräger Vögel eingelassen. Und? Was hat er am Ende davon? Eines Tages kam er einfach nicht mehr zur Arbeit. Und war seitdem nicht mehr gesehen. Uff. Dein Kumpel William ist verschwunden? So ist es. Er ist zwar Fischer, aber schon ein wenig größenwahnsinnig. Das muss ich dazu sagen. Er hätte sich eben nicht mit diesen Typen einlassen sollen. Tja. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Das ist gerade ein paar Tage her. Gerne. Dankeschön. Ja, ich habe mir alles aufgeschrieben. Und werde dann auf jeden Fall mal vorbeigucken, wenn du streamst. Warte mal eben. Das machen wir mal eben relativ einfach. Falscher Shad. Da. So. So, ich habe mal ein Follow da gelassen und wenn du dann live gehst und ich eine Möglichkeit habe, kein Problem, das Problem ist nur, wenn ich eine Möglichkeit habe. Ich muss natürlich meines Alters entsprechend vormittags arbeiten. Leider. Und Urlaub habe ich glaube ich auch erst wieder Ende Oktober. Leider. Deswegen wird das wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, wenn du vormittags streamst oder so, aber am Wochenende bestimmt. Ich hatte gesehen, du hattest vor 5 Stunden gestreamt, das wird ja sogar hinkommen, dass ich mal reingucken kann. Ist der nicht vielleicht einfach nur zum Fischen rausgefahren? Das kann nicht sein. Sein Boot liegt immer noch im Hafen. Ja, schlimm, oder? Also, Arbeiten und so. Was hat er denn so getrieben? William hat krumme Geschäfte gemacht mit diesen Halsabschneidern. Ich glaube, es ging dabei um Schmuggelware, die er an die Mistkerle verkauft hat. Er wird schon wieder auftauchen. Das glaube ich nicht. Dazu ist das schon zu lange weg. Ich fürchte, dass ich seine Leiche irgendwann aus der See fischen werde. Dass hier alle erwarten, dass sie über die Leichen ihrer Freunde laufen. Also, das ist jetzt schon das zweite oder dritte Gespräch darüber, dass sie ihre Freunde vermissen und Angst haben, über ihre Leichen zu laufen. Von welchen Typen redest du da? Ich weiß nicht, wer sie sind oder was sie hier in Corinnes wollen. Ich kenne nur die Stelle, an der sie sich mit William getroffen haben. Ich habe William dort nur zufällig gesehen, als ich in der Bucht beim Fischen war. Wo genau ist denn diese Stelle, wo sie sich getroffen haben? Auf der gegenüberliegenden Seite vom Hafen, von hier aus in Richtung Norden, ist eine Bucht. Man kann sie nur mit dem Boot erreichen. Oder man schwimmt dorthin. Dort gibt es einen Strand und ein kleines Fischerlager. Da habe ich sie gesehen. Okay. Ich denke, ich habe genug gehört. Mach dir keine Mühe. Ich glaube nicht, dass du ihn findest. Und? Wie bei... War schon mal besser. Was hat... Sorry, mein Freund. Ich wollte dir nicht nächtliche Gesellschaft leisten. Kann ich hier gucken? Ah, super. Das freut mich sehr. Ähm, ja, kann ich verstehen. Ich habe ganz oft dasselbe Problem, dass ich nicht weiß, wen ich raiden soll. Und ganz viel ist es, ähm, dass viele englischsprachige Leute vor Ort sind. Womit denn? So. Aber du musst doch zugeben, der Name springt sofort ins, äh, Gesicht, oder? Oh, eine Schildkröte. Äh, oh oh. Oh. Nein. Oh. Sofort, sauber. Genau das war der Grund. Und das Gute ist, ähm... Ich kann für den Namen nicht gebannt werden oder gezwungen werden, mich umzubenennen. Das würde gegen deutsches Recht verstoßen. Und das, äh... Finde ich sehr nett. Und da muss ich mir zum Glück keine Sorgen machen. So. Gibt es hier noch irgendwas zu finden? Gibt es hier noch etwas zu finden? Nö. So, wer bist du? Ja. Ähm. Es handelt sich um meinen Nachnamen. Also, ein Teil davon. Deswegen... Funktioniert das nicht. So. Ja, genau. Aber, ähm... Das einzige, wo ich jemals Probleme damit hatte, war bei... Ich glaube... Ich glaube... E-A. Aber nach einer E-Mail war das auch behoben. Und, ähm... Ich glaube mal beim Charakter-Editor von... Äh... 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 Da habe ich dann aber nichts gemacht. Da habe ich einfach einen anderen Charakter genommen. Aber da könnte ich auch einfach eine E-Mail hinschreiben. Und, ähm... Dann wäre das auch erledigt. Das Gute daran ist, ähm... Wenn... Wenn man von so einem Fall betroffen ist... Und du eine E-Mail dahin schickst, dann mit deinen persönlichen Informationen, sodass du... Ähm... Nachweis hast, dass du wirklich so heißt. Äh... Dann kann dich keiner mehr wegen, äh... Solchen Sachen melden oder so. Da passiert dann einfach nichts. Also, man braucht keine Angst haben, äh... Irgendwie gebannt zu werden oder sowas wegen einem nicht angemessenen Namen. Das wird automatisch gelöscht. Das ist richtig nice. Und bei vielen Firmen, ähm... Ich glaube, bei, äh... Wie heißt das gleich noch? Bei Blizzard... Heiße ich jetzt auch... Dickcock. Also... Ich glaube, das ist... Ohne Probleme möglich. So. Sprechen wir nochmal mit Laris. Ah ne... Oder mit Hallerford. Also mit dem da. Kannst du was über... Vermisste Leute? Das ist ein Hafen hier, Kollege. Da passiert schon mal sowas. Die See ist tückisch. Da kommt schon mal der eine oder andere ums Leben. Damit die Mannschaft wieder komplett ist, heuert der Kapitän von einem großen Schiff in einer Hafenstadt wie Korinis wieder neue Seeleute an. Wenn er keine Freiwilligen findet, dann wird der eine oder andere auch mal mit Gewalt an Bord gebracht und ist dann einfach weg. Ähm... Ich werde mich wahrscheinlich den... Söldnern oder den Piraten anschließen. Aber da bin ich mir noch unsicher. Ich werde aber für alle die Mission fertig machen, sodass ich mir am Ende aussuchen kann, wem ich beitreten möchte. Also... Standard-Gossip-Kram, würde ich sagen. Das hätte ich dir vorher sagen können. Welches Schiff soll denn das gewesen sein? Das war genauso, wie du sagst. Gute Frage. In letzter Zeit kamen nicht so viele Schiffe nach Korinis. Das ist wahr. Also... Das hat er doch vorher klar. Richtig schlimm. Da kann man sich nicht drauf lassen. So habe ich das auch in Risen allen Teilen gemacht und in Elex auch. Also... Ähm... Ist jetzt nichts Neues. Kennst du jemanden, der vermisst wird? Keine Ahnung. Frag doch mal die Wurzbauer. Vermisst du jemanden? Ich? Nein. Von selbst ist er da nicht drauf gekommen. Das höre ich zum ersten Mal. Irgendwann musste es ja so kommen. Aber genauso wie du sagst. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Irgendwann musste es ja so kommen. Mich fragt ja keiner. So... Ja, dann fragen wir doch mal die Bootsbauer. Oh, und sprechen nochmal mit Laris. Ähm... Bei Elex 1 habe ich, glaube ich, irgendwann bei 90% abgebrochen. Und... Ich glaube da nicht dran. Ja, da war ich mir unsicher. Und Elex 2 hat mich irgendwie nicht gekriegt. Weil ich da so einen harten Uncanny Valley-Effekt hatte. Ähm... Deswegen habe ich das irgendwie nach... 3% abgebrochen oder so. Das würde ich aber auch nochmal spielen. Dann aber mit Mods, die vielleicht sowas dann beheben. Weil die Gesichter sahen... Das war's doch inzwischen jeder. Viel zu sauber und clean aus, fand ich. Das ist ganz komisch. Das ist ja schrecklich. Puh, puh, puh. So. Das ist ja inzwischen jeder. Mein Mann sieht es anders. Ich hätte das nicht. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Er hat sich das jemals ändern. Er redet einfach zu viel. Aufpassen, was man so unerzählt. Schlimme Zeiten sind das. Das wundert mich nicht. Äh, he, he, he. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Dachte ich auch. Aber ich fand das Konzept eigentlich ganz cool. Das ist so eine coole Mischung geworden. Aus beidem. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Sci-Fi und Mittelalter irgendwie. Also, muss man sich wirklich mal vernünftig angucken. Ach, erzähl mir nicht sowas. Das ist eine schlimme Sache. Wegen der Ver- Schlimme Zeiten sind das. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Ich glaube da nicht dran. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Oh. Also, so an sich war das echt cool. Aber, wie gesagt, das ist ein bisschen, ähm, war irgendwie nicht so recht meins. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Also, eher das Spiel, nicht das Konzept und so weiter. Also, ähm, ja, aber das mit dem Sci-Fi Setting, ja, kann ich schon nachvollziehen. Ah, hoi, du Landratte. Bist wohl hier gestrandet, was? Siehst ein bisschen blass aus um die Nase. Mach dir nichts draus, mein Jung. Eine steife Brise vom Meer und das wird schon wieder. Ah, der schöne Hamburger Dialech. Eine schöne Steufe Brise. Was machst du hier? Damals, als junger Mann, bin ich noch zur See gefahren und hab so manchen großen Sturm miterlebt. Vor vielen Jahren hab ich mich dann hier niedergelassen und war lange Zeit Leuchtturmwärter von Korinis. Keine aufregende Sache. Wirklich nicht. Aber dieser alte Turm kam dem, was man zu Hause nennt, am nächsten. Bin schon ziemlich lange nicht mehr oben gewesen. Warum? Seit diese Bengel in meinem Leuchtturm hausen, hab ich mich keine 20 Schritte mehr herangetraut. Ganz übles Pack. Das sind Verbrecher aus dem Minental, musst du wissen. Es gab diesen großen Knall jenseits der Berge und dann sind sie wie die Fliegen über das Land gekommen. Jetzt verkriechen sie sich überall. Auch in meinem Turm. Ich glaub, die halten bestimmt nach nem Schiff Ausschau, dass sie überfallen können. Na, sollen sie doch. Da werden sie wenigstens raus aus meinem Turm. Ich hätte das anders gemacht. Ich meine, Sci-Fi mag ich auch. Beispielsweise Mass Effect oder Star Wars Couture hervorragend. Ja, Mass Effect und Couture waren mega. Also die Spiele hab ich auch hart gesuchtet. Da freu ich mich schon auf Mass Effect 4. Und worauf ich mich jetzt auch noch freue, ist Dragon Age Vale Guard. Da bin ich aber noch so ein bisschen zwiegespalten. Deswegen hab ich mir das noch nicht vorbestellt. Und Cyberpunk 2077 hab ich auch hart gezockt. Also, ähm, deswegen, ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Das ist, ich glaub, es liegt eher an Piranha Bytes als an dem Setting selbst. Dass man das noch nicht so gut einschätzen kann. Bist du oft in der Stadt? Ich sag immer, eine Stadt ist nur so gut wie ihr Hafen. Der Hafen ist das Tor zur Welt. Da trifft sich alles. Und von dort geht alles aus. Wenn der Hafen vor die Hunde geht, wird der Rest der Stadt bald folgen. Erzähl mir was über den Hafen. Der Hafen von Korinis ist nicht mehr das, was er mal war. Hier treibt sich nur noch Gesindel rum. Die Schiffe kommen nicht mehr und der Handel ist tot. Der Hafen, der ist kaputt. Cyberpunk an sich war cool. Mit vielen Vermissten oder mit vielen Gelegenheiten, die nicht genutzt worden sind. Also, das komplette Universum ist geil. Die Story ist geil. Das Ende, wie es geschrieben ist, ist geil. War nur für meine persönliche Definition von einem Ende nicht geil. Das kann man jetzt einschätzen, wie man möchte. Was mich ein bisschen gestört hat bei Cyberpunk war, dass die Welt und die Stadt, ähm, wie kann man das gut sagen, dass die Stadt lebhaft wirkte, aber tot ist. Also, ähm, du kannst nix machen. Du kannst zwar, wenn wir Missionen und Nebenmissionen rausnehmen, hast du kaum was zu tun in der Stadt. Also nicht wie zum Beispiel in GTA, dass du, du kannst golfen gehen, ähm, Autorennen fahren, äh, und, und, und. Und, das, das hat mir alles gefehlt. Ähm, aber ich denke, das wird vielleicht bei Cyberpunk 2 dann kommen, dass es, äh, besser rüberkommt. Nee, das ist das Problem. Die Stadt wirkt authentisch. Die ist total belebt. Da ist richtig viel los. Nur nicht für dich. Ich hab was anderes gehört. Also, was, da hätte man so eine gute Chance machen können, auch sowas wie, ähm, Nebenaufträge, hätte man da super, äh, über eine KI generieren lassen können oder sowas, ne? Aber gab's nicht. Also, du hast einen festen Set an Nebenaufträgen und Hauptaufträgen und wenn du alles abgeschlossen hast, dann gibt es keine Aufträge mehr. Es gibt da so ein paar Sachen durch das Add-on dazu, aber, ja. Das war ein bisschen komisch. Also, da hätte man, da ist viel verschenktes Potenzial gewesen. Warum gehst du dann nicht? Einen alten Seebär wie mich nimmt doch keiner mehr auf sein Schiff. Die meisten denken doch, dem alten Jack ist die Gicht in die morschen Knochen gefahren. Und? Haben Sie recht? Erzähl keinen Unsinn. Wenn ich erst wieder Planken unter den Füßen hab, dann fühl ich mich wie ein junger Hüpfer. Oh ja. Das hoffe ich auch. Also, darauf freue ich mich auch schon. Witcher 1 bis 3 habe ich auch. Ich bin auch komplett durchgesuchtet. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, ist ein, äh, Todesmarsch Run. Äh, aber sonst, ähm, wirklich alles. Ich hab Quint bis zum Gehtnichtmehr gespielt in dem Spiel. Also, ja. Ich hoffe das Beste dafür. Was meinst du mit Gesindel? Sieh sie dir an, dieses faule Pack. Die meisten wissen gar nicht mehr, was Arbeit ist. Die saufen den ganzen Tag und verhuren ihre letzte Heuer. Ich sag dir, halt dich von denen fern. Äh, sorry. Ich mein natürlich Quint. Warum kommen keine Schiffe mehr? Alle sagen, wenn der Krieg vorbei ist, wird alles wieder wie früher. Das ist alles, Schiet. Ich sag dir, ein Seemann, der merkt, wenn es mit der Stadt bergab geht. Ein Seemann hat sowas im Blut. Und ich sag dir, mit diesem Hafen ist nix mehr los. Der hat ausgedient. Erzähl mir was über den Hafen. Der hat hier. Oh ja. Auf jeden Fall ein Süchtigmacher. Aber so richtig. Ähm, vor allem, wenn du die Achievements haben willst, hast du halt schon von Anfang an immer jeden Gegner, der Quint konnte, äh, gegen den hast du gezockt, bis dann das Weitergehen. Hey. Also, ich hab nicht Gwent, ähm, das eigenständige Spiel gespielt, sondern wirklich im Spiel nur gespielt. Deswegen kann ich das leider gar nicht sagen. Aber ich würde auch sagen, so um die 30 bis 40 Stunden hab ich bestimmt da reingesteckt. Was machst du hier? Ich baue hier ein Schiff, denn ich will hier weg. Und zwar so schnell, wie es nur geht. Aber so, wie es momentan aussieht, wird das Schiff niemals fertig. Warum hast du es so eilig? Bald werden die Orks kommen und die Stadt niederbrennen. Wie kommst du darauf? Junge, hast du schon die Paladine bemerkt, die überall rumlaufen? Was glaubst du, warum die hier sind? Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, das kannst du. Finde heraus, was die Paladine vorhaben. Ich will wissen, warum sie hier sind. Und ich muss wissen, ob die Orks bald angreifen werden und wie weit sie von der Stadt entfernt sind. Es wurde nämlich schon einer von den Bastarden vor der Stadt gesehen. Bringe mir einfach alle Informationen, die du kriegen kannst. Ich muss wissen, wie viel Zeit mir noch bleibt, um das Boot fertig zu kriegen. Was ist denn so im Hafen los? Die Orks rücken uns auf den Pelz und du fragst nach dem Hafen? Ich wollte ja nur... Das größte Problem, das wir haben, ist, dass im Hafen nicht genug Schiffe liegen, um uns von hier zu verdrücken. Um ehrlich zu sein, liegt hier nur ein Schiff und das gehört den Paladin. Die lassen uns bestimmt nicht damit abhauen. Hm. Ich kriege langsam Angst, dass der Bau sich deswegen noch weiter verzögert. Dir fehlt ein Arbeiter? Ja. Sein Name ist Monty. Der Kerl hat sich einfach in Luft aufgelöst. Das faule Schwein macht sich scheinbar irgendwo bei den Bauern ein schönes Leben. Ich hätte ihn eben nicht im Voraus bezahlen sollen. Ja, kenne ich. Vor allem, warum brauchst du eine Gallionsfigur, wenn du ein Fluchtschiff baust? Es sind noch mehr Leute verschwunden, habe ich mir sagen lassen. Na, das sag ich doch. Da geht's schon los mit dem Übel. Der Fischer Farim hat mir auch schon sowas erzählt. Sein Kumpel William ist nicht mehr da. Da stecken doch bestimmt die Orks dahinter. Okay. Ähm... Ba-ba-ba-ba... Na, was machen wir jetzt? Eine Idee wäre, hier links in die Bucht zu laufen. Oh-oh. Wie stellt sich das immer so einfach vor? Humboldt und Rick. Was macht ihr hier? Verschwinde! Das ist mir noch keiner mit. Wie sieht's? Wenn du reden willst, rede mit Humboldt! Was mach... Verschwinde! Oh. Und glaube ja nicht, dass das alles ist. Okay. Dann würde ich jetzt mal schwimmen. Hilfe! Hilfe! Ich glaube, ich habe alle Souls-Games gespielt. Und Elden Ring habe ich auch gespielt. Elden Ring an sich habe ich nicht durchgespielt, da fehlt mir nur eine Kleinigkeit noch. Ich muss die letzten drei Bosse besiegen, aber sonst habe ich das komplett durchgespielt und fast alle Achievements. Und das Add-on habe ich noch nicht gespielt oder das DLC, das wollte ich auch noch machen, aber das ist so ein Spiel, das kriege ich nicht im Stream hin. Da bin ich dann zu, wie kann man das gut nennen? Ich bin dann zu fokussiert und ja, genau. Und sonst, und Bloodborne habe ich nicht gespielt. Also doch, ich habe es gespielt, aber die 30 FPS, die haben mich total abgeschreckt und irgendwann ging das gar nicht mehr. Aber sonst habe ich alle Souls gespielt und Demon's Souls hatte ich mir extra für die PS5 geholt. Und das habe ich auch mehrfach durchgespielt, also ich habe mehrere Runs gemacht. Ähm, macht mega Laune, muss ich sagen. Ähm, ja, also. Bloodborne für den PC auf jeden Fall. Also, die hätten mal das Geld, was sie in Concord gesteckt haben, mal lieber in einen Remake von Bloodborne gestellt. Damit hätten sie wahrscheinlich innerhalb der ersten 30 Minuten, äh, die Komplettausgaben wieder drinne gehabt. Ne Würmer? Da bist du ja endlich. Ich warte ja schon seit Stunden. Aber Moment mal. Du bist gar kein Händler aus der Stadt, oder? Wo ist Baltram? Baltram? Wartest du auf einen Händler? Du bist wohl ein ganz Schlauer, was? Das habe ich doch eben gesagt, oder etwa nicht? Dieser Nichtsnutz von einem kleinen Krämer hat mich wohl vergessen, so wie es aussieht. Der soll mir nochmal in die Finger kommen, sage ich dir. Ähm. Ja, das stimmt. Sie wollten auf Krämpf einen Overwatch klonen. Oh ja. Und, äh, Bloodborne für die PS5. Ja, da habe ich es gezockt und das hat mich so hart abgeschreckt. Ähm. Es gibt es das zwar für die PS5, aber nur als Copy-Paste Edition, sage ich jetzt mal. Es ist dann nur lauffähig auf der PS5. Aber du hast trotzdem noch dieselben Probleme. Also, überhaupt nichts für mich. Und Demon's Souls war schon so die Grenze, wo ich sage, boah, das fuckt mich dann doch ein bisschen zu sehr ab. Wer bist du? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Aber wenn du es unbedingt wissen willst, mein Name ist Skip. Na, klingelt's? Wer? Jetzt sag bloß, du hast den Namen Skip noch nie gehört. Meine Fresse, wo lebst du denn? Ich bin einer der meistgesuchten Verbrecher in Korinis. Meine Jungs und ich machen schon seit Jahren die Gewässer um diese lausige Insel hier unsicher. Das musst du doch schon mal gehört haben. Du bist ein Pirat. Ja, verdammt, das siehst du doch. Und den genervst du noch dazu. Ich könnte vor Langeweile noch in die Planken meiner Kogge beißen. Wo kommst du her? Du willst wissen, wo unser Unterschlupf ist? Wenn ich dir das erzähle, dann könnte ich mich ja gleich der Miliz stellen. Außerdem würde die das sowieso nichts nutzen, falls du vorhaben solltest, uns aufzusuchen. Die Insel Korinis ist groß und da, wo wir sind, kommt sowieso niemand hin. Es sei denn, er fährt mit einer Kogge oder einem Schiff. Dann müsstest du auch noch einen Weg durch die Klippen finden. Niemand kommt dadurch. Es sei denn, er kennt den geheimen Weg. Es gibt nur zwei Menschen, die den Weg kennen. Und du bist keiner von ihnen. Eine Menge Einwohner werden vermisst. Und alles deutet darauf hin, dass du daran nicht ganz unschuldig zu sein scheinst. Ah, verdammt, aber die Sache ist nicht so, wie du denkst. Sehe ich etwa aus wie ein Menschenhändler? Nein, ich transportiere Waren. Was das für Waren sind und wo die herkommen, geht mich nichts an. Wir haben viele Dinge für diese Schweine geschippert. Am Anfang war es ganz normaler Kran. Naja, das eine oder andere war Schmuggelware. Doch irgendwann fingen sie an, die Bewohner der Stadt zu entführen. Keine Ahnung, was sie mit ihnen vorhaben. Wir haben sie nur rübergefahren. Okay, krass. Ich zocke schon viel auf viel Konsole, aber wenn es geht, besser auf PC. Ja. Ist bei mir dasselbe. Also wenn irgendwie ein Spiel rauskommt, für beides kaufe ich mir immer die PC-Version. Und die aktuellen geilen RPGs für die Playstation zum Beispiel, da habe ich nichts ordentliches gefunden. Weil hier, wie heißt das gleich noch? Ich habe God of War Ragnarök gespielt. Das fand ich nicht geil. Also irgendwie, das hat mich nicht abgeholt. Genauso wie, äh, hier, äh, das neue Horizon. Teil 1 fand ich geil, aber Teil 2 war auch nicht so meins. Ja. Also ja, vielleicht wenn das, äh, auf dem PC dann mal im Angebot ist, werde ich das dann vernünftig zocken. Weil irgendwie ist das auf dem PC geiler. Ich weiß auch nicht warum. Dann hatte ich mit New Horizon von der PS4. Als das auf dem PC rausgekommen ist, habe ich es dann auch mal durchgezockt. Und auf der PS4 ging das irgendwie. Da konnte ich das nicht zocken. Da war das dieses 30 FPS, die mich abgeschränkt haben. Von wem sprichst du? Von den Banditen, Mann. Von wem sonst? Das schmierige Pakt, das sich ja überall auf der Insel breit macht. Und nicht nur hier um Korin ist. Teil 2 im Regal, aber nicht gezockt. Ja, ich habe echt eine lange Zeit gezockt, aber das hat sich so gezogen, dass ich dann irgendwann aufgehört habe. Und bei, äh, Ragnarök hatte ich dasselbe Gefühl, dass sich das so hart zieht. Und irgendwie hat es mich dann verloren. Banditen reicht mir nicht. Ich will einen Namen. Einen Namen? Du willst wissen, wer der Kopf der Banditen ist. Verdammt. Wie hieß denn der Hund nochmal? Ach, mir fällt der Name von dem Karl nicht mehr ein. Dabei war er eigentlich ganz einfach zu merken. Aber ich kann dir zeigen, wo du den Boss der Bande in diesem Teil von Korinis finden kannst. Hast du eine ordentliche... Nein. Dann werde ich es dir wohl beschreiben müssen, was? Weit im Osten gibt es einen sehr großen Bauernhof. Ich glaube, der Bauer dort heißt, ähm, Onar. Er hat ziemlich große Felder da. Im Süden dieser Felder gibt es eine kleine Festung auf einem hohen Felsen. Da sitzt der Typ, den du suchst. Jetzt fällt mir auch sein Name wieder ein. Dexter. Wo habt ihr die Leute hingebracht? Ich hab dir schon gesagt, ich werd dir nicht... Okay, nice. Damit haben wir auch die Piraten. So. Mein Bester muss leider schon los. Ich würde mich freuen, dich mal bei mir zu sehen. Aber ich komm auch gerne wieder vorbei. Ja, gerne, gerne. Schau jederzeit vorbei. Äh, auch wenn's nur kurz ist. Ich, äh, wie gesagt, zocke jetzt erstmal Gothic 2 und dann die Tage Satisfactory. Und ich schau gerne mal bei dir rum, wenn ich die Benachrichtigung bekomme. Also, dir einen schönen Tag noch, einen schönen Sonntag und dann hoffentlich eine, äh, stressfreie Arbeitswoche. Er arbeitet auch den ganzen Tag. So, jetzt müssen wir Pablo finden. Was du nicht sagst. Dankeschön. Dann dir einen schönen Abend, wie gesagt. Merkwürdig. Es scheint mir so, als wäre ich dir schon einmal begegnet, Reisender. Nun, groß sind die Geheimnisse von Zeit und Raum. Oh, verzeih mir meine Unhöflichkeit, Sohn der Geduld. Ich habe dich noch gar nicht begrüßt. Willkommen, Freund. Nimm Platz auf meinen bescheidenen Teppichen und genieße in Ruhe eine Pfeife. Wer bist du? Mein Name ist Abu Djin Ibn Jadir Ibn Omar Khalid Benhad Jalcharidi. Ich bin Seher und Weissager, Sterndeuter und Tabakanbieter. Mhm. Was für ein Kraut bietest du an? Meine Pfeifen sind gefüllt mit würzigem, erfrischendem Apfeltabak. Du darfst dich jederzeit bedienen, Sohn der Abenteuer. Hast du auch Apfel? Ich stelle nur den besten Tabak zur Verfügung. Diese Apfelmischung ist eine Sinfonie aus meiner Heimat. Den südlichen Inseln. Aber natürlich bin ich jederzeit bereit, anderen Tabak auszuprobieren. Sofern es jemandem gelingt, einen... Wie geht das? Nimm als Grundlage meinen Apfeltabak und dann versuche, ihn mit einer anderen Zutat zu kombinieren. Das machst du an einem Labortisch, vorausgesetzt, du beherrschst die Grundkenntnisse der Alchemie. Woher bekomme ich Apfeltabak? Zwei Portionen gebe ich dir, magst du damit in deiner Weisheit tun, was immer du willst. Wenn es dich nach mehr verlangt, dann denke deine Schritte zu Zug, ist dem Meister der Tränke. Er stellt diesen Tabak her und verkauft ihn auch. Meine Dienste stehen dir für... Wie viel willst du? Für bescheidene 25... Doch bedenke, die Zukunft... Okay, das lassen wir lieber. Hört ihr Bewohner von Korinis. Auf ausdrückliche Anordnung des Ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass. In allen Städten und Landstrichen des Reiches ist ab sofort das Kriegsrecht ausgerufen. Alle bürgerlichen Richter haben mit sofortiger Wirkung ihre Aufgaben an die Königin... André hat ein paar Fässer Freibier gestiftet. Der Ehrenwerte Lord André ist angewiesen worden, jedliches Vergehen oder Widerstand gegen die Garde des Königs aufs Schwerste zu bestrafen. Solange die Paladine keine neue Aufgabe für mich haben, kann ich mir hier ein paar Biere genehmigen. Was will man mehr? Du arbeitest für die Paladine? Ja, ich mache Ihnen Meldung über die Situation in der Stadt. Zurzeit ist alles ruhig. Wie ist die Situation mit den Orks? Kein Grund zur Besorgnis. Wir von der Stadtwache und die Paladine haben alles im Griff. Geh nach Hause und lass uns unsere Arbeit machen. Wir passen schon auf die Stadt und ihre Bürger auf. Hörst du noch? Klar, will ich noch ein Bier. Was machst du hier? Ich bin Novize und komme vom Kloster. Ich erledige die Botengänge für die Magier und auch die Paladine. Ich habe die drei Wirte in der Stadt mit Wein aus dem Kloster versorgt. Was machst du hier? Ich bin Novize. Hört ihr Bewohner von Korinis. Die Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des oberen Viertels werden noch weiter verstärkt. Die Torwachen sind angewiesen, das Gesetz in aller Strenge auszulegen, um unerlaubtes Eindringen zu verhindern. Okay. Füllen wir den jetzt ab. Du wolltest gerade was über die Orks erzählen. Ach ja, richtig. Die Orks sind überhaupt keine Bedrohung für die Stadt. Die sitzen im Minental fest und der Pass wird von... Da kommt nicht mal eine Fleischwanze durch. Mhm. Hey, du. Hörst du noch ein Bier? Einen guten Schluck kann ich wohl vertragen. Es wurde ja schon ein Ork vor der Stadt gesehen. Ja, ja, der gefährliche Ork vor der Stadt. Ein wahres Munster von Ork. Er wird die Stadt bestimmt bald angreifen. Hör zu. Wir werden diesen dicken Ork in seinen dicken Hintern treten. Verstehe. Hört. In allen Städten und Landstrichen des Reiches ist ab sofort das Kriegsrecht ausgerufen. Alle bürgerlichen Richter haben mit sofortiger Wirkung ihre Aufgaben an die Königinnen und Paladine zu übertragen. Der Ehrenwerte Lord André ist angewiesen worden, jegliches Vergehen oder Widerstand gegen die Garde des Königs aufs Schwerste zu bestrafen. Jeder Bewohner von Korinis, der sich alles Verbrechen schuldig macht, hat sich umgehend bei Lord André zu melden. Okay. Mehr kann er anscheinend nicht. Aber wir können uns jetzt bei Zyrius... Mal gucken, ob wir da ein... Das ist ja schrecklich. Das ist Bartok. Den wollten wir zum Jagen mitnehmen. Baldrahm. Den können wir über Skipp sprechen, glaube ich. Das ist doch kein Geheimnis. Du handelst mit Piraten. Was? Wer hat dir das erzählt? Ich hab mich mit einem von ihnen unterhalten. Er scheint in seiner Bucht auf dich zu warten. Was willst du machen? Es sind harte Zeiten. Jeder muss sehen, wo er bleibt. Der erzähl ich gar nichts mehr. Hattest du keine Angst, erwischt zu werden? Das kann passieren. Du hast es ja auch herausgefunden. Ehrlich? Ich hab's selbst erlebt. Aber du hältst doch dicht, oder? Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Was weißt du über die Piraten? Sie leben in einem abgelegenen Teil der Insel Korinis. So viel ich weiß, kann man den nur mit einer Kogge oder einem Schiff erreichen. Die Bürger von Korinis fürchten sich vor ihnen. Auch zu Recht, weil sie im Grunde ein Haufen übler Halsabschneider sind. Aber wenn du mich fragst, sind sie bei Weitem nicht so schlimm wie die Banditen. Womit handelt ihr? Ich versorge sie meistens mit Nahrung. Und von ihnen erhalte ich dafür den besten Rum, den man in Korinis kriegen kann. Ach, erzähl mir nicht sowas. Ich könnte den Handel für dich abwickeln. Das wäre gut. Ich kann Korinis zur Zeit nicht verlassen. Hier, nimm dieses Päckchen und sag Skip, dass er mit dem Rum diesmal nicht so knausern soll. Drei Flaschen sollten es schon sein. Das wird noch viel schlimmer. Das war alles, was... Zeig. Okay. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Hey! Er erzählt alles weiter. Zeig mir dann. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Oh, 100. Wer sagt denn sowas? Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Er redet einfach zu viel. Wer sagt denn sowas? Wirklich? Das ist ja interessant. Ach, erzähl mir nicht sowas. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Er arbeitet auch den ganzen Tag. So. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Heh. Das ist mal wieder typisch. Das darfst du keinem erzählen. Oder hatte ich schon Schlaf? Nee. Das ist mal wieder typisch. Und es wird noch viel schlimmer. Ich glaube da nicht dran. So, dann reisen wir jetzt einmal zu Skip. Ab sofort wird Lord André den Oberbefehl für unsere Miliz übernehmen. Alle Bürger dieser Stadt, die überkämterische Fähigkeit verfügen. Und, gibt's hier irgendwas in der Ecke? Nö. Dann schwimmen wir einmal zu Skip. Pen, bis es nachts ist. Dann lassen wir die Wache einschlafen und rauben da alles aus. Jo, das können wir so machen. So. Ich habe ein Paket von Baltram für dich. Was denn? Jetzt schickt er schon einen Laufburschen zu mir. Er hat die Hosen gestrichen voll. Was nein? Er sagt, er will drei Flaschen. Das hätte er wohl gerne. Erst lässt er mich hier ewig warten, kommt nicht einmal persönlich und stellt obendrein auch noch Forderungen. Hier, gib ihm zwei Flaschen. Kann ich was klauen? Ja. Hö, hö. Okay. Äh, dann nutzen wir doch mal die Chance und pennen hier eine Runde. So. Alter Stein Tafel. Ach, die landen hier. Ja. Halt! Da ist... Oh. Okay. Ups. Ist das Pablo? Nein. 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 So. Steuerung. Äh... First Person. Schleichen. X. Okay. Hey. Ich habe noch... Hier. We... Was? Er ist mit der Aufgabe betraut worden, den Waffenhändler zu entlarven. Ah, mit Martin, okay. Du findest Martin im Hafenviertel. Wenn du eine Ansammlung von Kisten probierst... Wegen der vermissten Leute. Ja? Ich will dir erzählen, was ich weiß. Ich habe in Erfahrung bringen können, dass die Banditen für das Verschwinden der Menschen hier verantwortlich sind. Der Anführer der Banditen heißt Dexter. Er ist verantwortlich für die Entführung. Ich kenne Dexter noch aus der Strafkolonie. Damals arbeitete er für den Erzbaron Gomez. Er wird sich sicher an dich erinnern. Du solltest vorsichtig sein. Ich denke, du bist auf der richtigen... Okay. Bürger, Bürger, Rengaru, Ranga, Ulf, Erold, den will ich nicht anquatschen, Bürgerin, Bürger, okay, dann pennen wir mal oben. Bis zum nächsten Tag. Vom Schlösser knacken verstehe ich nichts. Vom Schlösser knacken verstehe ich nichts. Okay, dann gucken wir doch mal bei Martin. Oder nee, wir machen erst mal Bartok. Nice. So, dann gehen wir jetzt mit Bartok jagen. Aber mit ihm fortgespült wurden Bäume und Tiere. Und Adenos überkam eine tiefe Trauer. Dann müssen wir eigentlich mal nach Waffen gucken. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Bürger, Bürger. Wenn er das nicht sieht, kann ich mir auch nicht mehr helfen. Man darf halt nicht alles glauben, dass man kommt. Ein Hase. Schon wieder eins von diesen Biestern. So, das war's mit dir, du Mistvieh. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Nice, dankeschön. Nice, dankeschön. Oh Gott. Tempel. So, jetzt werden wir hier. So, jetzt bin ich. Oh. Oh Gott. So, das war's mit dir. So, das war's mit dir. Doch, jetzt werden wir noch nicht. So. Und da habe ich. Das war's mit dir. So, das war's mit dir. Verdammt. Uh-oh. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Nice. So, was denkst du? Gehen wir weit. Na schön. Nice. So, das war's mit dir, du Mistvieh. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Cool. Jetzt können wir ein bisschen leveln. Oh Gott. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Okay. Und ein Ork-Spier auch noch. Das war's. Hier draußen ist es mir ein Ork direkt vor der Stab. Also, mach's gut. Mach's gut. Mach ich. Ach ich, das war's. Uh oh. Oh Gott, die folgen mir. Nicht mehr, okay gut. Aber dank Bartok haben wir... Oh, der folgt mir immer noch... Zum Glück alles geschafft. Jetzt können wir hier noch runter gucken... Ob wir hier noch was finden. Sind das... Snapper? Wieso sind hier Snapper? Okay, die lassen wir da erstmal rumstehen. Okay. So, Bartok. Ah ne, Pospor. Wegen der Wolfs. Ich habe sie. Hier. Na bitte. Hier hast du deinen Ver... Und? Was denkst du? Ist die Arbeit nicht... Das höre ich zum ersten Mal. Bekomme ich deine Zustände? Ich hatte gehofft, du würdest dich für mich entscheiden. Aber... Wenn du es unbedingt so willst. Ja, du hatte das nicht. Wenn keiner der anderen Meister etwas dagegen hat, ja. Aber... An dir ist ein guter Jäger verloren gegangen. Ja, du hatte das nicht. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Ja. Davon lasse ich lieber die Finger. Ja. 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 Jägerling ins Kirchen hier. Hart. Ich habe die Org-Waffe, die du wolltest. Zeig her. Es ist lange her, dass ich eine solche Waffe in den Händen hatte. Damals war ich Soldat im Org-Krieg. Das waren harte Zeiten, das kann ich dir sagen. Hätte dir nicht zugetraut, dass du es schaffst. Ich bin beeindruckt. Kann ich bei einem anderen Meister als Jägerling anfangen? Du bist ein... Ich werde dir meine zu... Brian wird noch eine Weile hier sein. Wann kann ich bei dir... Einen Mann, der einen Org besiegt, wenn es nach mir geht. Was die andere... Der gute alte Torben will einfach nur, dass du dir den Segen deckst. Bospa hat versucht, mir die Sache mit dir auszureden. Ich hatte eine kurze, aber heftige... Am Ende hat... Konstantino ist wie immer alles egal. Und Matteo sagt, du schuldest ihm noch etwas. Du brauchst die Zustimmung, also solltest du mit... Hey! Wie steht es mit deiner... Hat dir Vatras seinen Segen gegeben? Ja. Und hast du dir auch den Segen... Ja, das habe ich. Dann sollst du auch meinen Segen... Ich habe so einiges gehört. Das ist eine schlimme Sache. Was willst du, Fremder? Wenn du gekommen bist, um zu betteln, muss ich dich enttäuschen. Ich bin eine arme Witwe. Mein Name ist Gritta. Seit mein Mann tot ist, kümmere ich mich um den Haushalt von meinem Onkel Torben. Ich komme von Matteo. Du schuldest ihm noch Gold. Er will sein Geld? Wofür denn? Er hat mir fehlerhafte Ware geliefert. Schlechter Stoff und schlechte Nähte. Hast du mal die Farben gesehen? Das sind nicht die Farben, die ich bestellt habe. Das ist Betrug. Ich sage dir, damals, als mein Mann noch lebte, hätte er sich das nicht getraut. Oh, mein armer Mann! Was war er doch für ein guter Kerl. Gut aussehend, fleißig, ein Kavalier der alten Schule. Wir hatten alles. Manchmal wurden wir sogar eingeladen zu der feinen Gesellschaft. Das waren Festen, das feine Essen und kultivierte Unterhaltungen. Damals war alles besser. Da hat sich niemand getraut, mit so lächerlichen Forderungen das Herz einer armen Witwe zu beschämen. Was soll ich denn machen? Die Rente reicht ja kaum zum Leben und die Zeiten werden auch nicht besser. Die Leute müssen sparen. Es ist schon seit Wochen kein Schiff mehr in die Stadt gekommen. Mein Mann war Handelsschiffkapitän. Ja, nicht nur Kapitän, das Schiff gehörte ihm. Von seinen langen Reisen brachte er immer ein Geschenk für mich mit. Kostbare Stoffe vom Festland. Die meisten Leute kennen so etwas gar nicht. Doch dann eines Tages erreichte mich die Botschaft vom Untergang. Liebe zu mir so genannt. Ich habe geweint und gefläht, dass mein Mann das Unglück. Innerst möge seiner Seele gnädig sein. Wenn wir jetzt dieser Seelenverkäufer Matteo abnehmen. Hab doch Erbarmen mit einer armen Frau. Damals als... Was war er doch für ein guter Kerl. Mein ich... Aber ich habe das Gold nicht. Und das Wesen wurde fortgespült von der Erde. Untersteh dich, du Rübel. Bist ja... Na alles. Verlasse ich jetzt? Und Adanos überkam eine tiefe Frau. Hey, du. Das ist wirklich nicht mein Problem. Deine Nichte hatte 100 Goldstücke bei sich. Was? Diese kleine Schlange? Das war mein Gold? Sie hat es aus meiner Truhe genommen. Gib es mir zurück. Ich muss zuerst Lema bezahlen. Matteo kann sein Geld später bekommen. Hier hast du dein Gold. Danke. Damit habe ich zumindest schon mal einen Teil von dem, was ich Lema schulde. Nicht zu fassen, dass sie sich an... So, müssen wir jetzt nochmal mit ihr reden? Was willst du? Hm. Hey. Hier hast du deine 100 Goldstücke. Und? Hat sie Probleme gemacht? Keine Nennenswerten. Gut. Damit hast du deinen Teil der Abmachung gehalten. Hilf mir, bei einem der Meister als Lehrling aufgenommen zu werden. Mach dir keine Sorgen. Ich werde mich an meinen Teil der Abmachung halten. Die anderen Meister werden von mir nur das Beste über dich zu hören bekommen. Zeig... Okay. Wo hast du das denn schon wieder her? Wo hast du das denn schon wieder her? Ich bin ganz deiner Meinung. Ich bin ganz deiner Meinung. Ich bin ganz deiner Meinung. Hm. Und super an den Schuss. Hey. Wann kann ich... ... einen Mann, der einen... ... wenn es nach mir geht... Was die Antorben hat jetzt? Bospa hat versucht mir die Sache mit... Ich hatte eine Kur... Am Ende hat Konstantino... Und Matteo sagt, du hast ihm sein Gold. Damit hast du die... Bist du bereit, deine... Ich bin dabei. Gut. Ich werde dir beibringen, wie man ein ordentliches Schwert schmiedet. Außerdem wird es mal Zeit, dass du etwas schmiedst. Was sind meine Aufgaben als Lehrling? Dreimal darfst... Schmieden, Schmieden und Schmieden? Bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Außerdem werde ich dir alles beibringen, was du wissen musst, um einfache Schwerter herzustellen. Die Herstellung von Erzklingen ist nur etwas für einen erfahrenen Schwerter. Wenn du einen Platz zum Schlafen brauchst, kannst du bei mir im Haus pennen. Bring mir bei... Es ist ganz einfach, Junge. Dann schlägst du am Ambo... Deine ersten Schwerter werden keine Meisterwerke, aber alles weitere kann... Es ist ganz einfach, Junge. Dann schlägst du am Ambo... Es ist ganz einfach... Dann schlägst du... Okay. Ich bin nur Gehilfe. Ich bin schon froh... Warte mal. Was? Ich könnte... Du bist also... Ich bin schon froh... Ich bin schon froh... Ich bin schon froh... Ich bin schon froh... Wie sollst du mal so... Ich bin schon froh... Ich kann... Womiten. Nice. Womiten. Wer bist du? Hm. Warte mal. Wer bist? Hey, okay. Wer bist du? Hm. 50 Stärke. Hey, du. Wer bist du? Ich. Gut. So. Und hier hast du. Du. Hey, du. Was? Ich könnte. Nice. Dann können wir jetzt einen Haufen Schwerte schmieden. Und dann mal gucken, ob, wenn ich schlafe, sich das zurücksetzt. Womiten. Womiten. Nice. Dann machen wir uns noch ein bisschen stärker. Du. Wer bist du? Ich. Nur. Komm. So. Du kannst. Hups. Hey, du. Good. Nice. Und kann ich jetzt wieder welche bei dem kaufen? Oh ja. Das höre ich zum ersten Mal. Halt! Nur Bürger der Stadt und Truppen des Königs kommen ins obere Viertel. Meine Meinung will ja keiner hören. Was immer die Meister von Korinis bewogen hat, dich als Lehrling. Du kannst reingehen. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Hehe. Nice. Jetzt sind wir in der Oberstadt. Ach, du schon wieder. Du hast es also tatsächlich geschafft, ins obere Viertel zu kommen. Oh ja. Ich habe gehört, du hast schon die Zustimmung einiger Meister bekommen. Ich bin jetzt Lehrling bei einem der Meister. Du meinst es wirklich ernst, was? Es gibt einige Dinge, die du hier beachten musst. Sonst bist du so schnell wieder draußen, wie du hier reingekommen bist. Es ist dir nur erlaubt, die Häuser der Händler zu betreten. Du erkennst sie an den Schildern über der Tür, nur damit keine Missverständnisse entstehen. Die anderen Häuser gehören angesehenen Bürgern. Dort hast du nichts zu suchen. In diesem Viertel leben die angesehensten Bürger dieser Stadt. Also behandle sie mit Respekt. Haben wir uns verstanden? Klar. Ich habe Lord Hagen berichtet, dass du ihn sprechen willst. Und? Was hat er gesagt? Er hat noch nie... Natürlich nicht. Hatte ich dir nicht gesagt... Ist irgendwas... Ja, dass sie einen wie dich hier reingelassen haben, ist schon ewig nicht mehr vorgekommen. Er hat doch die falschen Leute gehört. Wie laufen die Geschäfte? Nicht gut. Früher, als die Barriere noch stand, da waren die Zeiten besser. Die Gefangenen haben das Erz kistenweise aus den Minen geschürft und meine Schiffe haben es zum Festland transportiert. Und auf dem Rückweg haben sie Nahrung und andere Waren mitgebracht. Aber jetzt, da wir vom Festland abgeschnitten sind, sind wir auf... Oh, ja, sorry. Na bitte, geht doch. Wie ist denn... Warte mal. Gehbart. Wer bist du denn? Anscheinend bist du... Man nennt mich Gerbrand. Für dich Herr Gerbrand. Verstanden? Ja, okay. Ja, Herr... Zumindest verstehst du... Wenn meine Geschäfte mal wieder besser laufen, kann ich so einen kräftigen... Du würdest deinen prima Lagerverwalter abgeben. Kannst du lesen? Natürlich. Gut, gut. Geschultes Personal bekommt man selten. Wie sieht's mit Referenzen aus? Referenzen? Schon gut. Ich werde mir dein Gesicht merken. Wenn der Handel wieder in Schwung kommt, melde... Gibt's was noch... Leute wie du haben... Wenn du... Okay. Okay. Gucken wir mal hier rein. Raus hier! Hau bloß ab! Hups! Okay. Ist hier noch irgendein Händler außer der? Okay. Halt! Nur Männer, die im Dienste des Königs stehen. Ich muss... Weißt du, wie oft ich das schon gehört habe? Schade. Hey! Ich bin Schwertmeister Cedric, Paladin des Königs. Kannst du mich... Ich trainiere nur... Okay. Okay. Ich bin Schwertmeister Cedric... Stadthalter brauchte noch einen dieser Garten ist mit der Zeit mein Fast wenig ich habe folgt naja ich habe gerade Okay hier ist nix Gibt es hier noch irgendwo Händler? Gucken wir mal hier oben Vom Schlösser knacken verstehe ich nichts Das ist ne schlimme Sache Oh vergessen Ich glaube ja nicht dass das alles ist Nice Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf Da kann man sich nicht drauf verlassen Okay Dann uf nach unten Das hätte er ja auch selbst wissen können Ich hab was anderes gehört Man darf halt nicht alles glauben was man hört Womit denn? Sag mir nicht dass du das nicht mehr wusstest Aber Inos sah was geschehen war Und auch er betrat das Land Und er erwählte den Menschen Hey du Da muss man doch mal zuhören Was ist Ach frag nicht Sie haben die Kontrolle über die Stadt übernommen Den Stadthalter aus seinem Ratssaal verjagt Und den Richter seines Amtes enthoben Wenn du mich fragst ist das ne gute Sache Dieser aufgeblasenen Wichtigtuer hat ne Lektion in Demut mal bitter nötig Ist hier in letzter Zeit was Aufregendes passiert? Die Stadtwache hat vor kurzem das ganze Hafenviertel auf den Kopf gestellt Sie waren auf der Suche nach Diebesgut In letzter Zeit gab's ne Menge Diebstähle hier Vor allem in den besseren Vierteln Klar, dass sie das alles auf die armen Schlucker im Hafen schieben wollen Jo So, wer bist du? Bambo Hey Mein Name ist Lotharo Ich handle mit den verschiedenen Welche Ware bietest du an? Nun, vor allem seltene und ausgefallene Dinge Bisher Zeig mir Ich brauche Ich brauche Niemanden Ich hab da meine eigene Meinung Ich könnte mir so etwas nicht erlauben Von mir hatte das nicht So, dann laufen wir mal Wohin laufen wir jetzt am schlausten? 421, das sollte ja reichen Dann können wir hier mal noch einmal eben auf den Markt gucken und dann durchs Osttor laufen Was ist das Pablo? Ja In seiner Weisheit Ehrlich? Ja, ja, schon klar Und keine Dunkelheit Ich sag dir was Wenn ich glauben würde, dass du mit diesen Banditen unter einer Decke steckst, hätte ich dich schon längst eingelocht, klar? Trotzdem werde ich mal besser bei Lord André über diesen Vorfall Meldung machen Aber, um deine Frage zu beantworten Wir haben sie in der Nähe des Großbritannes Aber sie sahen nicht aus wie Onas Leute Ich denke, sie gehören zu einer kleineren Gruppe Aber wenn du vorhast, da hinzugehen Ich werde es mir merken Was weißt du über die Banditen, die den Händler Harkon überfallen haben? Ach die Sache Hör bloß auf So viel wir wissen, gehen eine ganze Menge der Händlerüberfälle auf ihr Konto Diese Ratten haben sich in ihrem Loch verkrochen und trauen sich nicht mehr raus Einmal konnten wir sie aufspüren und verfolgen Aber im Wald vor der Stadt haben wir die Verfolgung abgebrochen Da treiben sich zu viele Viecher rum Das ist viel zu gefährlich Okay Dann Und zuletzt Entstand der Mensch Und Aranos gefiel, was entstanden war Und er freute sich an allem Dann Sprechen wir mal mit Harkon Hey du Zeig Schlimme Zeiten sind das Und das ist doch kein Geheimnis mehr Er redet einfach zu mir Er arbeitet auch den ganzen Tag Er redet einfach zu mir Ich glaube Ich habe was anderes gehört Das ist mal wieder typisch Ich bin an meiner eigenen Das ist doch kein Geheimnis mehr Ich wäre mir da nicht so sicher Okay Dann schmieden wir noch mal so Ein paar Schwerte Damit wir ein bisschen Gold haben Das ist doch kein Geheimnis mehr Aber Aranos Lies die Flut kommen Und das Wesen wurde Fortgespült von der Erde Ich glaube da nicht dran Aber mit ihm fortgespült wurden Bäume Ich habe mir das schon gedacht Ich wundere mich über gar nichts mehr Man darf halt nicht alles glauben Was man hört Hey du Da ich bin Hey du Wer bist du Ich will Gut So Nice Damit dürfen wir bei Harkon Den Wolfszahn kaufen können Und haben dann nochmal eine stärkere Waffe Die wir aktuell tragen können Hey du Das ist ja interessant Zeig Wirklich? Das ist ja interessant Schlimme Zeiten sind das Er redet einfach zu viel Was hat denn Sarah zu verkaufen? Irgendwer muss die Arbeit ja machen Ich glaube da nicht dran Das ist ja schrecklich Der sagt jetzt sowas So Dann gucken wir mal hier draußen Hey hey Nicht so schnell Alleine hier draußen herum zu spazieren Ist gefährlich Wo kommst du denn her? Aus der Stadt So so Was streifst du dann hier draußen Vor der schützenden Stadtmauer herum? Was ist hier draußen so gefährlich? Vieles Ich wette, dass du nach der nächsten Wegbiegung Schon nach meiner Hilfe schreist Mal angenommen Ich würde deine Hilfe in Anspruch nehmen Was würde mich das kosten? Ich bin nur ein bescheidener Diener des Königs Und würde nur sehr ungern Einen kleinen hilflosen Bürger des Reiches schröpfen Aber weißt du Wenn du mich so fragst Hätte ich nichts gegen eine kleine Starthilfe Für unsere zukünftigen Geschäftsbeziehungen einzuwenden Zehn Goldmünzen sollten für den Warum Großartig Aber tu mir bitte einen Gefallen Komm mir nicht mehr So Okay Nice Dann wollen wir hier mal zum Leuchtturm Und da mal gucken Was ist das denn hier? Das ist das denn hier? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh Gott, Mollradfett So Okay, hier ist nichts mehr Dann gehen wir da gleich mal gucken Okay, das war nix Goldmünze heilpflanzen Oh Gott, ich soll mal was trinken Oh Ich hätte den gar nicht töten müssen, weil Okay Und wer ist das? Das hast du verdient, Mist Okay Das machen wir mal später dann Was ist hier? Oh Ach, schade So, ich habe aber das Gefühl, hier fehlt irgendwie was Ich würde mal eben Klassik beenden Und nochmal eben was Deinstallieren Okay Data Das können wir entfernen Okay Amen. So. So. Oh oh. Äh. 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 Okay. Äh. 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 Dann gucken wir hier oben. So, wir haben jetzt den Patch entfernt und ich finde, das sieht nochmal alles ein bisschen anders aus. Ist das ein Stier? Okay. Ich mache dich fertig. Das hast du verdient, Mistkerl. Okay. Da müssen wir dann eindeutig später hin. Verdammt. Verdammt. Und nochmal testen. Ha. Nice. Okay. Okay. Was war das? Aber wir haben ein bisschen Sumpfkraut. Oh. Das war nicht gut. Okay. Das ist noch schlechter. Oh. Oh. Sogar ein Ork. Okay. 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 Was war das? Okay. 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 So. Okay. 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 Und laufen gar nicht erst in die Richtung, sondern einfach hier links wieder zurück. Oh, oh, oh. Wohin laufe ich eigentlich gerade? Oh, wer ist das? Bist du auch abgehauen? Wie kommst du darauf? Wieso solltest du Mutterseelen allein hierher kommen? Hier ist nichts. Ich wollte mich nur mal umsehen. Okay, tu dir keinen Zwang an. Willst du ein Stück Fleisch? Ja, gerne. Hier, beste Mole-Red-Keule. Nach meinem Rezept. Wieso bist du denn hier? Hier oben habe ich meine Ruhe. In der Stadt fühle ich mich immer so eingeengt. Musst du nicht arbeiten? Alles, was ich brauche, organisiere ich mir selbst. Pfeile schnitz ich mir und Fleisch liefert mir die Natur. Du bist also Jäger? Wenn du so willst, ja. Allerdings jage ich nur, was ich brauche. Nicht im Gold zu verdienen. Dann kannst du mir... Warum nicht? Hm, nett. GOOOOLE 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 Oh, habe ich eigentlich noch die Mission für, ja, nice, ganzen Haufen Missionen. So, was ist, oh. Was ist das? Kronenstöcke. Nice. Okay. Okay, dann haben wir hier ein paar, auch da ist noch was, ein paar Kräuter bekommen. Oh, bin ich hier hoch? Oh, eine Snapperhaut. Nice. Okay, wie komme ich hier jetzt wieder runter? Ah. Okay, dann gehen wir hier lang und gucken mal, ob wir hier noch irgendwie nicht runterkommen. So ein Kack. Dann gehen wir mal hier. Oh. Oh. Okay. So. Oh. 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 Okay. Wo geht es denn da rein? Ne, da. Verdammt. Verdammt. Höhö. So, wo kommen wir hier rein? Oder ist das die andere Seite der Höhle? Es ist die andere Seite der Höhle. Das war's für dich. Schade. Schade. Okay, das machen wir dann später. Vielleicht können wir ja auch den Milizsoldaten mitnehmen. Wäre ja auch eine Maßnahme. Achtung, Gefahr. Okay. Habe ich mitgekriegt. Zur Taverna. Ah. Hey, du. Egil. Ach. Doof. So. Ich würde mir aber mal eben was zu essen in den Backofen schmeißen. und einmal auf Clou gehen und dann sehen wir uns gleich wieder, würde ich sagen. Also. Bis gleich. Okay. 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 Boom. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, ich muss noch mal eben was nachgucken. So, das sieht gut aus. Feldfrüchte. Schmaler Lederbeutel. Oh ja. So. So. Ja, endlich haben wir unseren eigenen Thron. Bauer. Oh. Hey, du. Alles klar. Sobald hier einer was Falsches sagt, geht der Tanz los. Also halt lieber die Füße still, sonst gibt's ein Gemetzel. Kämpfst du mit? Ich werde nicht hier herumstehen, wenn der Tanz beginnt. Aber ich werde es auch nicht heraufbeschwören. Das will doch keiner wissen. Ich fragt ja keiner. Alvarez, Elgardo. Gibt's Schwierigkeiten? Ähm, nein, nein. Es ist alles in Ordnung. Bist du sicher? Ähm, ja. Mich fragt ja keiner. Mein Mann wird von diesen Halsabschneidern bedroht. Wir sind Königstreue Bürger der Stadt und die Söldner wollen uns ausrauben. Jetzt steh doch da nicht her. So, das könnten wir jetzt mal ausprobieren und fragen mal den Milizsoldaten, den wir bezahlt haben, ob der uns helfen kann. So, wohin geht's denn hier? So, kleinen Moment. So, kleinen Moment. So, Wut, da geht's. Nervige Ratte. Okay. Damit haben wir... Wo geht's hier unten hin? Oh. Wolf. Verdammt. Okay. Schmeißen wir uns eben noch einen Trank ein. Trank der Geschwindigkeit. Na komm. Alter, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Okay, das kann doch... Okay. Okay, doch. Was ist das? Nice. Und wir sind in der Nähe von der Stadt. Das passt sogar perfekt. Da können wir gleich unsere Stärke erhöhen. Rohlinge verkaufen. Alter. Das war traurig. So. Äh. Okay. Okay. Aber dass Mika sich alleine traut, das zu machen, ist ja auch Wahnsinn. Oh, Heilkräuter. Nice. So, dann gucken wir mal, was der mit denen macht. Alle sind gerannt wie die Hasen. Ich war ganz allein. Das will doch keiner mehr hören. Jetzt pass mal. Ich war ganz gerannt wie die Hasen. Lass dir nichts gefallen. Nichts. das war's für mich mein name ist akil ich bin was waren das das waren söldner von honas hofen was anderes als plünder ich hatte schon das schlimmste befürchtet nun ich danke in os nichts du bist ein außergewöhnlicher kerl möge in aus sich auf deinem weg schützen ich muss so grober zweihänder 70 warte mal ich brauche wenn es um mich hast du etwas über vermisste bürger gehört du machst mir spaß gehört meinst du mir selbst fehlen einige meiner leute tonak und telbo haben bis vor drei tagen noch auf meinen feldern gearbeitet und ich weiß genau dass sie nicht einfach so sang und klanglos den hof verlassen würden trotzdem sind sie einfach verschwunden und niemand kann mir sagen was mit ihnen passiert ist wenn du ein lebenszeichen von ihnen finden solltest dann sagst du mir doch bescheid ja was wollten die söldner von dir weißt du das nicht oder der großbauer hat sie angeworben sie bewachen seinen hof und treiben für ihn die pacht ein das heißt sie ziehen von hof zu hof und nehmen sich was sie wollen und wenn ich zahlen kann der kriegt ihren stahl zu spüren nett du kennst klar was finde ich in dem wald hinter deinem hof da gibt es nur jede menge monster wobei die wölfe noch die ungefährlichsten sind angeblich sollen da auch noch ein paar banditen ihre höhle haben ich lasse alles noch ja mir geht's gut dieser alvarez ist jetzt bräuchte ich einen kräftigen schluss du gehst das ist richtig ich kann es mir nicht leid was genau passiert dort in der taverne es wird dort gewettet zwei kontrahenten treten gegeneinander an und derjenige der das meiste bier verträgt hat gewonnen am ende habe ich nur noch verloren und gegen wen bist du angetreten gegen ruka den alten mistkerl doch werde ich irgendwie den verdacht nicht los dass mir dieses miese schwein jedes mal wacholder ins bier gekippt hat ich vermute er hat den wacholder in seiner verdammten truhe versteckt die immer bei ihm steht jemand müsste ihm einfaches wasser in die truhe schmuggeln dann kann er von mir aus punchen so viel er will wenn ich doch nur genug geld hätte um noch du kommst nicht aus der gegend richtig ich komme von den südlichen inseln irgendwann hieß es sie bräuchten leute in corinnes wegen dem magischen erz aber als ich ankam war da diese riesige barriere und da wollte ich nicht rein ich habe dann angefangen im hafen zu arbeiten nun seitdem keine schiffe mehr kommen bin ich halt zu akir gegangen naja ich habe schon schlechte ok nice und dann sprechen wir mal mit seiner frau von akir hey du bist du in ordnung ja mir geht's gut danke warum wehrt ihr euch nicht gegen onas unterdrückung wir stadtnahen bauern sind besser beraten uns mit der miliz der stadt gut zu stellen als auf onas söldner zu bauen es gibt da aber auch noch bengar und seekob die lieber ihren hof aufgeben würden als für den könig zu arbeiten wo finde ich die höfe von bengar und seekob sie sind nicht weit vom hofe des großbauern entfernt geh weiter nach osten dort wirst du sie finden habt ihr nie daran gedacht hier weg zu gehen aus diesem teil des landes kommt man nicht so einfach weg das ganze land ist umschlossen von einer hohen felskette die unüberwindlich ist die beiden einzigen wege von hier fort sind der pass ins alte minental und der hafen da wir uns die überfahrt mit dem schiff nicht leisten können und das minental ein land ohne wiederkehr ist werden wir was weißt du über den pass ich bin selbst noch nie dort gewesen er muss aber irgendwo bei bengarshof auf dem weiden plateau sein pass auf deinen mann auf ich werde mich bemühen da ist ok und eigentlich wollte ich ja hierhin meine stärke verbessern und dann noch mal gucken ob ich eine bessere waffe finde und ich könnte konstantin konstantin mein freund wegen der plan wenn du es nicht ich habe alle pflanzen die ich dir bringen sollte es ist tatsächlich alles dabei aus dir zeigt mir okay ich hole mal eben meine pizzer kleinem wund woher Es ist nicht lieb, und das gelang ihm nicht. Wer zählt denn das? Aber doch, wo Adana stand, war ein Ort, an dem Innos, der ja keine Macht hat. Das ist gescheitlich. Und an diesem Ort, waren Ordnung und Chaos zugleich. Warum soll ich mich denn nicht anstecken? So, wo waren wir das, was wir geschafft haben. Ach, erzähle ich so. Ich sehe, aufpassen. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Und zuletzt, ist das Land der Welt. Und Aros, das ist alles, was im Stand war. Und er freut sich an, wie er zu. So, wieder zurück. Hm, 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 hm. Hey! Das war doch schon vorher klar. Zeig mir deine Ware. Das war doch klar. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ich habe nur meine eigene Arbeit. Das ist wirklich nicht mein Grund. Ich verfehle nicht, dass ich daran was kann. Das wundere mich nicht. Das ist wirklich nicht so weitergehen. Er hat auf die falschen Leute gehört. Hey, du. Da bist du. Ich will. Gut, so. Ich will. Du hast kaum wieder. Bring. Es ist ganz ganz. Er bist. Ich. Du hast kaum wieder. Ich. Du hast kaum wieder. Ich. Aber der Mensch und das Tier führten Krieg auf dem Land Adonis. Und der Zorn der Götter. Das gibt doch nur noch mehr. Und so, dann gucken wir noch mal auf den Markt. Wer sagt denn sowas? Und der Mensch erschlug das Tier. Noch mehr Ärger kann ich nicht brauchen. Aufpassen, was das ist. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Und wer muss die Arbeit schon machen? Zeig mir deine Wagen. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Und es wird noch viel schlimmer. Wer sagt denn sowas? Er redet einfach zu viel. Braucht eindeutig was. Was ist das anders? Das habe ich schon immer gesagt. Zeig mir... Das weiß doch inzwischen jeder. Hm. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Ich glaube da nicht dran. Er erzählt alles weiter. Schlimme Zeiten sind das. Wirklich? Das ist ja interessant. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Schlimme Zeiten sind das. Das habe ich schon immer gesagt. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Der erzähle ich gar nichts mehr. Hm. Das ist mal wieder typisch. Ich habe was anderes gehört. Das darfst du keinem erzählen. Das darfst du keinem erzählen. Er sollte lieber den Mund halten. Das habe ich schon immer gesagt. Okay, dann lassen wir das. Aber wir sind stärker geworden. Aber wir können... hier unten mal langlaufen. Uh, Sumpfkraut. ... ... ... ... ... ... ... Vielen Dank. Oh. 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 Gott, oh Gott, oh Gott. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Bleib stehen, du Lump! Ich? Ja, renn so schnell! Mist. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Du? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Was ist passiert? Ich war mit meinen Gehilfen unterwegs. Da kamen diese grässlichen Kerle wie aus dem Nichts auf meinen Wagen gesprungen und haben alle niedergemetzelt. Ich kann von Glück sagen, dass ich auch heute noch einen ordentlichen rechten Haken verteilen kann. Sonst hätten sie mich sicher auch noch erwischt. Was waren das für Kerle? Die Banditen? Wer sonst? Sie haben die Brücke da oben in Beschlag genommen. Jeder, der die Brücke passieren will, wird von ihnen ausgeraubt. Ich wusste, dass sie dort oben auf der Lauer liegen. Also bin ich unter der Brücke durch. Aber mein Karren und meine Waren waren eine zu verlockende Beute für sie. Die Mistkerle sind einfach von der Brücke gesprungen. Direkt auf meinen Wagen. Ich hätte versuchen sollen, mich nachts vorbeizuschleichen. Der Kram da unter der Brücke gehört dir? Der Karren, die Waren, einfach alles. Ich habe da ein bisschen was von deinem Krempel eingesammelt. Behalt das Zeug. Nichts davon ist wirklich von Wert für mich. Das Einzige, was unersetzlich für mich ist, sind meine drei Steintafeln, die sie mir gestohlen haben. Steintafeln? Der Wassermagier in der Stadt will sie mir abkaufen. Und ich habe ihm die Dinger versprochen. Ich will sie unbedingt wiederhaben. Sonst schadet das meinem guten Ruf. Was will ein Wassermagier damit? Er sagte, er wolle sie studieren und hat mich beauftragt, ihm mehr davon zu bringen. Wo hattest du die Steintafeln her? Ich habe sie bei alten Bauwerken wie Mausoleen oder auch ab und zu in Höhlen gefunden. Ich konnte schon eine Menge davon an den Wassermagier in der Stadt verkaufen. Hier unten sind sie jedoch eher selten. Im Nordosten von Korinis war meine Ausbeute am größten. Warum suchst du dir nicht einfach neue? Bei der Keilerei mit den Banditen habe ich mir meinen Knöchel verstaucht. Ich kann zwar noch laufen, aber sehr weit will ich mit dem schlimmen Fuß im Moment nicht gehen. Ich kann nicht gar nicht ausprobieren. Ich kann nicht die Sprecher sagen. Ich kann nicht mehr und leise zu spüren. Osten muss ich mich auf jeden Falle wegwärts. Ich kann nicht mehr auf eine Rückfassung stellen. Ich kann nicht mehr auf einen Ort zu finden. Ich brauche Informationen über eine Waffenlieferung an die Banditen. Waffenlieferung? Ja, die gab es. Irgendein Schwein aus der Stadt hat ihnen so viele Waffen verkauft, dass sie sie kaum schleppen konnten. Einige davon haben die Kerle auf der Brücke, bei der sie mich überfallen haben. Die anderen müssen irgendwo auf dem Weidenplateau bei Bengas Hof weitergezogen sein. Vielleicht wollten sie damit über den Pass. Wo ist das Weidenplateau? Etwa in der Mitte der Insel Korinis liegt die Taverne von Orlan. Sie heißt zur Toten Harpie. Von dort aus gibt es einen Weg Richtung Süden. Dort ist das Weidenplateau unter Eingang zum Pass ins Minental. Bist du ein Bürger der Stadt? Schon lange nicht mehr, mein Junge. Ich habe nichts übrig für die korrupten Schweine im oberen Viertel von Korinis. Ich hatte dort früher einmal großen Einfluss, musst du wissen. Aber das ist schon einige Monate her. Du hast die Banditen in die Flucht geschlagen? Ja, aber sie sind bestimmt noch oben auf der Brücke. Kannst du mir beibringen, auch so hart zuzuschlagen? Sicher kann ich das. Zeig mir deine Ware. Ich kann dir nichts verkaufen. Mein ganzer Kram liegt da hinten unter der Brücke, Bursche. Ich kann dir erst wieder was verkaufen, wenn ich zu Hause bin. Aber solange ich meine Steintafeln nicht wieder habe, gehe ich hier nicht weg. Wegen der Steintafeln. Ich habe einige davon. Ich danke dir. Das sind genug. Damit werde ich mein Versprechen... Natürlich. Ich gehe jetzt heim. Komm. Vielleicht kann ich dir ein paar Dinge verkaufen, die dich interessieren. Ich gehe jetzt hin, ich gehe jetzt hin. Dann gucken wir mal oben auf der Brücke. Dann gucken wir mal 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 auf der Brücke. Verklickt. Dann gucken wir mal auf der Brücke. 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 So. Ich bin mal gespannt was das findet. Da ist die Taverne. Eine Inor Statue. Dann gucken wir mal auf der Brücke. So. Dannそうですね. Dann gucken wir mal auf die Brücke. Wer bist du überhaupt? Das geht dich einen feuchten Dreck an. Wenn ich dir erzählen wollte, wer ich bin, dann hätte ich das schon gekauft, klar? Was willst du denn von mir? Hast du immer noch Probleme mit den Stadtwachen? Ich geb dir gleich Probleme, du Wicht. Ich suche einen Kerl. In der Stadt war er nicht zu finden und die Geigen hier haben auch keine Ahnung. Er ist schlank, dunkelhaurig und trägt meist eine rote Rüstung. Soviel ich weiß, war er damals ein Sträfling in der Kolonie. Ich glaube, sein Name beginnt mit einem D. Du redest von Diego. Kann sein, dass das sein Name ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich werd's wohl erst wissen, wenn ich vor ihm stehe. Sonst noch was? Ja, du Großmaul. Ich hab noch was. Ich brauche Waffen. Ich brauche Proviant. Gold wäre auch nicht schlecht. Gold. Wir alle wollen Gold. Mach schon sein. Und was machst du damit? Versäufst dein Gold in der Kneipe oder verpresst es im Bordell, so wie ich dich einschätze. Und du hast einen besseren Plan, ja? Du würdest dich unter einem Stein verkriechen, wenn du wüsstest, was ich schon alles auf die Beine gestellt hab. Also sei nicht so vorlaut, sonst stopfe ich dir dein großes Maul. Hast du in der Stadt keinen Waffenhändler gefunden? Das ist nicht dein Ernst, oder? Die haben doch nur Schrott. Waffen? Die Söldner haben Waffen. Interessant. Ich hörte davon, dass Onar, der fette Bauer, die Jungs angeheuert hat. Hehehe, gar nicht so übel für so eine Landratte. Keine schlechte Idee. Ich sollte sie vielleicht wirklich mal aufsuchen. Ich wundere mich über gar nicht. Kowiant? Du bist hier in einer Taverne. Der dämliche Wirt rückt da nichts raus, wenn du ihn nicht dafür bezahlst. Hier hast du 10 Goldmünzen. Du ormer Schlucker kannst deine Kröten behalten. Nicht weit von hier gibt es eine Höhle. Ich bin früher schon mal hier gewesen. Die Höhle ist mir allein ein wenig zu gefährlich. Ich will, dass du mir dabei hilfst. Warum seine Entscheidung? Lass und komm mit. Das ist doch alles nur geredet. Erzähl mir nicht, ich kenne sowas. Da kannst du eh nichts banken. Ein Mistvieh weniger. So mein Freund, hier ist die Höhle. Ich gebe dir schon mal ne Hacke. Irgendwo da drin hab ich den Kram vergraben. Ich hab die Stelle mit einem Kreuz markiert. Worauf wartest du noch? Was ist mit dir? Jemand muss doch auf unseren Rückzug achten. So und jetzt... Und nicht. Wie kann ich das denn nicht mehr machen? Aber ich hab das jetzt gehört. Ski mal vor. Und ich habe es mir getrunken. Ich hab die Höhle bezogen. Ich hab das humans gesehen Und ich hab das mal erworgen. Ich hab die Höhle. Ich hab die ganze Zeit. Ein Mist. Vom Schlösser knacken verstehe ich nichts. Vom Schlösser knacken verstehe ich mich. Vom Schlösser knacken verstehe ich mich. Ein Mist. Und griff. 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 griff. Und griff. griff. Und griff. griff. Und griff. Und griff. griff. Und griff. 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 Orlan. Wer bist du? Ich bin Orlan, der Wirt dieser bescheidenen Schenkel. Was suchst du, Fremder? Vielleicht ein ordentliches Schwert oder ein Harnisch? Einen guten Schluck aus den ländlichen Brennereien oder nur eine Information? Das kann ich dir alles geben und noch mehr, wenn deine Münze rollt. Kennst du den Typ mit der Augenklappe? Ich habe ihn hier schon mal gesehen. Ein übler Bursche. Er hat sich damals mit einer riesigen Kiste in einem meiner Zimmer oben einquartiert. Die Miete für das Zimmer hat er nur bezahlt, wenn man ihn ständig danach gefragt hat. Und selbst dann hat er sich nur damit Zeit gelassen. Dann war er eines Tages einfach verschwunden. Seine Kiste auch. Ich will mit solchen Kerlen nichts zu schaffen haben. Welche Rüstung kannst du mir anbieten? Ich habe hier ein sehr schönes Stück, das dir sicher gefallen wird. Oh. Ich denke darüber nach. Wie du meinst. Aber warte nicht zu lange. Wie läuft deine Pinte? Es gab schon bessere Zeiten, weißt du? Der Geldbeutel hängt bei den Leuten nicht mehr so locker wie früher. Zeig mir deine Ware. Wenn du bezahlen kannst. Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Oh, 500. Oh. Grobe Kriegsachs. Hm. Das interessiert mich nicht. Das war doch schon vorher graben. Okay. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Da kannst du eh nichts dran hinkommen. Was? Gib mir 50 Goldmünzen für eine Woche. Verdammt. Aua, Bauer. Was willst du? Kennen wir uns? Tut mir leid. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Wie wäre es, wenn du ab jetzt für mich arbeitest? Ich weiß nicht, ob ich dir eine große Hilfe sein kann. Wie viel willst du? 500 Goldstücke. Oh, das ist nicht wenig. Was zur Hölle? Uka. Ist das Bier? Es ist nicht gerade das Beste, aber... Was machst du hier? Bis vor ein paar Wochen habe ich noch auf den Feldern des Großbauern geschuftet. Irgendwann ist es mir einfach zu bunt geworden. Und ich habe mich kurzerhand aus dem Staub gemacht. Jetzt bin ich mein eigener Herr. Alles, was ich besitze, ist in dieser Truhe hier. Und mehr brauche ich auch nicht. Interessiert denn einen kleinen... Sonst irgendwas... Nicht, dass ich wüsste. Mir erzählt ja keiner mehr was. Ja, ja, ja. Ich bin ganz deiner Meinung. Das habe ich früher auch immer gesagt. Ich wundere mich über gar nicht. Das habe ich früher auch immer gesagt. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Das hätte er auch selbst wissen können. Man selbst ist aber nicht drauf gekommen. Das war doch seine Entscheidung. Ich bin ganz deiner Meinung. Mhm. Immer wieder das Ganze. So. Oh. Irgendwer muss die Arbeit machen. So, dann gucken wir mal, ob wir bei dem hier wieder Sachen, Brian. Sauber. Womit denn? Womit denn? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oha Tausend Sauber Ähm Dann kaufe ich mir hier die Abenteurer-Rust Oh Jetzt sehen wir wenigstens anständig aus Dann machen wir hier weiter in der Hafenstadt Und gucken mal Wie wir hier in der Stadt im Hafen weitermachen können Was brauche ich eigentlich für... Und so Arbeiter, Paul Okay Wundersachen von Ignaz Oh, hallo Ignaz Ah, du kommst mir gerade recht Ich suche noch einen Assistenten für ein magisches Experiment Du willst doch bestimmt der Wissenschaft einen Dienst erweisen Immer langsam Ich habe einen neuen Zauber entwickelt Einen Zauber des Vergessens Ich konnte bereits einige praktische Anwendungen durchführen Aber mir fehlt die Zeit für einen abschließenden Test Erzähl mir mehr über das Experiment und den Zauber Der Zauber dient dazu, dass der Betroffene verschiedene Ereignisse wieder vergisst Bisher konnte ich nur feststellen, dass er funktioniert, wenn der Betroffene verärgert ist Also, wenn er gerade bestohlen oder niedergeschlagen wurde Auch wenn er eine solche Tat nur gesehen hat Wird er sie wieder vergessen Heißt das, ich soll irgendjemanden niederschlagen und dann verzaubern? Das macht dann wohl nur Sinn, wenn derjenige nach der Schlägerei wirklich verärgert ist Hier im Hafenviertel sind Schlägereien nichts Ungewöhnliches Also müsste ich mir schon woanders ein Opfer suchen Oh, Valentino Ich denke, du hast verstanden, worum es geht Aber um jemanden zu verärgern, reicht es, wenn du ihn angreifst Du musst ihn nicht niederschlagen Bevorzug dafür sind Leute, die alleine sind Wenn noch weitere Personen anwesend sind, kriegst du nur Probleme mit Lord André Und es macht wenig Sinn, den Zauber auf jemanden zu sprechen, der dich gerade angreift Was hab ich davon, wenn ich dir helfe? Ich kann dir das Brauen von Trinken beibringen Ich kenne dir die Rezepte von Heilungs- und Mana-Eisse Außerdem kann ich dir beibringen, wie du ein Elixier der Geschicklichkeit herstellst Nice Okay, dann nimm diese Sch- Wenn du die Sache erl- Okay, cool Das können wir gerne mal testen, irgendwann später Bürgerin, 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 Ritter, 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 Ritter. Hey Do, du hast hier oben nichts zu suchen. Ihr habt nur Paladine und wir von der Miliz zutritt. Du suchst den Mann, der an die Banditen Waffen verkauft? Sagt wer? Sagt Vatras. Oh, was weißt du denn darüber? Nicht viel, aber ich könnte mehr herausfinden. Ach so ist das. Was gibt es denn hier oben? Du stehst hier im Proviantlager der Königlichen Garde der Paladine. Ich bin hier der Proviantmeister und verantwortlich für den Paladin-Krempel, dass hier nichts abhanden kommt. Und du bist hier nicht erwünscht. Also behalte deine Finger bei dir, sonst hacke ich sie dir ab. Alle Kisten noch da? Fass hier nichts an, sonst rufe ich die Wachen, klar? Kannst du mir etwas von dem Paladin-Krempel verkaufen? Du willst was kaufen? Hm. Sagen wir mal so. Wenn du mich für den Ärger entschädigen kannst, dass den Paladinen mal wieder was abhandengekommen ist, kommen wir vielleicht ins Geschäft. Passiert das öfter, dass etwas abhanden kommt? Solange der Proviantmeister sagt, dass es alles seine Richtigkeit hat, nicht. Verstehe. Der Fischer Farim hat Probleme mit der Miliz. Die Jungs bestehlen ihn ständig. Und was habe ich damit zu tun? Du hast einen gewissen Einfluss hier oben bei den Paladinen. Farim benötigt deinen Schutz. Er will dafür auch einen Teil von seinem Fang an dich abgeben. Verstehe, was du meinst. Fischer. Als ob ich nicht schon genug Mist verwalten muss. Sag deinem Kumpel, er soll zu mir kommen und erzählen, wie das genau war mit der Miliz. Ich werde mich darum kümmern. Sagst du mir, was du über den Waffenhändler weißt? Pass auf. Wir wissen, dass ein einflussreicher Bürger des oberen Viertels dahinter stecken muss. Und einige der Waffen sollen sogar aus den Beständen der Miliz gekommen sein. Aber wer genau dahinter steckt, wissen wir noch nicht. Wenn du genug Mumm in den Knochen hast, eine Gruppe von mindestens fünf Banditen aus dem Weg zu räumen, kannst du es vielleicht rausfinden. Was ist mit den Banditen? Wir wissen, dass die Banditen zurzeit die Verbindungsstraßen zwischen den Bauern und der Stadt belagern. Außerdem weiß ich, dass es eine Waffenlieferung in den letzten Tagen gegeben haben muss. Vielleicht sind dort bei den Banditen Hinweise zu finden, die den Waffenhändler entlarven können. Äh, dann zeig mal her. Diesen Degen habe ich bei den Banditen gefunden. Der Buchstabe F ist in den Knauf geritzt. Und? Was noch? Das ist alles. Das reicht nicht. Sieht so aus, als müsstest du der Spur der Banditen. Vielleicht solltest du nochmal mit Vatras sprechen. Okay, werde ich machen. Was hast du anzubieten? Dann pass mal an. Oh. Was hast du anzubieten? Dann pass mal an. Ich habe dann meine eigene Meinung. Hier brauchst du das nicht zu sagen. Und sei das wirklich nicht für sie. Das kann ja nicht wahr sein. Ich glaube nicht, dass ich da auch was erinnere. Keine Ahnung, sag du es mir. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Der erzähle ich gar nichts mehr. Er erzählt alles weiter. Das ist doch alles nur geredet. So, ich muss nochmal eben gucken. Manni ist schuld, dass ich gucken muss, dass die Benachrichtigung ab... Töne. So. Oh, Moment. Der erzähle ich gar nichts mehr. Wer sagt denn sowas? Das ist doch alles nur geredet. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Das weiß doch inzwischen jeder. Ist das wirklich wahr? Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen sehne. Ach, erzähl mir nicht sowas. Das habe ich schon. Habst du wirklich daran? So. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Da stehst du ja draußen rum. Geh rein und trifft dich. Dieses Hei... Gehört dir der Laden hier? Ich bin Bro Moor. Das hier ist mein Haus und das sind meine Mädels. Ich mag meine Mädels. Und wenn du meine Mädels auch magst, dann... Sind deine Mädchen noch vollzählig? Selbstverständlich. Oder glaubst du, ich will wegen sowas im Knast landen? Äh, nicht volljährig. Ich meine vollzählig. Ist dir mal ein Mädchen abhandengekommen? Ach so. Ja. Tatsächlich ist eins meiner Mädchen weg. Lucia ist ihr Name. Ich habe es auch schon der Miliz gemeldet. Aber die behaupten, bisher noch keine Spur von ihr gefunden zu haben. Seit wann ist Lucia nicht mehr da? Schon einige Tage. Genau weiß ich das nicht. Ich gehe davon aus, dass sie mit einem ihrer Freier durchgebrannt ist. Das Miststück hat einen Teil meiner Ersparnisse mitgehen lassen. Es war eine sehr wertvolle goldene Schale. Wenn ich sie zu fassen kriege, was geht dich das eigentlich an? Willst du... Nee, ich will mich nicht amüsieren. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, hat er sich verhastet. Hey, ich kenne dich nicht. Was willst du hier? Willst du in die Kneipe? Ja, du hast hier nichts. Da kann man sich nicht koffeln. Reg dich. Okay, aber der... Vergiss. Dann nehme ich mir halt. Oha. Ja, gib sie. Eigentlich schlecht. Wow. Hey. Du. Oh. Okay. Na gut. Jetzt kann ich doch ein Vergesseneszauber anwitzen. Da kann man sich nicht mehr hören. Darüber reden wir noch. Ist ja schon gut. Okay. Klar doch. Was sind denn für Gerüchte im Umlauf? Wir mögen es hin. Wieso sehe ich keine Miliz? Die traut sich hier nicht hin. Wir nehmen die Sachen selbst in die Hand. Will. Das Eis. Es liegt. Okay. Dann sprechen wir nochmal mit Laris. Hey, du. Wegen der verschwundenen Leute. Kann ich mit dem... Oh, 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 oh. Okay. So. Karten. Komm später noch mal. So, dann gehen wir jetzt noch einmal eben pennen. Damit wir uns ein bisschen erholen. Jo, schlaf, schlaf, schlaf. Höhö, nice. Oh, ich könnte aber mal Fleisch braten. Hm. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Fernando Untertitelung des ZDF, 2020 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 So. Hallo, Herr Miliz, äh, Wulfka. Oh, warte. Oh, Herr Miliz, den Stadthalter, ha, ha, der hatte keine Ahnung von dem, was wir hier tun. Aber Lord André weiß, was er tut. Er sorgt gut für die Männer. Jeder, der hier anfängt, kriegt eine vernünftige Rüstung und eine gute Waffe. Und es gibt Prämien, wenn man seine Arbeit gut gemacht hat. Für jeden gefassten Verbrecher zahlt er ein Kopfgeld aus. Kannst du mich auch im Schwertkampf trainieren? Lord André hat angeordnet, dass wir hier jeden trainieren, der in der Lage ist, die Stadt zu verteidigen. Das gilt allerdings nur für die Kampfausbildung. Alle anderen Arten von Training sind der Miliz vorbehalten. Kannst du wenigstens halbwegs mit einer Waffe umgehen? Ich denke schon. Na gut. Du kannst anfangen, wenn du bereit bist. Wo liegt der Vor- Ganz einfach. Mit einer Einhandwaffe bist du schneller. Das kann ein erheblicher Vorteil im Kampf sein. Zweihandwaffen sind behäbiger. Du musst vorausschauender kämpfen. Richtest aber bei einem Treffer mehr Schaden an. Womit sollte... Das kannst du halten wie... Wenn du dich nur auf eine Waffengattung spezialisierst, lernst du die andere automatisch mit. Wenn du zum Beispiel ein guter Kämpfer mit der Einhandwaffe bist, aber noch ein Anfänger mit der Zweihandwaffe, wirst du bei allem, was du an Training mit Einhandwaffen investierst, auch mit Zweihandwaffen besser werden. In diesem Fall ist das Training für dich anstrengender, als wenn du die beiden Waffenarten abwechselnd trainierst. Fang einfach an. Dann wirst du schnell begreifen, wovon ich rede. Okay. Lass uns... Ja, ich denke mal aber, dass wir dann später die Zweihänder lernen, weil die Zweihänder natürlich erstmal richtig reinhauen. Ich habe von einem meiner Männer gehört, es wären Steckbriefe von dir bei den Banditen in Umlauf. Er sagte auch, du hättest die Sache zuerst abgestritten. Was ist an der Sache dran? Ich weiß nicht, warum die Kerle mich suchen. Ich hoffe für dich, ich kann niemanden bei der Miliz gebrauchen, der Dreck am Stecken hat. Die Banditen sind fast alle ehemalige Gefangene aus der Minenkolonie. Ich will nicht hoffen, dass du dich auf irgendeine Weise mit diesen Halsabschneidern eingelassen hast. Der Händler Kanter war hier. Er hat erzählt, dass du ein entflohener Sträfling aus der Minenkolonie bist. Ich weiß nicht, was da dran ist, und ich werde dich auch besser nicht fragen, aber du solltest das klären. Ich will das. Wegen der vermissten Leute. Hör bloß auf mit der Geschichte. Ich habe andere Sorgen. Warum seid ihr Paladine in der Stadt? Die Ziele unserer Mission unterliegen der Geheimhaltung. Ich kann dir nur so viel sagen, dass keine Gefahr für die Bürger der Stadt besteht. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich habe eine wichtige Nachricht für Lord Hagen. Nun, du stehst vor einem seiner Männer. Worum geht es? Das muss ich... Wie du meinst. Lord Hagen empfängt nur Paladine oder diejenigen, die im Dienst der Paladine stehen. Es ist unter seiner Würde, sich mit Vertretern des gemeinen Volkes abzugeben. Ich will mich in den Dienst der Paladine stellen. Gut. Ich kann jeden tauglichen Mann hier gut gebrauchen. Egal, aus welchen Gründen er uns beitritt. Wenn du dich in den Dienst der Paladine stellst, werde ich dir zu einer Audienz bei Lord Hagen verhelfen. Ich habe jedoch meine Befehle, nur Bürger der Stadt bei der Miliz aufzunehmen. Mein Kommandant befürchtet, dass sich Spione oder Saboteure bei uns einschleichen könnten. Auf diese Weise will er das Risiko begrenzen. Du musst also zuerst Bürger der Stadt werden. Über den Sinn dieser Regel lässt sich sicherlich streiten, aber Befehl ist Befehl. Gibt es keinen schnelleren Weg, mich euch anzuschließen? Aha. Es ist dir wirklich ernst, oder? Gut. Hör zu, ich habe ein Problem. Wenn du es für mich löst, werde ich dafür sorgen, dass du bei der Miliz aufgenommen wirst. Aber das Wichtigste ist, du darfst mit niemandem darüber reden. Was ist dein Problem? In letzter Zeit häufen sich die Diebstähle in der Stadt. Wir konnten bisher niemanden fassen. Die Diebe gehen einfach zu geschickt vor. Die Mistkerle verstehen ihr Handwerk. Ich bin mir sicher, dass es sich um eine organisierte Bande handelt. Es würde mich nicht wundern, wenn es in Korinis eine Diebesgilde gäbe. Finde die Drahtzieher der Bande und bringe sie zur Strecke. Dann werde ich dafür sorgen, dass du bei der Miliz aufgenommen wirst. Egal, ob du Bürger bist oder nicht. Aber du musst über unsere Abmachung schweigen. Wo fange ich an, nach den Dieben zu suchen? Wenn ich das wüsste, würde ich selber dort hingehen. Ich kann dir nur so viel sagen. Wir haben vor kurzem das gesamte Hafenviertel auf den Kopf gestellt und nichts, aber auch gar nichts gefunden. Die Leute dort sind auch nicht sehr gesprächig, vor allem nicht, wenn man die Rüstung eines Paladins trägt. Aber du bist von außerhalb. Dir werden sie nicht so schnell misstrauen. Du könntest dich zuerst am Hafen umhören, aber sei vorsichtig. Wenn die Leute dort mitbekommen, dass du für die Paladiner arbeitest, erfährst du nichts. Oh. Was mache ich, wenn ich einen der Diebe gefunden habe? Wenn es sich um einen Handlanger handelt, einen Hehler oder einen kleinen Fisch, solltest du dich am besten auf keinen Kampf einlassen. Komm lieber zu mir und erstatte mir Bericht. Ich werde mich dann darum kümmern, dass der Kerl hinter Gitter kommt. Bei einem offenen Kampf könnten die Stadtwachen einschreiten und du wirst keine Gelegenheit haben, ihnen zu erklären, was Sache ist. Außerdem gibt es für jeden schrägen Vogel, den du hinter Gitter bringst, ein Kopfgeld. Wenn du allerdings das Versteck der Drahtzieher findest, nun, dann wirst du vermutlich nicht um einen Kampf herumkommen. Ich will das Kumpel Wegen der Diebesgilde. Ja? Ich bin an Gut. Was erwartet, um das gleich klarzustellen? Soldat der Miliz zu sein, bedeutet weit mehr, als nur mit einer Uniform durch die Stadt zu spazieren. Das ist ein dreckiger und auch blutiger Job. Wenn du einmal dabei bist, macht er einen Haufen Arbeit auf dich. Aber es lohnt sich. Neben dem Sold bekommst du vielleicht irgendwann einmal die Chance, ein heiliger Streiter Innos zu werden. Warte mal. Was willst du? Pack ist nicht da. Also kannst du ja auch nichts bekommen. Komm später wieder. Wo ist denn Pack? Ja, raus mit dir. Ja. So, dann schlafen wir noch mal bis morgenschen. Äh. Äh. Ich habe ein paar Fragen. Wo kann ich hier was kaufen? Der Markt ist direkt vor der Tür. Auf der Ansage. Sie hatte ich dich nicht gewarnt? Jetzt hat sich bei den Händlern herumgesprochen, das ist eine dumme Sache. Du, ich könnte das aller 500 Gold. Bist du gekommen? Wie viel 500? Ich dann bist. Ach, ich brauche auch nichts von den Händlern hier. Hey, du bist ein Sträfling aus dem. Das darfst du keinem erzählen. Das darfst du keinem erzählen. Was willst du? Erzähl mir nicht sowas. Mein Mann sieht das anders. Schlimm. Alles klar? Ja, aber vor die Stadt gehe ich nicht mehr. Zumindest nicht der Nächste. Der Schreck mit dem Ork steckt... Ich spreche mir hier nochmal mit Torben. Nur Regis. Okay, den auch nicht. Ich hätte das anders gemacht. Ich habe mir das schon gedacht. Meldur. Die Stadtwache hat vor, sie waren auch klar. Das habe ich schon immer gesagt. Schlimm. Das ist mal wieder typisch. Okay. So. Nur eine Bürgerin, 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 Bürger. Bürger. Hey. Wegen das hast du, wenn du beide gehst. Zeig mir das. Moin, Peanut. Wir spielen jetzt Gossip 2. Und ich versuche, die Diebesgilde zu finden. Hm. Vielleicht nicht das beste aktuell. Weil ich finde niemanden. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Was stehst du hier draußen rum? Dieses heiße Geschöpf der Nacht. Ah, okay. Ich brauche kein heißes Geschöpf der Nacht. Ach, erzähl mir nicht sowas. Klar. So. Cardiff. Wie sieht's aus? Wenn du was trinken willst, dann bestell dir was. Das ist eine schlimme Sache. Ja und nein. Du kriegst auch bestimmt eine... Und? Ich habe immer ein offenes Ohr für Neuigkeiten. Hast du auch einen offenen Geldbeutel? Jede Inform... Mut habe ich schon verprügelt. Und äh... Du hast ein gutes Geschäft gemacht. Ich stehe dir jederzeit zu... Der Türsteher hier, den habe ich auch schon verprügelt. Ich wundere mich über gar nicht, dass wir... Ich brauche... Was weißt du über die... Nur so viel, dass die letzten Tage einige Leute nicht mehr aufzufinden sind. Auf jeden. Hier am Hafen ist es besonders schlimm, sagt man sich. Frag doch mal die Leute hier am Hafen. In der Unterstadt soll es auch einige Fälle gegeben haben. Wenn du mehr darüber wissen willst, sprich mit Koragon. Er hat seine Kneipe in der Unterstadt und bekommt für... Der Fischhändler Halvor unten am Kai. Könnte auch was mit... So, was kriege ich hier zu trinken? Nein. So. Nagur. Hey, ich habe keine Zeit mit dir zu plaudern. Sprechen wir doch mal mit Lars. Hey. Genau das habe ich auch. Das habe ich schon immer gesagt. Weißt du etwas über eine Diebesgilde in der Stadt? Du kannst Fragen stellen. Natürlich gibt es eine Diebesgilde hier. Wie in jeder größeren Stadt. Und jeder kleine Taschendieb oder Hehler hängt wahrscheinlich irgendwie mit drin. Was du nicht sagst. Weißt du, wo ich die Diebesgilde finden kann? Nichts gegen dich. Aber wenn ich es wüsste, würde ich es dir nicht sagen. Diese Leute reagieren für gewöhnlich sehr empfindlich auf sowas. Wenn du dich mit ihnen einlassen willst, wäre ich sehr vorsichtig. Ich hätte das anders gemacht. Ich glaube da nicht dran. Mein Mann sieht das anders. So. Dann laufen wir mal zu Martin. Weil dem können wir noch mitteilen, dass der Typ aus der Oberstadt schuld ist. Das hätte er ja auch selbst. Und sich das jemals ändern. Ich habe da meine eigene Meinung. Hey, du. Äh, wegen des Waffenhändlers. Dann zeig mal her, was du hast. Diesen Degen habe ich bei den Banditen gefunden. Der Buchstabe F ist in den Knauf geritzt. Außerdem hat Fernando, der alte Händler aus dem oberen Viertel, zugegeben, mit den Banditen Geschäfte gemacht zu haben. Und? Was noch? Das ist alles. Ist ja schön, dass er das zugibt. Aber ohne... Ich werde mich doch nicht bei Lord Hagen... Verdammt. Ich habe für so etwas keine Zeit. Ich kann es nicht glauben. Das kann doch nicht wahr sein. Wir können ja nicht wahr sein. Sonst wird sich das jemals ändern. Das kann ja nicht ewig so weit weg. Ich denke ja nicht. Ich weiß, dass das alles ist. Er abmeldet. Man darf halt nicht alles glauben, dass man so gut hat. Erich, ich habe es selbst denn nicht. Was ist denn das zwischen jeder? Hey, du. Wenn er das nicht sieht, kann ich mir auch nicht mehr helfen. Ich habe ihn vermogen. Lass hören. Sie sitzen im Minenthal fest und dort werden sie wohl auch bleiben. Zur Sicherheit lassen die Paladine den Pass bewachen. Gut. Wenn du noch mehr herausfindest, lass es mich wissen. Was den Ork vor der Stadt angeht. Ja? Mach dir über ihn keine Gedanken mehr. Die Stadtwache wird sich um ihn kümmern. Gut. Wenn du noch mehr herausfindest... Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. So. Alt haben wir viele. Das ist ein bisschen. Oh, ich glaube hier oben, da, ich wollte gerade sagen, ich hatte dunkle Erinnerung, dass hier oben auf den Dächern noch Sachen war. Richtig nice. Da drüben ist noch was. Da ist Pech auf dem Dach. Okay, das müssen wir anders holen. So. Oh, nicht. Da ist noch ein Lederbeutel. Das ist bei so was. Ich glaube, da nicht dran. Das hätte ich dir vorher gesagt. Er arbeitet auf dem Jüngst. Und dann braucht du das Lüge zusammen. Mein Mann sieht das anders. Das ist mal wieder typisch. Ja, dann muss der es. Ja, und wer muss die Arbeit ja machen? So. Er erzählt gar nicht schlecht. Er redet einfach zu viel. Er stellt sich das immer so einfach. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, dann würde ich das anders. Äh... Ja das ist das neue. Das ist ganz frisch. Habe ich mir gerade eben gekauft und da springt man von Dächern zu Dächern. So. Und Kaninchen. Tragomir. So weit von zu Hause noch unterwegs? Hier draußen musst du vorsichtig sein. Besonders wenn du alleine unterwegs bist. Ja das sieht man doch. Was machst du denn hier draußen? Na ja, die Taverne ist mir zu teuer. Deshalb habe ich mich hier niedergelassen. Die vorherigen Bewohner brauchen es anscheinend nicht mehr. Wer waren die Bewohner dieses Lagers? Keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwelche Jäger. Vermutlich ist es ihnen hier draußen zu gefährlich geworden. Ist es hier draußen nicht so gefährlich? Na ja, nicht wenn man sich verteidigen kann. Meine Armbrust hat mir schon so manchen guten Dienst erwiesen. Besonders groß ist sie ja nicht. Aber tödlich. Aber tödlich. Wenn man weiß, wie man mit dir umgehen muss. Ich hatte schon mal eine größere. Die ist mir leider abhandengekommen. Ich hatte mich zu weit nach Norden in die Berge vorgewagt. Es gibt dort einen großen Steinkreis mit einem Opferhalter. Als ich dort oben Scavenger jagte, kamen diese ekelhaften, untoten Wesen aus dem Wald und griffen mich an. Alles, was ich noch tun konnte, war um mein Leben zu rennen. Dabei ist mir meine Armbrust aus der Hand geglitten. Ich wette, sie liegt noch heute da oben bei dem seltsamen Steinkreis im Norden. Kannst du mir... Bevor ich dir... So... Neues. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Aber erkennt man hier nicht diese nicen 4K-Texturen? Also ich finde die schon außergewöhnlich. So... Aber ich würde nochmal eben fix auf Klo laufen, bevor wir hier weiterlaufen. Also gebt mir eine Minute. Bis gleich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, das tat gut. Oh, ich weiß, was wir noch machen können. Wir können noch eben Schwerter durchschmieden. Genau. Uh-oh. So, das war 5, ne? Teleport zur Hafenstadt. So. Brian. Was kann ich können? So. 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 Da ist noch eine Hütte, die ich mir angucken wollte. Gegen Lurker will ich noch nicht kämpfen. Oh! Oh, Nö. Bööööööööö So, weil wenn man schläft, kann man Brian zurücksetzen, bzw. der kriegt eigentlich mehr Sachen. Na komm, lass mich da ran. So, wenn man schläft, kann man schläft, kann man schläft. So, wenn man schläft, kann man schläft, kann man schläft. Tüdelü, mach weiter. Dankeschön. What's up? Ich hoffe, wir sterben nicht nochmal an blöden Wölfen, die wir vorher relativ easy platt gemacht haben. Hm. Okay, oder liegt das einfach? Oh Gott, oh Gott. Okay. 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 Hei, 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 hei. Dann laufen wir hier vorsichtshalber einfach an der Seite lang. Oh, Error. Jawohl. Das hier ist deine Hütte? Ja, warum? Was stimmt damit nicht? Hast du keine Probleme mit den Söldnern? Solange ich sie bei ihren Geschäften nicht störe, lassen sie mich auch in Ruhe. Außerdem sind es gute Kunden von mir und ich bezahle sie dafür, dass sie in meiner Abwesenheit auf mein Haus aufpassen. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Zeig mir deine Ware. Die Auswahl! Ich will das doch selbst wissen können. Er weiß ja nicht mal wie er ein Schwert hält. Ich hab für so etwas Zeit. Und mir erfährt keiner was. Er muss einfach mehr trainieren. Ich hätte was anderes gemacht. Okay. Okay. Ich habe was anderes gehört. Das hätte er auch selbst wissen können. Ich hätte das anders gemacht. Er muss einfach mehr trainieren. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Ich meine, ich habe mich aber gar nicht. Irgendwann muss das hier so kommen. So. Oh. Das sind Söldner. Man weiß gar nicht mehr, wen... Wen haben wir denn da? Kenne ich dich nicht irgendwo her? Passt da. Schon möglich. Ich bin auf dem Weg zum Großbauern. So, so. Gefährlich siehst du mir ja nicht gerade aus. Das eine oder andere Biest habe ich schon erledigt. Ha! Du hast wahrscheinlich die Käfer auf den Feldern geplättet und ein paar Ratten aus ihren Löchern gejagt. Wir haben es hier mit Orks zu tun. Naja, und mit den dreckigen Stadtwachen. Meinst du echte Orks? Die Großen? Hä? Ich meine... Moment mal. Willst du mich verarschen? Nichts liegt mir ferner. Du Wurm. Du willst es wohl wissen, hä? Dann zeig mir doch mal, was du drauf hast, du Held. Oh, sorry. War nur ein Scherz. Ja, ja, kneif ruhig. Er hat auf die falschen Leute geh... So. Äh. Äh. Mal gucken, ob wir damit was auslösen können. Ops. Oh, Riga. Dann machen wir das später. So, Feldräuber. Warum nicht hier ein Ding der Banditen? Oh, Riga. Okay. So, ich will hier hinten jetzt mal gucken. Und wir drücken jetzt die Knöpfe nicht. Das war ein wenig zu cross. Cross. Krieger. Wie geht's? Du bist keiner von uns, nicht wahr? Mach lieber, dass du hier weg kommst. Warum? Hier war es zwar früher nicht das Paradies, aber in letzter Zeit ist es unerträglich geworden. Überall Banditen, Feldräuber zerstören die ganze Ernte und der Großbauer ist auch immer grausamer geworden. Hast du Angst vor dem Großbauern? Klar. Wenn dem Großbauern irgendjemand nicht passt, hetzt er seine Söldner auf ihn und kurze Zeit später ist man verschwunden. Also hält man hier besser die Klappe. Sollten sich die Söldner nicht um die Feldräuber kümmern? Ich weiß nicht, wofür sie bezahlt werden, aber sicher nicht, um uns kleinen Leuten zu helfen. Das Feldräuberproblem ist Sache der kleinen Bauern, die die Felder bei ihm gepachtet haben. Wie schützt ihr euch vor den Banditen? Gar nicht. Wir laufen weg. Was sonst? Lass dich nicht unterkriegen. Nicht so einfach, wenn man für Sekob den Menschenschinder arbeitet. Oh, nett. Für den würde ich ja auch ungern arbeiten wollen. Walter Hazard. Wie sieht's aus? Ah, ein neues Gesicht hier auf dem Hof. Hat mir der alte Geizknorpel endlich einen Lehrling bewilligt? Ich bin kein Lehrling. Oh, ach so. Ich bin nicht mehr der Jüngste, weißt du? Und ich warte schon seit Jahren auf meine Ablösung. Du bist doch nicht etwa hier wegen der verärgerten Nachbarschaft, oder? Welche Arbeit machst du hier? Hoho, ich hüte Schafe und das mache ich schon seit ich denken kann. Die Tiere sind sehr treu und auch sehr schlau, das musst du wissen. Wenn du sie gut behandelst, dann folgen sie dir ein ganzes Leben lang. Mhm. Hast du hier Banditen vorbeikommen sehen? Allerdings. Sie sind bei Sekups Hof am Feldrand Richtung Norden in den Wald gegangen. Sie hatten eine Menge Waffen bei sich. Sah so aus, als ob sie den Krieg mit den Orks gewinnen wollten. Bin nur froh, dass sie nicht auf unseren Hof gekommen sind. Was für Ärger hast du mit den Nachbarn? Das Gras auf dieser Seite der großen Felder ist immer sehr mickrig und ausgedörrt. Dann gehe ich meistens auf die großen Weiden der anderen Bauern. Dem Großbauer macht das nichts aus, aber Benga, der Bauer auf dem Weidenplateau, macht jedes Mal einen riesigen Aufstand, wenn ich mit den Tieren bei ihm bin. Er ist der Meinung, dass Sekup Zoll bezahlen soll, wenn ich seine Tiere auf Bengas Weide bringe. Sekup macht dafür aber keine müde Münze locker und darum darf ich auch nicht mehr auf das Plateau. Vielleicht sollte ich mal mit Benga sprechen. Das würdest du für mich tun? Naja, und was willst du ihm denn sagen? Ich meine, ich will keinen Ärger, hörst du? Wir werden sehen. Wo finde ich das Weidenplateau und Bengas Hof? Du folgst dem Feldweg und überquerst die große Kreuzung. Wenn du dich dann rechts hältst, siehst du vor dir ein großes Felsmassiv. Rechts dahinter ist das Weidenplateau und der Pass. Sonst alles klar? Ich kann nicht klagen, danke der Nachfrage. Wer ist das hier? Na, Kleiner? Das Gesinde hat mich nicht so schnöde anzusprechen. Wie oft muss ich das noch sagen? Hast du ihr das Sagen? Äh, nein, ich bin nur Sekups Sohn. Aber wenn mein alter Herr einmal nicht mehr ist, dann gehört das ganze Land, was du hier siehst, mir. Toll. Gehst du mit den Feldarbeitern immer so um? Klar, die brauchen das. Wer hier nicht spurt, kriegt Prügel. So läuft das. Was machst du denn? Aufpassen. Die dreckigen Milizen der Stadt kommen immer häufiger auf unser Land und stehlen alles, was sie in die Hände bekommen. Erst letzte Woche waren die Dreckskerle noch hier und haben einige unserer Schafe einfach mitgenommen. Wenn ich mal einen von ihnen in die Finger kriege, dann mach... Ja, klar. Warum helfen euch nicht die Söldner gegen die Milizen? Bevor die erstmal in Wallung kommen, habe ich sie doch schon längst in die Flucht geschlagen. So, ich will ihn doch jetzt mal verärgern. Wie viel kostet das denn? Fünf. Hatte jemand heute schon die Nase geputzt? Lass mich in Ruhe, du... Hatte jemand heute... Lass mich in Ruhe... Ich muss... Der hat keine Zeit. Aber ich bin sein... Indem du mich deinem Vater vorstellst. Bist wohl ein ganz harter Bursche und guter Kämpfer, was? Der Beste. Ich glaube, dann sollte ich ihn mal besser holen. Lass mal, Junge. Ich werde ihn schon... Wie du meinst. Höhö. Was willst du auf meinem Land? Hier gibt's nix zu klauen. Scher dich weg. Gibt es in diesem verfluchten Land eigentlich ein Fleckchen Erde, das nicht irgendjemand gehört? Geh arbeiten, dann kannst du vielleicht auch irgendwann mal ein Stück Land dein eigen nennen. Aber bis dahin lungerst du gefälligst woanders rum. Guck mal. Ich hab zurzeit keine Arbeit für dich. Jetzt geh. Guck mal. Ich hab zurzeit... Vieh nervig. So. So, wer ist der Typ hier hinten? Na, wo wollen wir denn hin? Bist du hier der Oberaufseher? Ich geb dir gleich ein paar hinter die Ohren, du Bengel. Wenn du auf meinem Land entlang spazieren willst, kostet dich das 5... Vergiss es. Dann muss ich dir jetzt... Kannst es ja mal versuchen. Na dann. Boah... Was willst du? 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 Ich habe... Wie läuft's mit der Feldarbeit? Guck dir die riesigen Felder an, die wir bestellen müssen, dann weißt du wie es läuft. Suchst du Landarbeit? Nein. Eigentlich will ich Söldner werden. Dann bist du hier falsch. Die Söldner findest du meistens auf dem Hof des Großbauern. Ich würde mal sagen, wir machen uns mal auf den Weg zum Großbauern. Dann gucken wir uns das da mal an. Gottfage. Gottfage. So. Oh. Oh, hello Crack. Oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Okay. Ah, Gott sei Dank. So. Oh, was haben wir denn hier Schönes bekommen? Rostiger Schwert und rostige Axt. Wer ist das denn? Fester. Was machst du hier? Ich bereite mich auf den Kampf vor. Wieso? In letzter Zeit haben die Bauern immer mehr Probleme mit den Feldräubern. Ein paar von ihnen haben sich sogar fressen lassen. Das fand der dicke Oner nicht gerade lustig. Wir haben alle eine Woche lang keinen Sold bekommen. Und es war mehr oder weniger meine Schuld. Jetzt will Lee, dass ich das Nest der Viecher alleine platt mache. Und die anderen Jungs haben schon Wetten abgeschlossen, ob ich es überlebe. Wo ist das Nest? Mitten auf dem Feld hier, in dem großen Felsen. Hopps. Wir könnten... Du willst mir helfen? Ich will bei euch mitmachen. Ach, so sieht die Sache aus. Du willst beweisen, was du drauf hast? Na gut, lass uns die Viecher... Lass uns jetzt gleich? Du könntest nochmal zum Ho... Jetzt ist genauso gut wie später. Gut, dann lass mal sehen. Ich bin ein Mistfeed weniger. Ich bin ein Mistfeed weniger. Hier haben sie also die toten Bauern hingeschleppt. Widerlich. Die Drecksviecher dürften wohl alle platt sein. Lass uns wieder zurückgehen. Nice. Das haben wir jetzt gut geschafft. Das haben wir jetzt gut gemacht. Warte mal. Was? Tja, ich könnte dir schon helfen bei uns. Und warum nicht? Wenn ich allen erzähle, dass du mir gehörst. Du verstehst. Tja, hey. Warte mal. Ich denke, du bist mein... Ich lasse mich nicht mir kommen, die... Warte mal. Ah, v... Ah, 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 ah! Das nächste Mal werden wir ja sehen. Warte mal. Okay, okay, du bist... Okay, super. Dann haben wir die platt gemacht. Wer ist das? Ein Söldner. Ein Lagerfeuer. Wo willst du hin? Ich wollte mal nachsehen, was es hier so gibt. Tja, hier gibt's jede Menge Ärger für Männer wie dich. Du erzählst mir, du willst mal sehen, was es hier gibt? Tja, du willst zum Hof. Wieso bist du sonst den ganzen Weg hierher gelatscht, hm? Also erzähl mir keinen Mist. Lass dich kurz von mir durchsuchen, dann kannst du weiter. Behalt bloß. Oder w... Das wollen wir doch... Jetzt wird's lustig. Aha! 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 Thema ist das... Okay, dann laufen wir um Santes... ...herum. Warte doch mal, Freundchen. Ich hab gar nicht gesehen, dass Sentenza dich durchsucht hat. Sentenza! Komm doch mal her. Einen Moment, er ist sofort hier. Dann wirst du dein blaues Wunder her. Das war doch schon vorher klar. Das war doch klar. Nicht schlecht! Na, immerhin hast du wenigstens Gold dabei. Das hör dich zum ersten Mal. Das wird auch keiner mehr hören. Ich hab so... Hm. Hm. Wo? Wie du... Na, dann... Du bist ja also ganz... Du siehst mir aber gar nicht so verhungert aus. Bist jedenfalls nicht dumm. Wir sehen uns best... Bist wahrscheinlich der Einzige, der weiß... Ich will nur 50 Goldstücke von dir. Das ist der Wegzoll... Was? Ich hab so einiges gehört. Ich will mich... Lee hat hier bald nichts mehr zu sagen. Was soll das heiß? Er will, dass wir hier alle sitzen und Däumchen drehen, ab und zu mal ein paar Bauern einschüchtern und das war's. Silvio sagt immer, Angriff ist die beste Verteidigung und da hat er verdammt recht. Da muss man mal ganz kräftig dazwischen... Wer ist Silvio? Wenn du mich fragst, unser nächster Anführer. Wenn du vorhast, ihn zu fragen, ob du bei uns mitmachen kannst, vergiss es. Du siehst so aus, als ob du gerade mal zum Schafe hüten tauchst. Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Das ist glücklich nicht mein Wort. Oh Mann, ey. Wie sieht's aus? Seit Ona verlauten ließ, dass er Söldner anheuert, quillt der Hof fast über vor lauter Gallenvögel. Das ganze Gesindel, das sich vorher nicht aus den Wäldern getraut hat, ist jetzt hier. Die Kerle kamen echt von überall her. Die Söldner kamen von überall her? Ein Großteil kam aus der Strafkolonie. Eine weitere Gruppe von Söldnern kam aus dem Süden. Sie haben dort wohl Orks gejagt. Und ich wette, es sind auch mittlerweile ein paar Banditen aus den Bergen hier und lassen sich durchfüttern. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Die Söldner kamen von überall her? Ein Großteil kam aus der Strafkolonie. Eine weitere Gruppe von Söldnern kam aus dem Süden. Sie haben dort wohl Orks gejagt. Ach, das hatten wir gerade eben schon. Wie? Seit Ona ver... Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Was weißt du von den Söldnern aus dem Süden? Nicht viel. Die haben da wohl Orks gejagt, soviel ich weiß. Silvio ist ihr Boss. Zu ihm gehören Bulko, Sentenza, Raul und noch ein paar andere. Sag nicht, das hast du nicht gekostet. Nicht viel. Ich bin ganz... Lee und seine Leute. Torloff, Korr, Jarvis, Wolf und wie sie alle heißen. Von welchen... Das war nur so ein Spruch. Im Süden des Tals gibt es Berge mit verlassenen... Es sind auch Sträflinge aus der Kolonie. Nur mit dem Unterschied, dass sie noch schlimmere Abschaum sind. Man darf halt nicht alles glauben. Okay, danke Gunnar. So. So. Ich wundere mich über die Hand. Er ist gerannt, als ob Bill ja selbst hinter ihm herrn. Was? Vom Schlösser knacken verstehe ich nichts. Ich glaube nicht, dass ich daran was sein. Meine Meinung will ja keiner hören. Das wird sich nie ändern. Hey, du. Man weiß gar nicht mehr, wie man am Laufen kann. Hallo, schönes Kind. Na? Wo haben sie dich denn laufen lassen? Ich habe gehört, ihr lehnt euch gegen den König auf. Mein Vater. Mein Vater hat beschlossen, dass es an der Zeit ist, dass wir uns selbst verteidigen. Die Milizen haben uns sowieso nie geholfen. Sie waren noch hier, um unsere Waren wegzuschleppen. Welche Arbeit gibt es hier auf dem Hof? Mein Vater zahlt Geld an alle Männer, die helfen, den Hof zu verteidigen. Hast du Interesse? Du siehst mir nicht wie jemand aus, der an Feldarbeit interessiert ist. Wie viel zahlt denn Vater? Das musst du schon mit ihm selbst aushandeln. Ich weiß nur, dass jeder der Söldner hier täglich seinen Sold bekommt. Gibt es hier irgendwelche Regeln, die ich beachten sollte? Du fasst hier nichts an, was dir nicht gehört. Du marschierst nicht in Bereiche, in denen du nichts zu suchen hast. Und wenn du vorhast, dich zu prügeln, halt dich an die Söldner. Wenn du Schlägereien mit den Bauern anfängst, hast du hier alle gegen dich. Oh, nice. Was ist deine Aufgabe hier? Ich verkaufe die Waren unseres Hofes. Wenn du etwas kaufen möchtest, musst du es mir nur sagen. Aber ich warne dich. Bei mir wird nicht gefeilscht und nicht gestohlen. Klar? Vor einigen Tagen hat mein Vater erlassen, dass wir nichts mehr in der Stadt verkaufen dürfen. Darum bleibe ich hier auf dem Hof und verkaufe meine Ware nur noch an Besucher. Zeig mir deine Waren. Was kann ich dir an? Es kommt nur auf die Kraft. Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Nice. Alles klar? Hey, ich kenn dich. Aus der Kolonie. Was willst du hier? Ich bin gekommen, um mich euch anzuschließen. Warum nicht? Nichts dagegen. Hast immerhin damals unsere Mine von den Gardisten befreit. Aber rechne bloß nicht damit, dass du bei den meisten anderen hier so einfach landen kannst. Es sind viele neue dazugekommen seit damals. Und einige der alten Söldner werden sich nicht an dich erinnern. Hätte dich auch fast nicht erkannt. Es ist ziemlich abgemagert aus. Als die Barriere eingestürzt ist, hätte es mich fast erwischt. Dass ihr noch mal Glück gehabt. Hast du was zu verkaufen? Ach, frag nicht. Bennett, einer von den Neuen, kümmert sich jetzt um die Waffen und Rüstungen. In der Kolonie war ich noch verantwortlich für Lee's gesamtes Waffenlager. Und dann kommt so ein gelernter Schmied daher und zack, bin ich meinen Job los. Ich brauche unbedingt eine neue Aufgabe. Und wenn ich bloß auf die Bauernhöfe draußen aufpassen müsste, ist mir egal. Hauptsache, ich sitze hier nicht mehr rum. Ich hab mir das schon gedacht. Und? Bis jetzt noch? Schon mal in der Stadt? Oder glaubst du etwa, ich würde dort als Militzsoldat arbeiten wollen? Ich stelle mich mir gerade in dieser Hofschranzen-Uniform vor. Diese Gehorsams-Wahn. Nee, lass mal. Hier auf dem Hof habe ich zwar gerade nichts zu tun, aber ich kann wenigstens machen, was ich will. Das war genau so, wie du sagst. Kannst du mir was beibringen? Ich kann dir ein paar Tricks im Umgang mit dem Bogen zeigen, wenn du willst. Hab sowieso zurzeit nichts besseres vor. Meine Meinung will ja keiner hören. Das war doch schon vorher klar. Okay. Ich will mich den Söldnern anschließen. Schwächlinge können. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Kannst du mir beibringen, wie man mit Zweihandwaffen umgeht? Das ist jetzt hier wie... Ja, zu junger. Man braucht viel Kraft, um eine Zweihandwaffe zu führen. Warum gehst du dich lieber auf die Weide und spielst eine Runde mit... ...und zuhören. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Ich schwächle. was willst du ich weiß gar nicht warum es ist okay ich verkaufe keine waffen das macht carlet er ist bei oder im haus wie sieht's mit dem zubehör zum spaß brauchst du gehörst du den bauern oder zu den söldnern du bist mich doch verarschen oder nicht ich war nur neugierig schon mal ein bauern gesehen der waffenschmied ist was fragt du dann so dämlich was für waffen stellst du her zurzeit größtenteils einfache schwerter aber wenn ich magisches erz hätte könnte ich waffen schmieden die besser sind als alle vergleichbaren waffen aus normalem stahl du weißt nicht zufällig wo man hier in der gegend welches findet außer im minental meine ich natürlich nicht so lange du keiner von uns bist werde ich den teufel es gibt nur sehr wenige schmiede die es können und ich glaube nicht und das ist auch gut so sonst rennen demnächst die versoffenen stadtwachen alle mit erzschwertern rum ich will mich den söldnern anschließen dann quatsch nicht sondern geht zu torloff und lass dich auf probestellen hallo ich bin neu hier ist mir nicht übel aber ich habe nicht viel lust mich zu unterhalten sind ziemlich im arsch schwer beschäftigt was kann man wohl sagen wenn es macht so viele waffen dass ich mit dem schleifen kaum nachkommen ich muss mal eben kurz batterien holen kleinen moment ich wundere mich aber gar nicht zu sicherheit ich wundere mich aber gar nicht zu das war schon gut man darf halt nicht alles glauben was man nicht das hast du nicht gewusst er weiß ja nicht mal wie ein schwert hält also seine entscheidung so ist man halt ganz das ist ja nicht mehr zu sagen das ist ja nicht mehr zu sagen das ist ja nicht mehr zu sagen er hat auch keinen neuen was kannst du mir bei den hof erzählen das hier ist unershof das große haus ist sein wohnhaus er hat einen flügel freigemacht für die söldner seitdem müssen wir bauen in der scheune pennen da aber mir soll es recht sein ist schon gut dass wir jetzt leute haben die auf den hof aufpassen das haus hier ist die küche vielleicht hast du glück und hekla hat was zu essen für dich was ist mit den söldnern ona hat sie angeheuert damit sie uns die milizen aus der stadt vom hals halten aber sie passen auch auf den hof die schafe und uns bauen auf also lass dir bloß nicht einfallen was zu klauen oder in irgendwelchen truhen rum zu kramen die warten nur auf eine gelegenheit dich um zu hauen kann ich bei dir waffen kaufen ich habe nicht viel die schwert und äxte bringen mir fast alle in onas haus ich weiß langsam nicht mehr was ich glaube ich wir beide sollten uns mal unterhalten sich ja so ein ich wüsste nicht worüber wie sieht es aus habe ich dir erlaubt mich anzusprechen ich weiß gar nicht mehr wem man auch laufen ziemlich ziemlich viel ist doch ich glaube ich bin Silvio Marke ist nicht wenn man ihn anspricht wer zählt das hätte er auch jetzt ich bin ich bin hey dein Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor kann schon sein ich war auch in der Kolonie richtig richtig was willst du wie ist die lage ach wir haben zurzeit ziemlich ein Ärger es bilden sich gerade zwei Fronten unter den Söldnern Silvio und seine Leute zweifeln daran dass Lee den richtigen Plan verfolgt ja doch wie kam es zu den zwei Fronten der größte Teil von uns ist mit Lee damals aus der Kolonie gekommen aber einige der Söldner sind auch später zu uns gestoßen sie kamen nicht aus der Kolonie sondern haben weiter südlich gegen die Orks gekämpft aber sie haben irgendwie davon Wind gekriegt dass hier Leute gebraucht werden ihr Anführer war Silvio er hat sich zwar damit einverstanden erklärt dass Lee hier das Kommando hat aber jetzt versucht er die Söldner gegen ihnen seinen Plan aufzuwiegeln viele von Lee's Leuten glauben nicht dass das ein großes Problem ist aber ich kenne die Typen wie Silvio er wird bis zum äußersten gehen um seine Vorstellungen umzusetzen motherfannig montieren wir werden was wir anders habe Lee will, dass wir abwarten und die Paladine in der Stadt aushungern. Er hat den Plan, uns alle von der Insel wegzubringen. Und Inos weiß, dass ich nichts dagegen hätte, von hier zu verschwinden. Ich weiß zwar nicht genau, wie er das anstellen will, aber ich vertraue ihm. Er hat uns bis jetzt gut geführt. Weißt du, was Silvio vorhat? Silvio hat mitbekommen, dass ein Teil der Paladine in die alte Kolonie aufgebrochen ist. Er meint, die restlichen Paladine würden es nicht wagen, uns hier anzugreifen und will die Situation ausnutzen. Die kleinen Höfe plündern, den Milizpatrouillen vor der Stadt auflauern, Reisen überfallen, solche Sachen eben. Aber Lee denkt, das wäre das Schlechteste, was wir in unserer Situation machen könnten. Ich bin mir nicht sicher. Wo ist das Problem? Na, ich muss entweder für oder gegen dich stimmen. Und bei der Lage, in der wir zur Zeit stecken, werde ich dir meine Stimme nur geben, wenn ich sicher sein kann, dass du auf Wies Seite stehst. Ich brauchst du das nicht. Was soll ich machen? Ganz einfach. Hau ein paar von Silvius' Jungs um. Damit machst du beiden Seiten klar, zu wem du stehst. Und wenn du dich an die Duellregeln hältst, bringt dir das sogar noch den Respekt der anderen ein. Was sind die Duellregeln? Geh zu Torloff und lass dir das von ihm erklären, wenn es dich interessiert. Damit wir uns richtig verstehen. Mir ist egal, ob du dich an die Regeln hältst oder nicht. Hauptsache, die Knaben landen bewusstlos im Dreck. Welche der Söldner gehören zu Silvio? Es sind sechs Männer. Zum einen Silvio selbst und seine rechte Hand, Bulko. Dann sind da Rott, Sentenza, Fester und Raul. Der Rest der Leute ist entweder neutral oder auf Lies Seite. Wie viele von Silvius' Männern soll ich denn besiegen? Wenn du drei von ihnen zu Boden schickst, hast du unter Beweis gestellt, auf welcher Seite du stehst. Wen du dir aussuchst, ist deine Sache. Nur ein kleiner Tipp. Es geht nicht darum, deinen Mut zu beweisen. Leg dich nicht mit Silvio selbst an. Der macht Hundefutter aus dir. Okay. Fester ist dein... Gut. Ich erwarte, dass du es mindest... Sag ich ehrlich, du hast das nicht gewusst. Was machst du... Das riecht... Oh ja, ich kenne Typen wie dich. Die rennen hier zu Hauf rum. Wollen sich erst einschmeicheln. Und wenn man sie mal braucht, sind sie nirgendwo zu sehen. Ich suche Arbeit. Du willst hier auf dem Hof arbeiten? Das kann nur ohne entscheiden. Ihm gehört der Hof und das ganze Tal. Ich habe Hunger. Ich verteile kein Essen an Landstreichern. Hier gibt es nur was für Leute, die arbeiten. Und für das Söldnerpark natürlich. Ich wollte mich eigentlich den Söldnern anschließen. Du bist wohl auch einer von diesen Verbrechern aus der Strafkolonie. Hätte ich mir gleich denken können. Lass mich bloß in Ruhe. Hier gibt es schon genug Männer wie dich. Was hast du für ein Problem mit den Söldnern? Ah, die Kerle gehen mir auf die Nerven. Vor allem Silvio und sein fetter Freund Bulko. Die beiden sitzen jetzt schon tagelang in ihrer Ecke und machen mir das Leben zur Hölle. Die Suppe ist zu heiß, das Fleisch ist zu zäh und so weiter und so weiter. Warum unternimmst du nichts dagegen? Klugscheißer, was soll ich denn machen? Mit dem Nudelholz drauf hauen? Das kann ich bei den Bauern machen. Aber diese miesen Kerle schlagen zurück. Was hast du anzubieten? Soll ich den beiden... Mach dich nicht unglücklich, Schätzchen. Soweit ich weiß, hat Silvio... Und was ist mit Bulko? Der Kerl ist stark wie ein Bär. Er hat bisher jeden umgehauen, der ihm oder Silvio krumm gekommen ist. Das muss keiner wissen. Ich brauche einen Platz zum Schlafen. Lass dir Blues nicht einfallen, in meiner Küche zu pennen. Such dir einen Platz in der Scheune. Okay, nice. Wie sieht's aus? Hey, kenne ich dich nicht irgendwoher? Kann schon sein. Ich habe damals in der Kolonie mit Sumpfkraut gehandelt. Weißt du noch? Oh, Cipher. Ich will mich Lies Leuten anschließen. Lies Leute? Wenn Lies so weitermacht, sind das bald nicht mehr seine Leute. Wieso? Lies war immer schon ein ruhiger Vertreter. Das war schon damals in der Kolonie so. Aber in letzter Zeit übertreibt er es. Er will, dass wir hier sitzen und einfach abwarten, bis die Paladiner ausgehungert sind. Silvio ist der Meinung, wir sollten mal ein bisschen auf den kleinen Höfen und vor der Stadt aufräumen. Ich glaube, das wäre mal eine gelungene Abwechslung. Zur Zeit drehen die meisten von uns hier nur Däumchen. Willst du dich uns trotzdem anschließen? Und womit handelst du jetzt? Ach, frag nicht. Ich hatte ein ganzes Paket Sumpfkraut aus der Minenkolonie mitgebracht. Viele von den Söldnern rauchen gerne mal ein. Ich habe eine hübsche Stange Geld nebenbei verdient. Aber irgendein Mistkerl hat mir das ganze Kraut aus meiner Truhe gestohlen. Bin mir ziemlich sicher, dass es dieser Bodo war. Er hat sein Bett im selben Raum wie ich und er grinst mich immer so dämlich an. Ich will auf jeden Fall bei euch mitmachen. Du weißt bestimmt schon, dass über jeden Neuen abgestimmt wird. Worauf willst du hinaus? Naja, ich hatte lange nichts mehr zu rauchen. Bring mir ein paar Stängel Sumpfkraut und meine Stimme gehört dir. Nice. Du kannst bestimmt irgendwo was auftreiben. Vielleicht bei Lester? Was willst du jetzt mit dem Dieb machen? Irgendwann werde ich ihn dabei erwischen, wie er mein Kraut wegraucht. Und dann werde ich mir ein ruhiges Örtchen suchen und ihn mir mal zur Brust nehmen. Wenn ich ihn hier mitten auf dem Platz umhaue, kriegen es die anderen Bauern mit. Und ich kann mich dumm und dämlich bezahlen. Warum das? Ganz einfach, wir dürfen uns nicht an den Bauern vergreifen. Sonst knöpft uns Lee ein fettes Strafgeld ab. Ona will das so. Und je mehr Zeugen es gibt, desto mehr Wind wird gemacht. Das macht die Sache teurer. Also werde ich die Sache schön unauffällig abziehen. Zeig mir deine Ware. Ich habe zur Zeit kein Sumpfkraut. Willst du was anderes? So, jetzt muss man Bonbon. Okay. Das ist Torloff. Was rauchst du da? Willst du mal ziehen? Wo hast du das Zeug her? Ich habe so meine... Machst du noch was anderes, außer zu rauchen? Zur Zeit nicht. Ich will mich den Söldnern anschließen. Hast du was dagegen? Mir kann. Wer ist das? Cord? Ne, Söldner. So. Was ist denn das hier? Oh, Teleport hat es ein Großbauern. Das ist ein Nice. Okay. Ähm, so. Oh, Hund 3. Cool. Man kann also einen Hund als Begleiter mitnehmen. So. Gibt es hier auch noch einen Eingang? Ja. Aber hier ist nichts. Okay. Wollen wir dann mal mit Torlauf reden? Was willst du von mir? Was sind die Duellregeln? Ganz einfach. Beide Gegner müssen Gelegenheit haben, ihre Waffe zu ziehen, bevor der erste Schlag geführt wird. Du kannst nicht einfach hingehen und einem der Männer ohne Warnung eins überbraten. Es muss eine Art Herausforderung ausgesprochen werden. Eine Beleidigung. Keiner der anderen Männer wird sich in so einen Kampf einmischen. Es sei denn, einer der beiden wird bei dem Duell getötet. Ich will mich den Söldnern anschließen. So? Und warum glaubst du, sollte ich wohl dafür sein, dass du hier aufgenommen wirst? Stell mich auf die Probe. Hat Lee dich zu mir geschickt? Nein. Was? Quatsch. Kannst du mir helfen, meine Fähigkeiten zu verbessern? Ich könnte dir zeigen, wie du deine Stärke besser im Nahkampf einsetzen kannst. Okay. Viele Kämpfer sind sehr schwach, weil sie die Technik nicht beherrschen, ihre Stärke richtig einzusetzen. Dasselbe gilt für Geschicklichkeit und Fernwaffen. Ich will meine Fähigkeiten verbessern. Von mir erfährt keiner was. Dass du das nicht gewusst hast. Das will doch keiner wissen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Odo. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Wie steht's? Die Miliz hat uns lange genug schikaniert. Jetzt, wo die Söldner auf unserer Seite sind, werden sie sich nicht mehr trauen, hier einfach so aufzukreuzen. Der König glaubt wohl, er kann sich alles erlauben. Aber jetzt ist Schluss damit. Ich bin ganz normal. Mein König wird es besser. In der Stadt ist von Bauern aufstand, die Rede. Unsinn. Wir machen nichts, außer das, wofür wir hart gearbeitet haben, zu verteidigen. Es ist doch so. Der Krieg wird auf dem Rücken der Bauern ausgetragen. Aber Ona ist nicht mehr bereit, zuzusehen, wie der König uns ausblutet. Kann ich mich... Wenn du einen Platz zum Schlafen suchst, geh in die Scheune. Aber leg dich nicht... Ona sorgt zwar dafür, dass sie uns Bauern in Ruhe lassen. Aber mit Fremden... Seifer hat mir erzählt, ihm wäre ein Paket Sumpfkraut gestohlen worden. Und? Er denkt, du hättest es genommen. Ach, deswegen glotzt der Typ mich immer so dämlich an. Ich bin in letzter Zeit immer extra freundlich zu ihm, weil ich denke, der Typ ist echt mies drauf. Aber da war nichts zu machen. Ich mache ein freundliches Gesicht und er starrt mich an, als ob er mich umbringen wolle. Hermit, hör zu. Alles, was ich habe, ist dieser eine Stängelkraut. Du weißt ja, dass Ona Söldner auf uns auf... Also... Ich glaube, ich hab's. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm aufnehmen. Ich hab... Das ist wirklich zum ersten Mal. Das ist wirklich nicht mein... Erzähl mir nicht, sie können. Und wer ist das hier? Cord. Warte mal. Wenn du ein Problem mit den Wölfen oder Feldräubern hast, dann frag einen der jüngeren Söldner. Zu mir kannst du kommen, wenn hier die Paladiner anrücken. Was? Jedes Mal, wenn einer von euch Bauern zu mir kommt, geht's darum, harmlose Tiere abzumetzeln. Ich bin keiner der Bauern. Ach, was willst du dann? Ich will Söldner werden. Du siehst mir eher wie ein Kandidat für die Feldarbeit aus, Junge. Kannst du denn mit einer Waffe umgehen? Wie sieht's mit Einhandwaffen aus? Naja. Und wie steht's mit Zweihändern? Ich werde bestimmt besser. Das heißt mit anderen Worten, du bist ein blutiger Anfänger. Jeder Söldner muss sich auf seine Kameraden verlassen können. Unser aller Leben hängt davon ab. Solange du nicht vernünftig mit einer Waffe umgehen kannst, bist du hier falsch. Ich habe gehört, dass du dem Ring des Wassers angehörst. Welcher Dreckskerl konnte denn da schon wieder seine Schnauze nicht halten? Laris sagte mir, du könntest mir helfen, wenn ich dir sage, dass ich unter seinem Flügel wohne. Sieht so aus, als ob ich mich jetzt mit dir herumschlagen müsste, was? Also gut, was brauchst du? Und pass bloß auf, was du jetzt sagst. Wenn mir nicht gefällt, was ich von dir zu hören kriege, dann ziehe ich dir das Fell über die Ohren. Ich brauche eigentlich gar nichts. Ich komme schon alleine klar. Na gut. Und wehe dir, wenn mir zu Ohren kommt. Das höre ich zum ersten Mal. Ich will sein, bist du mittlerweile wie sie... Na, ob ich da je so... Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Hm. Wer ist das? Gute Nacht, Lala. Schlaf gut und einen schönen Abend hier noch. Wir waren nicht bei den Söldnern. Da bin ich eigentlich froh, draußen auf der Weide zu sein. Obwohl das auch sehr gefährlich sein kann. Was ist denn auf der Weide so gefährlich? Hier in der Gegend treibt sich ein kleines Rudel von Wölfen herum. In letzter Zeit sind die Mistviecher fast täglich gekommen und haben eins meiner Schafe gefressen. Vor ein paar Tagen hatte ich fast doppelt so viele Schafe. Dankeschön. Ich mag gar nicht daran denken, was Una mit mir macht, wenn er es erfährt. Warum hast du das mit den Wölfen nicht den Söldnern gesagt? Ich dachte, die arbeiten für euch. Ja, ich weiß. Das hätte ich tun sollen. Habe ich aber nicht gemacht, verdammt nochmal. Und jetzt, wo schon so viele Schafe weg sind, habe ich Angst, es überhaupt noch jemandem zu erzählen. Mir hast du es doch gerade erzählt. Das bereue ich auch jetzt schon. Was, wenn ich die Wölfe töte? Du allein? Das glaube ich nicht. Das würde ich noch eher meinen Leithammel zutrauen. Dann eben nicht. War nur so ein Vorschlag. Ich werde mal zu den Jungs rüber gehen und sehen, was die dazu sagen. Warte doch mal. Okay, okay. Du bist der Größte und du wirst es mit 100 Wölfen gleichzeitig aufnehmen können. Kein Problem. Sie lauern meistens zwischen den Bäumen in der Nähe der Weide. Ich glaube, es waren nur vier. Oh Mann. So, was ist das hier? Okay. Nice. Vier Wölfe getötet. Und eine Spitzhacke. Rostiger Schwert. Und. Okay. Können wir ihm ja direkt wieder Bescheid sagen, dass wir schon fertig sind. Okay. Freund. Hi. Die Wölfe sind erledigt. Du hast es geschafft? Innos sei Dank. Jetzt weiß ich nur noch nicht, wie ich es Una beibringe, dass mir die ganzen Schafe fehlen. Dieser verdammte Bulko ist an allem schuld. Was hast du über Bulko gesagt? Er ist einer der Söldner. Es wäre eigentlich seine Aufgabe gewesen, die Weide zu bewachen. Aber stattdessen hängt er mit seinem Kumpel Silvio den ganzen Tag bei Tegla in der Küche rum. Dieser Mistkerl ist schuld, wenn ich jetzt wegen der verlorenen Schafe wochenlang keinen Lohn... Ich wünschte, ich könnte ihm wenigstens dafür aufs Maul hauen. Aber gegen den... Hey. Kann ich ein Schaf kaufen? Jederzeit. Wenn du den Preis bezahlen... Wenn du die bezahlst, kannst du dir ein Schaf... Okay, wieso sollte ich ein Schaf kaufen? Oh, da unten ist auch was. What isn't there? So, who the fuck are you? Hey. Alles klar? Ein fremder Wanderer. Ich bin sehr beschäftigt, also was willst du? Was gibt's hier Interessantes zu sehen? Interessant ist gut gesagt. Wenn du hier weiter in den Wald hineingehst, dann wirst du auf ganz üble Gesellen treffen. Sie sind etwa drei Meter groß, haarig und ziemlich schlecht gelaunt. Also geh da nicht hin, wenn du nicht stark genug für sie bist. Orcs? Was machst du hier? Na, was so ein Holzfäller und Jäger ebenso macht. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Klar. Aber erst besorgst du mir was an... Ich will eine Flasche Milch, ein Brot und ein... Dann brauche ich noch Schinken. Oder? Käse, rohes Fleisch. Milch. Brot habe ich. Ah, und darum dürfte Dexter sein. Ach, Gunnar. Markt. So. Torlauf. Wo willst du? Na, ins... Na, bezahlte uns damit, wir Typen. Ich will mit Lee. Was willst du von... Ich will mich... Lee ist dem rechten Flügel. Lass dir... Aber vor allem lass Ohna ihn holen. Er steht nicht drauf, wenn... Das hätte er auch so, wie du sagst. Er hatte das nicht. Man weiß gar nicht mehr, wen man noch glaubt. Ich schaff... Alles klar bei dir? Wenn es was Wichtiges ist, rede mit Lee. Welche... Nur die Besten. Zwei-Hand-Waffe. Zwei-Hand-Waffe. Wer zum Teufel hat dich denn hier rein... Was machst du denn hier? Ich dachte, du wärst tot. Wie kommst du denn darauf? Gorn hat mir erzählt, dass du es warst, der die Barriere zum Einsturz gebracht hat. Das war ich auch. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Mann so etwas überleben kann. Was treibt dich her? Du bist doch nicht ohne Grund hier. Gorn hat von mir erzählt. Was ist mit ihm? Du kennst ihn doch noch, oder? Klar. Er hat sich von den Paladinen schnappen lassen und ist mit einem Strafkonvoi zurück ins Minental geschickt worden. Wenn der Weg zum Minental nicht mit Paladin und Orks gepflastert wäre, wäre ich schon mit ein paar Jungs losgezogen, um ihn zu befreien. Aber so hat es keinen Sinn. Armer Teufel. Ganz einfach. Ich werde dafür sorgen, dass wir alle von dieser Insel wegkommen. Ona hat uns angeheuert, damit wir seinen Hof verteidigen. Und genau das tun wir auch. Aber unser Lohn ist mehr als nur unser Sollt. Indem wir den Bauern helfen, schneiden wir die Staaten. Und je weniger die Paladine zu essen... Wie soll dein Ange... Im Wesentlichen geht es um unsere Begnadigung und um freie Über... Ich will mich euch... Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Die letzten Söldner, die ich aufgenommen habe... Du kannst im Grunde direkt anfangen. Naja, vorher müssen noch ein, zwei Dinge... So, eben speichern, nicht, dass ich was Falsches drücke. Wie kann ich die Söldner von mir überzeugen? Am besten, indem du das machst, was von dir als Söldner erwartet wird. Rede mit Torloff. Er ist meistens dran. Wenn du dabei nicht versagst, hast du... Er wird dir auch alles andere erzählen, was du wissen musst. Was muss ich klären, bevor ich bei euch mitmachen kann? Ona, der Grundbesitzer, ist derjenige, der uns hier beschäftigt. Nur mit seinem Einverständnis kannst du auf dem Hof bleiben. Okay. Dann sind da noch die Jungs. Erst wenn die Mehrheit der Söldner... Aber geh nicht zu Ona, bevor nicht alles klar ist. Ich bin bereit, mich euch anzuschließen. Nicht bevor du... Ich muss dringend mit den Paladinen in der Stadt reden. Kannst du mir helfen, zu ihnen zu kommen? Was willst du von den Paladinen? Das ist eine lange Geschichte. Ich habe Zeit. Also Xardas hat mich auf eine Mission geschickt. Er will, dass ich ein mächtiges Amulett beschaffe. Das Auge Enos. Du bist also noch immer mit diesem Dämonenbeschwörer im Bunde. Verstehe. Und die Paladiner haben dieses Amulett. So viel ich weiß, ja. Ich kann dir helfen, zu den Paladinen zu kommen. Allerdings erst, wenn du einer von uns bist. Wie kannst du mir... Vertrau mir. Ich bringe dich zu den Paladinen und du... Okay, dann sprechen wir mal mit Thorloff. Hey. Ja, das hat er... Stell dir... Hat Liedig zu mir. Er sagte, du würdest mir weiter... Gut. Dann wollen wir mal. Es gibt... Erstens. Du musst beweisen, dass du fähig bist, die Aufgaben zu meistern, die du als Söldner zu erfüllen hast. Ich werde dich auf die Probe stellen. Und zweitens. Du musst dir... Wie verdiene ich mir den Respekt der anderen Söldner? Den meisten wird es reichen, wenn du meine Aufgabe erfüllst und deine Probe bestehst. Aber einige unter ihnen wirst du auf andere Art überzeugen müssen. Manche werden versuchen, deine Situation auszunutzen und wie der anderen passt vielleicht deine Visage nicht. Du solltest versuchen, mit möglichst vielen der Jungs gut auszukommen. Aber wenn nichts mehr hilft, kannst du dich... Wenn du gewinnst, wird das den meisten Respekt beibringen. Aber achte darauf, dass du nicht versehentlich einen dabei umbringst. Denn dann hast du ein fettes Problem. Was ist mit dir? Wirst du für mich stimmen? Wenn du beweisen kannst, dass du die Aufgaben eines Söldners erfüllen kannst, ja. Wie ist mein... Mal sehen. Wolf sagt, er hat nichts dagegen. Jarvis ist sich noch nicht sicher, ob du auf der richtigen... Er hat keine Lust, dass noch mehr Leute nach Silvius... Kort ist der Meinung, du müsstest das lernen. Seifer sagt, du schuldest ihm noch einen kleinen Gefallen. Rot hält dich für einen Schwächling. Sentenza will nicht für dich stimmen. Er sagt, Raul ist gegen dich. Von Silvio und Bulko brauche ich wohl gar nicht erst zu reden. Der Rest der Söldner hat nicht... Die meisten warten einfach ab. Du bist noch lange nicht... Okay. Ohna hat uns aus zwei Gründen ansäuert. Er will, dass wir ihm die Milizen vom Hals halten und dass wir auf seinen Höfen für Ordnung sorgen. Dazu zählt auch, dass wir die Pacht eintreiben, wenn die kleinen Bauern mal wieder nicht zahlen. Also, was darf's sein? Mit den Milizen werde ich schon fertig. Der Bauer Benga hat sich beklagt, dass ihm in letzter Zeit die Milizen aus der Stadt... Sie setzen den Bauern unter Druck, wollen wohl erreichen, dass er sich von Una lossagt. Ich will, dass du zu seinem Hof gehst und den Milizen klarmachst, dass sie dort nichts verloren haben. Fragen? Wo finde ich... Im Südwesten des Tals ist eine große Treppe, die zu einer... Wenn du dich verlaufen solltest, fragt die Bauern auf den Feldern, wie du... Ich will. Gut. 43. Jetzt könnte ich eine Zweihandachs tragen. Ich hab für so etwas keine Zeit. Ich hab mir das schon gedacht. Das hab ich für ihr Auge, meine Damen und Herren. Das hör dich zum ersten Mal. Das hat er doch vorher gewusst. Hey, du. Was willst du nicht brauchen? Ich glaube, ich hau dir mal... Was? Das ist genau... Ich bin wohl bis... Ja, doch. Die Lichtschlecht. Ich glaube, ich muss noch so ein bisschen leveln, bis ich das machen kann. Ich glaube, ich guck mal, was da oben bei dem Kastell ist. Da sollte ja eigentlich Dexter unterwegs sein. Ich bin sehr gespannt. Und so... Halt! Du kannst hier nicht vorbei. Ich will mit deinem Anführer sprechen. Ach so, du willst mit meinem Boss sprechen? Ja, dann lass... Aber nur, wenn du seinen Namen kennst. Denn wenn nicht, muss ich dich töten. Also... Ja, der Kerl kann da... Genau, das hab ich auch gesagt. Dexter. Tja, ich schätze, du kennst meinen Boss. Okay. Ich glaube... Kommst du irgendjemandem zu nahe, kommst du... Also, atme tief durch und lass die Waffen stecken. Dexter findest du im Haus. Okay. Ich hätte das nicht gemacht. Hä, ich dachte, der wäre im Haus. Ach, vielleicht in dem Haus da hinten. Dexter. Sieh an, wer da ist, der große Befreier. Na, du Held, was suchst du hier? Ich suche ein paar Antworten. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass du freiwillig hierher kommst. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass ich dich hab suchen lassen. Noch keinen von meinen Steckbriefen gesehen? Deine Visage ist da drauf. Ja, du bist ein begehrter Mann. Hast du das nicht gewusst? Als ich versuchte, aus dem Minental zu entfliehen, entdeckten mich die Soldaten und trieben mich in eine Falle. Ich dachte schon, das wäre mein Ende. Aber dann tauchte plötzlich aus der Dunkelheit diese Gestalt auf. Er trug eine schwarze Robe mit Kapuze und eine Maske überm Gesicht. Und er sprach mit einer Stimme, die alles andere als menschlich war. Aber er bot mir seine Hilfe an. Er brachte mich aus dem Tal und bot mir 1000 Goldstücke für deinen Kopf. Hey, was sollte ich machen? Wenn ich abgelehnt hätte, dann hätte er mich getötet. Was willst du denn von mir? Ich? Gar nichts. Aber mein Boss, der ist ganz heiß drauf, dich zu töten. Deswegen soll ich dich finden und deinen Kopf zu ihm bringen. Man erzählt sich, dass du Leute aus Korenis verschleppst. Dahinter bist du also auch schon gekommen. Saubere Arbeit, kann ich da nur sagen. Ich dachte, ich hätte meine Spuren besser verwischt. Wo sind die Leute geblieben? Hier irgendwo in den Minen? Sie sind schon längst über alle Berge im Nordosten und unerreichbar für dich. Ich könnte dir zeigen, wo genau. Aber ich wüsste nicht, warum ich das tun sollte. Wer gab dir diesen Auftrag? Mein Boss. Ein gefährlicher Mann. Du kennst ihn. Es ist Raven, einer der ehemaligen Erzbarone aus dem alten Lager im Minental. Er braucht die Leute für seine Pläne. Und das ist auch schon alles, was du wissen musst. Ein Erzbaron hier an Korenis? Er ist kein Erzbaron mehr. Er hat seine eigenen Pläne. Und das wird Korenis auch schon bald zu spüren bekommen. Raven gefährlich? Naja. Was weißt du denn schon? Du kennst ihn nicht so, wie ich ihn kenne. Er war damals schon ein mieses Schwein, aber heute... Er hat sich verändert, seit die Barriere gefallen ist. Ein schwarzer Schatten liegt auf seinem Gesicht. Sein scharfer Blick durchdringt dich wie die Krallen eines Greifvogels, wenn du ihm zu lange in die Augen schaust. Ich kann dir nur den einen Rat geben. Verlasse Korenis so schnell, wie du nur kannst, bevor es zu spät ist. Hier gibt es nichts für dich. Nur den sicheren Tod. Da gibt's so einen Kerl mit einer Augenklappe. Der sucht dich. Alle suchen mich. Es schert mich einen Dreck. Wenn der Kerl was von mir will, soll er herkommen. Und was hast du jetzt vor? Würdest du mich töten? Ja. Aber du hast uns alle befreit. Deshalb gebe ich dir noch eine Chance. Hau ab. Verschwinde. Mach dich... Ich muss wissen, wohin du die... Es ist besser für dich, wenn... Lässt du dich hier nochmal... Du hast es nie... Verdammt. Sieh an... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Wer mach... Ich hab... Ich... und 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 du Ops. 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 Ops.